Einleitung Der Journalist und Herausgeber Bertram Fletcher Robinson schrieb in seiner Rezension für den Daily Express, daß es schwierig sei, einen deprimierenderen Bericht zu finden. Das vorliegende Buch erschien in deutscher Übersetzung im Jahre 1928. Es ist eine schreiende Anklage gegen soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Der Zuhörer möge überlegen, ob es nicht heute noch, wenn auch nicht in Großbritannien, aber vielleicht in anderen Teilen der Welt, Aktualität besitzt. Der Abstieg Was ist überhaupt unmöglich, sagten meine Freunde zu mir, als ich mich entschlossen hatte, in das Londoner East End hinabzusteigen und sie um Rat und Hilfe bat. Und als sie nachgedacht hatten, fügten sie mit einem peinlichen Versuch, sich in den Gedankengang eines Irrsinnigen zu versetzen, dessen Empfehlungen offenbar besser waren als ein Geisteszustand hinzu, sie wenden sich am besten an die Polizei, um einen Führer zu erhalten. Aber ich möchte die Polizei nicht in diese Sache hineinmischen, protestierte ich. Ich will East End mit eigenen Augen sehen. Ich will wissen, wie die Menschen dort leben, warum und wofür sie leben. Kurz, ich will selbst unter ihnen leben. Sie wollen doch nicht dort wohnen, sagten alle, und die Missbilligung stand deutlich auf ihren Gesichtern geschrieben. Vergessen Sie doch nicht, dass es dort Orte gibt, wo ein Menschenleben nicht zwei Schilling wert ist. Diese Orte suche ich gerade, warf ich ein. Aber es ist unmöglich, lautete die Antwort immer wieder. Das wollte ich nicht wissen, unterbrach ich sie kurz abgestoßen von dem Mangel an Verständnis bei diesen Menschen. Ich bin hier fremd und bin gekommen, um mir alles von ihnen erzählen zu lassen, was sie von East End wissen, damit ich ein wenig Bescheid weiß, ehe ich hingehe. Aber wir wissen nichts von East End. Es liegt irgendwo dort drüben. Und sie wiesen mit der Hand in die Richtung, wo man bei seltener Gelegenheit einmal die Sonne über London aufgehen sehen kann. Wollen Sie denn, dass ich mich an Cook wende, meinte ich? Warum nicht, antworteten sie erleichtert. Cook wird wohl Bescheid wissen. Aber Herr O. Cook in Firma O. Thomas Cook & Son, Pfadfinder und Reiseführer, dieses lebende Adressbuch für die ganze Welt, der Helfer aller verirrten Reisenden erster Klasse, der mich ohne Bedenken im Augenblick mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit nach dem dunkelsten Afrika und ins innerste Tibet hätte schicken können, Herr O. Cook kannte nicht den Weg nach dem Londoner East End, das nur einen Steinwurf vom Luttgate-Rondell entfernt liegt. Das ist nicht möglich, sagte der lebende Katalog von Routen und Preisen in Cooks Cheapside-Büro. Das ist so, hm, so ungewöhnlich. Wenden Sie sich an die Polizei, fertigte er mich ab, als ich an meiner Forderung festhielt. Wir pflegen Reisenden, East End nicht zu zeigen. Niemand hegt den Wunsch danach, und wir wissen gar nichts über diese Gegend. Lassen Sie es gut sein, unterbrach ich Ihnen, um nicht von diesem Strom von Abweisung aus dem Haus gespült zu werden. Sie können doch etwas für mich tun. Ich möchte gern, um daß Sie im Voraus wissen, was ich unternehmen will, so daß Sie gegebenenfalls imstande sind, mich zu identifizieren. Schön, falls Sie ermordet werden sollten, werden wir die Leiche erkennen. Er sagte das so zuversichtlich und kaltblütig, daß ich plötzlich meinen starren, verlassenen Leichnam auf einer Steinplatte liegen sah, über die unaufhörlich kaltes Wasser rieselte, während er sich über mich beugte und betrübt und ruhig erklärte, daß dies die Leiche des verrückten Amerikaners sei, der durchaus East End sehen wollte. Nein, nein, antwortete ich, ich meine nur, daß Sie wissen sollen, wer ich bin für den Fall, daß ich in Konflikt mit der Polizei gerate. Dann müssen Sie sich schon in unsere Zentrale bemühen, erklärte er, daß es etwas so Ungewöhnliches, entschuldigte er sich. Der Mann, den ich in der Zentrale antraf, räusperte sich, blinzelte mit den Augen und erklärte, wir haben es uns zur Regel gemacht, nie irgendwelche Auskunft über unsere Kunden zu erteilen. Aber in diesem Fall bittet ein Kunde Sie, es gegebenenfalls über ihn zu tun. Wieder räusperte er sich und blinzelte mit den Augen. Ja, ich weiß wohl, daß es etwas Ungewöhnliches ist, aber, warf ich schnell ein, das wollte ich eben sagen, es ist etwas Ungewöhnliches und ich glaube nicht, daß wir Ihnen dienen können. Ich verließ ihn indessen mit der Adresse eines Detektivs in East End und hierauf begab ich mich zum amerikanischen Konsul. In ihm fand ich endlich einen Mann, mit dem man reden konnte. Er blinzelte und räusperte sich nicht, hob nicht die Brauen und zeigte weder Misstrauen noch Erstaunen. Im Verlauf einer Minute erklärte ich ihm mein Vorhaben, daß er gleich als Tatsache hinnahm. Und in der nächsten Minute bat er mich um Auskunft über Alter, Größe und Gewicht und notierte meine Personalien. In der dritten Minute, als wir uns die Hand zum Abschied reichten, sagte er, »Also schön, Jack, ich werde an Sie denken und Ihrer Fährte folgen.« Ich atmete befreit auf. Jetzt hatte ich meine Schiffe hinter mir verbrannt und es stand mir frei, mich in die menschliche Wildnis zu stürzen, von der niemand etwas zu wissen schien. Aber gleich darauf schieß ich auf eine neue Schwierigkeit in Gestalt meines Droschkenkutschers, eines graubärtigen, ungeheuer dekorativen Herrn, der mich mehrere Stunden lang in der City herumgefahren hatte. »Fahren Sie mich nach East End,« befahl ich, in den Wagen steigend. »Wohin?«, fragte er erstaunt. »Irgendwo in East End, fahren Sie!« Der Wagen fuhr einige Minuten ziellos weiter. Dann hielt er plötzlich an. Die Klappe über meinem Kopf öffnete sich und der Kutscher blickte völlig verwirrt zu mir herunter. »Darf ich mir die Frage erlauben?«, sagte er, »wo Sie hinwollen?« »Nach East End, keine bestimmte Stelle. Fahren Sie mich ein bisschen herum.« »Aber nach welcher Adresse?« »Also hören Sie doch,« rief ich, »fahren Sie nach East End, und zwar sofort.« Offenbar begriff er nicht, aber er zog den Kopf zurück und trieb das Pferd brummend an. »Es gibt keine Straße in London, wo man den Anblick der Armut meiden kann, weil etwa fünf Minuten von jedem beliebigen Punkt ein Armenviertel liegt.« Die Stelle aber, durch die mein Wagen jetzt fuhr, war eine einzige große Spelunke. Die Straßen waren mit Menschen einer anderen Rasse bevölkert, von kleinen Menschen, die erbärmlich elend oder aufgedunzen aussahen. Wir rollten dahin durch die Meilen von Mauersteinen und Schmutz, und jede Querstraße zeigte eine ebenso lange Straße von Mauern und Elend. Hier und dort torkelte ein betrunkener Mann oder eine betrunkene Frau, und die Luft war unrein von Streit und Zank. Auf einem Platz suchten alte Männer und Frauen tastend im Schmutz nach Gemüseabfällen, verfaulten Kartoffeln und Bohnen, während kleine Kinder wie Fliegen um einen Haufen verfaulten Obstes schwärmten, und ihre Arme bis zu den Schultern in die breiige Masse bohrten, um kleine Stücke herauszufischen, die nur teilweise in Fäulnis übergegangen waren und die sie sofort verzehrten. Auf dem ganzen Wege sah ich nicht eine Droschke, und danach zu urteilen, wie die Kinder hinter meinem Wagen herliefen, muß er ihnen eine Offenbarung aus einer anderen und besseren Welt gewesen sein. Soweit ich sehen konnte, erblickte ich nur die grauen Steinmauern, die schleimigen Bürgersteige und die staubigen Straßen, und zum ersten Mal in meinem Leben überkam ich die Furcht vor der großen Masse. Man kann sie mit der Furcht vor dem Meere vergleichen, die elenden Schwärme straßauf und straßab, erschienen mir wie die Wogen eines unermesslichen, übel riechenden Meeres, das um mich herwogte und über meinem Kopf zusammenzuschlagen drohte. »Stepney, Bahnhof Stepney«, rief der Kutscher. Ich sah mich um. Es war wirklich ein Bahnhof, zu dem der Kutscher in seiner Verzweiflung gefahren war, als dem einzigen Ort in dieser Wildnis, von dem er je hatte Reden hören. »Nun, und?« fragte ich. Er murmelte etwas Unverständliches, schüttelte den Kopf und sah sehr besorgt rein. »Ich bin hier selbst ganz unbekannt«, stammelte er. »Wenn Sie nicht nach dem Bahnhof Stepney wollen, so weiß ich wahrhaftig nicht, wo ich Sie hinfahren soll. Ich will Ihnen sagen, was ich will. Fahren Sie weiter und versuchen Sie, einen Laden zu entdecken, wo alte Kleider verkauft werden. Wenn Sie einen sehen, dann fahren Sie noch ein bisschen weiter, biegen um die nächste Ecke, halten dann und lassen mich aussteigen.« Ich konnte merken, dass er um sein Geld zu fürchten begann, aber kurz darauf hielt er an und sagte, ein Stückchen weiter in der Straße sei ein Altkleidergeschäft. »Wollen Sie mich nicht zuerst bezahlen?« bat er, »ich bekomme sieben Schilling.« »Jawohl«, lachte ich, »und dann kriege ich Sie nicht mehr zu sehen.« »Es wird wohl eher so sein, dass ich Sie nicht mehr zu sehen bekomme, wenn Sie mich nicht vorher bezahlen«, rief er. Eine Schar zerlummter Zuschauer hatte sich schon um den Wagen gesammelt und deshalb lachte ich nur und begab mich nach dem Laden. Die größte Schwierigkeit hier war, dem Verkäufer begreiflich zu machen, dass ich wirklich alte Kleider haben wollte. Aber nach fruchtlosen Versuchen, mir neue und ganz unmögliche Jacken und Hosen aufzuschwatzen, brachte er einen Haufen gebrauchtes Zeug ans Tageslicht, während er mir geheimnisvolle und vielsagende Blicke zuwarf, um mich verstehen zu lassen, dass er mich durchschaute. Er meinte, meine Furcht vor Entdeckung gut ausnutzen zu können. Offenbar hielt er mich für einen Mann in der Klemme oder einen Schwerverbrecher von jenseits des Ozeans, jedenfalls für einen Mann, der um jeden Preis der Polizei entgehen wollte. Aber ich stritt mit ihm über den unverschämten Unterschied zwischen Preis und Wert seiner Ware, bis er völlig verzweifelte und schon den schwierigen Kunden an die Luft setzen wollte. Schließlich wählte ich ein paar derbe, aber stark abgetragene Hosen, eine verschlissene Jacke, an der nur noch ein Knopf saß, ein paar derbe Stiefel, die offenbar beim Kohlenlöschen getragen worden waren, einen Lederriemen und eine sehr schmutzige Sportmütze. Mein Unterzeug und meine Socken waren warm und neu, aber von der Art, wie sie sich jeder amerikanische Landstreicher unter gewöhnlichen Verhältnissen verschaffen konnte. »Ich muß schon sagen, Sie haben einen harten Schädel«, sagte er mit erheuchelter Bewunderung, als ich ihm die zehn Schilling gab, über die wir uns schließlich für die ganze Geschichte geeinigt hatten. »Sie sind sicher nicht zum ersten Mal in der Pettiquette-Gasse. Ihre Hosen sind Ihre fünf Schilling wert, und jeder Dockarbeiter würde zwei Schilling sechs für die Latschen geben, gar nicht zu reden von Jacke, Mütze, dem neuen Heizerhemd und allem übrigen. »Was bieten Sie mir denn dafür?«, fragte ich plötzlich. »Ich habe Ihnen zehn Schilling für den ganzen Kram gegeben, und Sie sollen ihn ohne weiteres für acht wiederhaben.« Aber er schüttelte nur lachend den Kopf. »Wenn ich ein gutes Geschäft machte, so hatte er offenbar noch ein besseres gemacht.« Ich fand meinen Kutscher wie er und ein Schutzmann, die Köpfe zusammensteckten. Als der Letztere mich aber scharf in Augenschein genommen und namentlich dem Bündel, das ich unter dem Arm trug, große Aufmerksamkeit geschenkt hatte, ging er seines Weges und überließ es dem Kutscher, selbst mit mir fertig zu werden. Der Kutscher wollte nicht weiterfahren, ehe er nicht die sieben Schilling, die ich ihm schuldete, erhalten hatte. Dann war er aber auch bereit, mich ans Ende der Welt zu fahren und entschuldigte sich eifrig bei mir wegen seines Benehmens, indem er erklärte, dass man in einer Stadt wie London oft die merkwürdigsten Kunden fände. Indessen mußte er sich damit begnügen, mich nach Highbury Vale in London Nord zu fahren, wo mein Gepäck stand. Hier entledigte ich mich am nächsten Tage meiner Schuhe, mit Trauer sagte ich ihrer Leichtigkeit und Bequemlichkeit lebewohl, meines weichen, grauen, reinen Anzuges und, nun ja, all meiner Kleider, worauf ich das Zeug des anderen, mir gänzlich unbekannten Mannes anzog. Wie schlecht muß es ihm gegangen sein, wenn er diese Lumpen für die elenden Paar Schillinge verkaufte, die er von dem Trödler nur bekommen haben konnte. In die Achselhöhle meines Heizerhemdes nähte ich ein Goldstück ein, eine verhältnismäßig geringe Summe in Anbetracht des Umstandes, dass es mein letzter Notgroschen sein sollte. Und dann zog ich das Hemd an. Hierauf setzte ich mich und philosophierte über die guten, fetten Jahre, die meine Haut weich gemacht und meine Nerven direkt unter die Haut gebracht hatten. Denn das Hemd war hart und rau, wie aus Haare gemacht. Ich bin sicher, dass der strengste Asket nicht mehr leidet, als ich in den folgenden 24 Stunden litt. Die anderen Kleidungsstücke ließen sich müheloser anziehen. Nur mit den Stiefeln hatte es seine Not. Sie waren steif und hart wie aus Holz, und erst nach einer langwierigen Bearbeitung des Oberleders glückte es mir, meinen Fuß hineinzubekommen. Einige wenige Schillinge, ein Messer, ein Taschentuch, etwas Packpapier und etwas Tabak in der Tasche, stolperte ich die Treppe hinunter und verabschiedete mich von meinen unheilahnenden Freunden. Als ich ging, konnte die »Stütze«, eine freundliche Frau in mittleren Jahren, ein Lächeln nicht unterdrücken. Ihre Lippen trennten sich, und aus ihrer Kehle kam das seltsame Geräusch, das wir als »Lachen« bezeichnen. Kaum stand ich auf der Straße, als ich auch schon den Unterschied fühlen sollte, den meine Kleidung schuf. Alle zur Vorkommenheit bei den einfachen Leuten, mit denen ich in Berührung kam, war verschwunden. In einer Sekunde war ich zu einem der Iren geworden. Meine alte, an den Ellbogen durchgeriebenen Jacke war das Kennzeichen meiner Klasse. Und meine Klasse war die Ihre. Wir waren von derselben Art, und anstelle der ehrerbietigen, etwas zu respektvollen Aufmerksamkeit, die sie mir bisher erwiesen hatten, trat jetzt »Kameradschaft«. Der Mann im Arbeitszeug und mit dem schmutzigen Tuch um den Hals sagte nicht mehr »Herr« zu mir, jetzt hieß es »Kamerad«, ein schönes, herzliches Wort, mit einem Klang von Wärme und Freude, den das andere Wort nicht besitzt. Ja, noch ehe die Sonne unterging, hatten die Verhältnisse sich gänzlich verändert, und ich sagte sehr höflich »Danke, Herr« zu einem Herrn, dessen Pferd ich gehalten hatte und der einen Penny in meine ausgestreckte Hand fallen ließ. Ich entdeckte auch andere Veränderungen, die die Folge meines Kleiderwechsels waren. Wenn ich sonst den Schutzmann nach dem Wege fragte, sagte er stets »Autobus oder Droschke«. Jetzt hieß es »Wollen Sie gehen oder fahren?« Jetzt war es auch selbstverständlich, daß man mir auf dem Bahnhof Fahrkarten dritter Klasse gab. Aber für das alles wurde ich entschädigt. Zum ersten Mal sah ich das englische Volk von Angesicht zu Angesicht und lernte es kennen. Wenn ich an Straßenecken und in Wirtshäusern mit Arbeitern und Müßiggängern sprach, redeten wir wie natürliche Menschen miteinander, und sie hatten nicht den geringsten Hintergedanken dabei, für das, was sie sagten, oder wie sie es sagten, etwa irgendeinen Vorteil aus mir ziehen zu wollen. Und als ich endlich nach East End gelangte, stellte ich erfreut fest, daß die Angst vor der Menge mich verlassen hatte. Jetzt gehörte ich selbst zur Menge. Das unermessliche, übel riechende Meer war über meinem Kopf zusammengeschlagen, und ich war sanft hineingeglitten, und es hatte nichts Fürchterliches an sich, außer dem Heizerhemd. Johnny Upright Ich werde nicht Johnny Uprights Adresse nennen. Es mag genügen, daß er in der vornehmsten Straße von East End wohnt, einer Stelle, die man in Amerika für sehr armselig ansehen würde, die aber in Ost-London eine reine Oase bedeutet. Auf allen Seiten ist sie von furchtbarer Unsauberkeit umgeben, von Straßen, die von einer elenden, schmutzigen Jugend wimmeln, aber ihre eigenen Bürgersteige sind verhältnismäßig frei von spielenden Kindern. Und sie sieht nahezu verödet aus, so wenige Menschen verkehren in ihr. Jedes Haus in dieser Straße steht Schulter an Schulter mit dem Nachbarhaus, genau wie in den anderen Straßen von East End. Die Häuser haben jedes nur einen Eingang. Sie sind 18 Fuß breit, und hinter jedem liegt ein kleiner, von einer Mauer umgebene Hof, von dem man, wenn es nicht regnet, ein Stückchen grauen Himmels sehen kann. Man vergesse nicht, daß wir jetzt East End Luxus betrachten. Einige von den Bewohnern dieser Straße sind so wohlhabend, daß sie sich ein Dienstmädchen halten können. Johnny Upright hat eines, und ich kenne sie sehr gut, denn sie war die erste Bekanntschaft, die ich in diesem seltsamen Teil der Welt machte. Ich kam in Johnny Uprights Haus und wurde von ihr empfangen. Ihre soziale Stellung war bedauernswert und verachtet, und sie betrachtete mich mitleidig und geringschätzig. Sie zeigte deutlich, daß sie unsere Unterhaltung so sehr wie möglich abzukürzen wünschte. Es war Sonntag, und Johnny Upright war nicht zu Hause, so daß es nichts mehr zu sagen gab. Aber ich blieb stehen und zankte mit ihr, ob das alles sei, was sie mir zu sagen habe, bis ich die Aufmerksamkeit von Frau Johnny Upright erregte und sie in die Tür trat. Ehe sie mich jedoch eines Blickes würdigte, begann sie mit dem Mädchen zu schelten, weil sie die Tür nicht geschlossen hatte. Nein, Mr. Johnny Upright sei nicht zu Hause und empfange zudem nicht am Sonntag. Ich sagte, daß sei sehr schade, ob ich denn käme, um Arbeit zu erhalten. Nein, im Gegenteil, ich sei eigentlich gekommen, um mit ihm über ein Geschäft zu reden, das Vorteile für ihn haben könnte. Da erhielt alles ein anderes Aussehen. Der Herr sei in der Kirche, komme aber in einer Stunde heim, und dann könne ich sicher noch mit ihm reden. Ob ich nicht so freundlich sein wolle, näher zu treten? Nein, das bat die Dame mich dann doch nicht, obwohl ich es mit meiner Bemerkung, daß ich in der Wirtschaft an der Ecke warten wollte, darauf abgesehen hatte. Ich begab mich daher an die Ecke, aber die Wirtschaft war während der Kirchzeit geschlossen, und so setzte ich mich mangels etwas Besserem auf eine Treppe in der Nähe, um zu warten. Und hier fand mich das Mädchen, als sie mir mürrisch und erstaunt mitteilte, daß die gnädige Frau mir erlaubte, in der Küche zu warten. Es kommen so viele und wollen Arbeit haben, erklärte Frau Johnny Upright. Ich hoffe deshalb, daß sie es mir nicht übel nehmen werden, wie ich sie empfing. Durchaus nicht, durchaus nicht, antwortete ich herablassend, um doch einmal meine Lumpen mit Würde zu tragen. Das sehe ich vollkommen ein. Ich kann mir denken, daß sie von Arbeitssuchenden überlaufen werden. Furchtbar, erwiderte sie mit einem breten Blick, und führte mich dann nicht in die Küche, sondern ins Esszimmer, was ich als Ergebnis meines vornehmen Auftretens betrachtete. Dieses Esszimmer lag im selben Stock wie die Küche, etwa vier Fuß unter der Straße, und war selbst jetzt, mitten am Tage, so dunkel, daß meine Augen sich erst daran gewöhnen mußten. Ein matter Lichtschimmer sickerte durch ein Fenster herein, dessen Oberteil in Straßenhöhe lag, und ich stellte fest, daß ich bei der Beleuchtung eine Zeitung lesen konnte. Und während ich hier auf Johnny Uprights Heimkehr wartete, will ich erklären, was ich wollte. Ich wünschte in der Zeit, da ich mit den Bewohnern von East End zusammen wohnen, essen und schlafen sollte, eine Zuflucht in der Nähe zu haben, die ich hin und wieder aufsuchen konnte, um mich zu überzeugen, daß es noch gute Kleider und Sauberkeit gab. Hier wollte ich auch meine Post empfangen, meine Aufzeichnungen machen, und hin und wieder in anderen Kleidern Streifzüge nach schöneren Gegenden unternehmen. Aber ich stand einem schwierigen Problem gegenüber. Ein Logis, in dem mein Eigentum sicher sein sollte, erforderte eine Wirtin, der einen Mann, welcher ein solches Doppelleben führte, verdächtig sein mußte, und eine Wirtin wiederum, die sich nichts daraus machte, daß ihr Mieter derart lebte, konnte keine Garantie für die Sicherheit meines Eigentums bieten. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, suchte ich Hilfe bei Johnny Upright. Als Detektiv mit einer Erfahrung von einigen 30 Jahren bei dauerndem Dienst in East End weit und breit bekannt unter dem Namen, den ein verurteilter Verbrecher ihm gegeben hatte, war er eben der Mann, eine ehrliche Wirtin für mich zu finden und sie in Bezug auf mein seltsames Tun und Lassen zu beruhigen. Seine beiden Töchter kamen vor ihm aus der Kirche, prächtige Mädel in ihrem Sonntagsputz mit all der seltsamen, zarten Anmut, die für die echte Londonerin bezeichnet ist, einer Schönheit, die eigentlich nur ein Versprechen auf unbestimmte Zeit unverurteilt ist, zu entschwinden wie die Farbenpracht des Sonnenuntergangs. Sie betrachteten mich mit freimütiger Neugier, als sei ich ein seltsames Tier und übersahen mich dann, den Rest der Wartezeit hindurch, vollkommen. Dann kam Johnny Upright selbst und ging mit mir nach oben, damit wir miteinander reden könnten. »Sprechen Sie lauter«, unterbrach er mich gleich, »ich bin so schrecklich erkältet und höre nicht gut.« Ich dachte unwillkürlich, wo wohl der Gehilfe verborgen sein mochte, der die Aufgabe hatte, alles, was ich jetzt laut verraten sollte, aufzuschreiben. Und noch heute weiß ich nicht, ob Johnny Upright wirklich erkältet war oder einen Gehilfen im Nebenzimmer hatte, obgleich ich seither viel mit ihm zusammengekommen bin und über die Sache nachgedacht habe. So viel aber steht fest, daß er, obgleich ich ihm offen jede Auskunft über mich und mein Vorhaben erteilte, seine Meinung erst aussprach, als er mich am nächsten Tage gutgekleidet in seiner Straße angefahren kommen sah. Da wurde ich herzlich von ihm begrüßt und mußte mit ihm ins Esszimmer gehen und mit seiner Familie Tee trinken. »Wir sind einfache Leute«, sagte er, »nicht sehr verwöhnt, und sie müssen versuchen, sich in unser anspruchsloses Leben zu finden.« Die Töchter erröteten und waren verwirrt, als sie mich begrüßten, und er tat nichts, um es ihnen zu erleichtern. »Haha«, lachte er herzlich und schlug auf den Tisch. »Die Mädel glaubten, sie wären gestern gekommen, um ein Stück Brot zu erbetteln. Ha, ha, ho, ho!« Sie leugneten es gekränkt mit wütenden Blicken und schuldvoll geröteten Wangen, als wäre es durch die Höhe wahren Feingefühls durch Lumpen hindurch einen Mann entdecken zu können, der nicht in Lumpen zu gehen brauchte. Und während ich hier saß und Brot und Marmelade aß, entwickelte sich eine lustige Szene. Die Töchter meinten, daß ich beleidigt sein müßte, weil sie mich für einen Bettler gehalten hatten, während der Vater meinte, es sei eine große Schmeichelei für meine Tüchtigkeit, daß die Verkleidung so gut geglückt wäre. Ich genoß das alles, wie ich das Brot und die Marmelade und den Tee genoß, bis der Augenblick kam, da Johnny Upright mit mir gehen sollte, um ein Logis für mich zu suchen, was ihm sechs Häuser weiter in seiner eigenen, wohlhabenden Straße glückte, in einem Hause, das seinem eigenen Hause glich, wie ein Tropfen Wasser dem anderen. Meine Wohnung und die einiger anderer Für Ost-Londoner Verhältnisse war das Zimmer, das ich für sechs Schilling wöchentlich mietete, wirklich ausgezeichnet. Aber mit amerikanischen Augen gesehen war es schlecht möbliert, ungemütlich und klein. Als ich die Einrichtung durch einen gewöhnlichen Schreibmaschinentisch vermehrt hatte, konnte ich mich darin kaum umdrehen. Am besten ließ es sich durch eine Art Schlängeln ausführen, das große Gewandtheit und Geistesgegenwacht erforderte. Als ich eingezogen war oder vielmehr mein Eigentum hingeschafft hatte, zog ich meine Wanderkleidung an und machte mich auf den Weg. Da ich mich nun einmal schon mit der Mietsfrage beschäftigt hatte, sah ich mir Wohnungen an, wobei ich immer die Behauptung aufrecht erhielt, daß ich ein armer junger Mann mit Frau und vielen Kindern wäre. Meine erste Beobachtung war, daß nur sehr wenige Häuser leer standen. Ich ging tatsächlich meilenweit in allen Richtungen, ohne ein einziges leeres Haus zu finden. Ein entschiedener Beweis dafür, daß die Gegend übervölkert war. Da es ganz klar ist, daß ich als armer junger Mann mit Familie kein ganzes Haus in diesem wenig einladenden Stadtteil mieten konnte, begann ich mich nach möblierten Zimmern umzusehen, in denen ich Frau und Kinder Hab und Gut zusammen unterbringen konnte. Es gab nicht viele. Ich fand sie immer nur einzeln, denn ein Zimmer sieht man für genügend an, wenn die Familie eines armen Mannes darin kochen, essen und schlafen kann. Als ich nach dem Preis für zwei Zimmer fragte, warf der Hauswart mir einen verwunderten Blick zu. Ich erfuhr bald, daß man ein Zimmer nicht nur für einen armen Mann und seine Familie als genügend ansah, sondern daß verschiedene Familien, die ein einziges Zimmer bewohnten, noch Platz übrig hatten, um ein oder zwei Untermieter aufzunehmen. Wenn man ein solches Zimmer für drei bis sechs Schilling wöchentlich mieten kann, so ist es nur recht und billig, daß sie einem gut empfohlenen Schlafburschen für acht Pens oder einen Schilling gestatten, sich in der Stube aufzuhalten. Zuweilen kann er sich sogar von seiner Wirtin für einige wenige Schillinge mit beköstigen lassen. Über diesen Punkt konnte ich jedoch keine Aufklärung erlangen, da ich mich ja für einen Familienvater ausgab. In den Häusern, die ich untersuchte, gab es keine Badeeinrichtung und ich erfuhr, daß ich in keinem der vielen tausend Häuser, die ich gesehen hatte, eine solche befand. In Anbetracht des Umstandes, daß ich Frau und Kinder hatte und daß noch ein paar Untermieter das Zimmer mit uns teilen sollten, mußte es eine schwierige Angelegenheit sein, in einer Blechwanne in der Stube zu baden, aber dafür sparte man ja Seife. Jedes Ding hat sein Gutes und der liebe Gott sitzt ja immer noch in seinem Himmel. Ich mietete indessen nicht, sondern kehrte in meine und Johnny Uprights Straße zurück. Bei dem Gedanken an meine Frau, meine Kinder, meine Schlafburschen und die kleinen Zellen, in die ich sie alle untergebracht hatte, wurde meine Vorstellung allmählich so eingeengt, daß es eine Weile dauerte, ehe ich mich wieder an all den Raum in meinem eigenen Zimmer gewöhnt hatte. Dessen Ausmaße waren erstaunlich. War dies wirklich das Zimmer, das ich für sechs Schilling die Woche gemietet hatte? Unmöglich! Aber meine Wirtin, die anklopfte, um sich nach meinen Wünschen zu erkundigen, verscheuchte alle Zweifel. Ach ja, antwortete sie mir, diese Straße ist die allerletzte. Alle anderen waren noch bis vor acht oder zehn Jahren wie Sie, und alle Bewohner waren sehr ordentlich, aber die Menschen wie unser einer wurden von den anderen verjagt. Wir in dieser Straße sind die einzigen, die noch übrig sind. Es ist schrecklich. Und dann setzte sie mir auseinander, wie es zu der Übervölkerung gekommen war, die die Mieten in die Höhe getrieben und alles verändert hatte. Sehen Sie, Leute wie wir sind es ja nicht gewohnt, uns so zusammenpferchen zu lassen wie die anderen. Wir brauchen mehr Raum. Die anderen, die Eingewanderten und die allergewöhnlichsten Leute können gut zu fünf oder sechs Familien in diesen Häusern wohnen. Und dann können sie natürlich zusammen mehr bezahlen als wir. Es ist wirklich schrecklich. Und zu denken, daß noch vor wenigen Jahren die ganze Nachbarschaft so nett war, wie man es sich nur wünschen konnte. Ich betrachtete sie. Hier stand ich einer Frau aus der besten Schicht der englischen Arbeiterklasse gegenüber, einer Frau mit Anzeichen von Verfeinerung, aus der Klasse, die dazu verurteilt war, langsam von dem widerlichen, fauligen Menschenstrom fortgeschwemmt zu werden, den die Oberklassen aus dem inneren London vertreiben. Dort werden Banken, Fabriken, Hotels und Kontorhäuser gebaut, während die Armen obdachlos gemacht und nach Osten gedrängt werden, Woge auf Woge überschwemmt und verunreinigt Stadtteil auf Stadtteil. Die Arbeiter werden als Pioniere zur Besetzung der Grenzen vorausgejagt und vom Strom verschlungen, wenn nicht in der ersten Generation, dann in der zweiten und dritten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Reihe an Johnny Uprights Straße kommt. Das weiß er auch selber gut. In einigen Jahren, sagte er, ist mein Mietvertrag abgelaufen. Mein Wirt hat nie einen einzigen Mieter in seinen Häusern steigern wollen, denn dann hätten wir ja nicht wohnen bleiben können. Aber er kann ja jeden Tag verkaufen oder sterben. Für uns ist es dasselbe. Ein Wucherer bekommt das Haus, er richtet seine Werkstatt ein, auf dem kleinen Stückchen Garten hinter dem Hause, wo ich meinen Weinstock gepflanzt habe und dann vermietet er an ebenso viele Familien, wie das Haus Zimmer hat. Dann ist Johnny Upright hier erledigt. In Gedanken sah ich Johnny Upright und seine gute Frau, seine hübschen Töchter und sein schlampiges Dienstmädchen, wie so viele andere Schatten durch das Dunkel gen Osten gejagt, das brüllende Großstadtungeheuer auf den Fersen. Aber Johnny Upright ist nicht der einzige Flüchtling. Weit, weit draußen am Rande der Großstadt wohnen kleine Kaufleute, Geschäftsführer und tüchtige Konturisten. Sie wohnen in kleinen, willenartigen Häusern mit kleinen Blumengärten, wo sie jedenfalls Platz haben, sich zu regen und zu atmen. Sie brüsten sich vor Stolz, wenn sie an den Abgrund denken, dem sie entgangen sind. Und sie danken Gott, weil sie nicht so sind, wie so viele andere. Aber seht, auch auf sie kommt das Großstadtungeheuer. Die Mietskasernen schließen wie durch Zauberschlag hoch, die Gärten werden bebaut, die Villen in viele Wohnungen geteilt und die dunkle Nacht Londons lässt ihren schwarzen Vorhang über die Szene sinken. Ein Mann und der Abgrund Kann man bei Ihnen mieten? Ich sagte diese Worte sehr gleichgültig zu einer dicken älteren Frau, in deren schmutzigen Kaffeehaus in der Nähe von Leimhaus ich saß. Ja, das kann man, antwortete sie kurz, da mein Äußeres vielleicht nicht den Anforderungen entsprach, die ihr Haus an einen Mieter stellen durfte. Ich sprach nichts mehr, sondern genoß schweigend meine Scheibe Schinken und meinen dünnen Tee. Sie bewies mir auch weiter kein Interesse, bis ich bezahlen wollte und ganze zehn Schilling aus der Tasche holte. Da blieb die erwartete Wirkung nicht aus. Ja, fuhr sie jetzt fort, ich habe ein hübsches Heim, ich glaube, es wird Ihnen gefallen. Sind Sie gerade von einer Reise zurückgekommen? Was nehmen Sie für ein Zimmer? fragte ich und überhörte ihre Neugier völlig. Sie sah mich mit sichtbarer Überraschung von oben bis unten an. Ich vermiete nie ganze Zimmer, nicht einmal an meine festen Mieter, geschweige denn an vorübergehende. Dann muss ich mich wohl nach etwas anderem umsehen, sagte ich sichtlich enttäuscht. Aber der Anblick meiner zehn Schillingen hatte seine Wirkung getan und sie sagte, ich kann Ihnen ein gutes Bett geben und Sie schlafen mit zwei anderen Männern, achtbaren und zuverlässigen Menschen zusammen. Aber ich will nicht mit anderen zusammen schlafen, wandte ich ein. Das brauchen Sie auch nicht, es sind drei Betten und das Zimmer ist nicht klein. Wie viel? fragte ich. Zwei Schilling, sechs die Woche für einen ordentlichen Menschen. Die beiden anderen werden Ihnen gut gefallen, das weiß ich. Der eine arbeitet auf einem Lager, er wohnt seit zwei Jahren bei mir und der andere seit sechs Jahren. Nächsten Sonntag werden es sechs Jahre und zwei Monate. Er ist an einem Theater angestellt, fuhr sie fort. Er ist ein stiller, ruhiger Mann und hat in der ganzen Zeit, die er bei mir wohnt, nie einen Sitzen gehabt. Er ist sehr zufrieden mit der Wohnung. Er sagt, sie sei die beste, die er finden könnte. Ich beköstige sowohl ihn wie den anderen. Da kann er wohl noch obendrein Geld zurücklegen, sagte ich. Wie können Sie das glauben? Aber sonst würde sein Geld überhaupt nicht reichen. Meine Gedanken wanderten hin zu meinem weiten amerikanischen Westen, unter dessen unendlichen Himmel Tausende von Städten von der Größe Londons Platz hätten. Und hier war ein Mann, ein ehrlicher, zuverlässiger Mann, der sein Zimmer mit zwei anderen teilte, zweieinhalb Dollar im Monat dafür bezahlte und die Erfahrung gemacht hatte, dass dies die vorteilhafteste Lebensweise für ihn war. Und hier war ich selbst. Kraft der zehn Schilling, die ich in der Tasche hatte, war ich imstande, mit meinen Lumpen bei ihm einzudringen und mein Bett neben dem Seinen aufzuschlagen. Die menschliche Seele ist einsam und sie muß zuweilen wahrlich noch einsamer werden, wenn drei Betten in einem Zimmer stehen und ein vorübergehender Gast mit zehn Schilling in der Tasche sich in eines davon legen darf. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? fragte ich. Dreizehn Jahre und glauben Sie nicht auch, daß Ihnen die Wohnung gefallen wird? Während sie sprach, hantierte sie in der kleinen Küche herum, wo sie das Essen für ihre Zimmerherren bereitete. Sie war bereits bei meinem Eintritt beschäftigt gewesen und ließ nicht einen Augenblick während der Unterhaltung von ihrer Arbeit. Sie war offenbar eine von den Frauen, die morgens um halb sechs aufstehen und spätabends zur Ruhe gehen, die bis zum Umfallen arbeiten und der Gewinn dieses dreizehnjährigen Fleißes waren graues Haar, ärmliche Kleider, hängende Schultern, eine schlechte Figur und unaufhörliche Mühe in einem häßlichen, ungesunden Kaffeehaus in einer zehnfußbreiten Gasse. Kommen Sie wieder, um es sich genauer anzusehen? fragte sie gespannt, als ich ging. Und als ich mich zu ihr umwandte, verstand ich ganz die Wahrheit des alten Wortes Tugend trägt ihren Lohn in sich. Ich trat wieder zu ihr und fragte, haben Sie je Ferien gehabt? Ferien? Ja, einen Ausflug aufs Land, um für ein paar Tage frische Luft zu schöpfen, sich richtig auszuruhen. Ach, du lieber Gott, lachte sie und hielt zum ersten Mal in ihrer Arbeit inne. Ferien zum Vergnügen? Wie können Sie das denken? Heben Sie doch die Füße. Die letzten Worte rief sie mir scharf zu, als ich gerade über die morsche Schwelle stolperte. In der Nähe des West-India-Docs stieß ich auf einen jungen Burschen, der traurig in das schlammige Wasser starrte. Er hatte eine Heizermütze über die Augen gezogen und seine ganze Kleidung zeugte davon, dass er zur See gefahren war. »Hey, Kamerad!« rief ich, um eine Unterhaltung einzuleiten. »Kannst du mir sagen, wie ich gehen muss, um nach Wepping zu kommen?« »Hast du dich auf einem Viehschiff hierher gearbeitet?« fragte er. Er hatte offenbar sofort meine Nationalität erkannt. Und dann kam das Gespräch in Gang und wurde in einem Wirtshaus bei einigen Gläsern halb und halb fortgesetzt. Bald waren wir so befreundet, daß er, als ich einen ganzen Schilling in Kupfermünzen aus der Tasche zog und sechs Pens für Nachtlogie beiseite legte, liebenswürdig vorschlug, lieber für das ganze Geld Bier zu trinken. »Mein Kamerad hatte gestern Pech«, erklärte er, »und die Polente schnappte ihn. Du kannst dich also ruhig auf mich verlassen. Was meinst du dazu?« Ich sagte ja, und als wir für einen ganzen Schilling Bier in uns hineingegossen und die Nacht in einem elenden Bett in einem jämmerlichen Hause verbracht hatten, kannte ich ihn gut. Meine geringen Erfahrungen zeigten mir, daß er auf seine Weise typisch für eine gewisse breite Schicht Londons, die am schlechtesten gestellte, war. Er war ein geborener Londoner. Sein Vater war Heizer und ein Säufer gewesen. Das Heim seiner Kindheit waren die Straßen und die Docks. Er hatte nie lesen gelernt und es auch nie entbehrt. Eine überflüssige und unnütze Beschäftigung für einen Mann in seiner Lage. Er hatte eine Mutter, und eine Unzahl schmutziger Brüder, die alle in ein paar Löchern zusammengepfercht waren, wo sie von schlechterem und weniger Essen lebten, als er im Allgemeinen für sich ergattern konnte. In der Regel kam er nur deshalb heim, wenn er Pech gehabt und selbst nichts zu essen hatte. Anfangs hatte er auf den Straßen Lumpen gesammelt und gebettelt. Dann hatte er zwei Fahrten als Kajutsjunge, hierauf einige wenige Reisen als Kohlentrimmer gemacht, und jetzt war er ein befahrener Heizer. Er hatte es so weit gebracht, wie er es in seinem Leben bringen konnte. Er hatte sich auch während seiner Laufbahn eine Lebensphilosophie geschaffen, die vielleicht häßlich und abstoßend, aber doch von seinem Standpunkt aus ganz logisch und klug war. Als ich ihn fragte, wofür er eigentlich lebte, antwortete er ohne Zögern, um mich zu besaufen. Eine Seereise, denn ein Mann muss ja leben und dafür sorgen, dass er etwas zu leben hat, dann Abmusterung und dann ein tüchtiger Rausch. Endlich folgt eine Reihe kleinerer Räusche rings in Wirtshäusern, wo man einige Kameraden wie mich mit ein paar Pennys in der Tasche trifft. Und wenn nichts mehr zu machen war, wieder zur See. So formte sich sein Dasein. Aber wie steht es mit Frauen, fragte ich, als er seine Lobrede auf den Rausch als einziges Endziel des Daseins beendet hatte. Mit den Weibern erhieb das Glas hart auf den Tisch und sagte eifrig, von den Weibsleuten lasse ich die Finger, das hat mich das Leben gelehrt, das lohnt sich nicht, Kamerad, es taugt nichts. Was sollte ein Mann wie ich mit einem Frauenzimmer, willst du mir das sagen? Ich denke nur an meine Mutter, das genügt, wie sie meine Geschwister verdrosch und den Alten ärgerte, wenn er ab und zu mal heim kam. Es war ihre Schuld, sie verstand nicht, ihn glücklich zu machen. Dann denke ich noch an so viele andere Frauen. Wie behandeln sie einen armen Heizer, der mit ein paar Geroschen heimkommt? Nein, was er in der Tasche hat, ist gerade genug zum Vertrinken, aber Frauenzimmer. Die nehmen ihm das Geld ab, ehe er auch nur ein einziges Glas gekriegt hat. Das kannst du mir glauben, ich weiß Bescheid. Ich habe mir die Finger verbrannt und weiß, was es wert ist. Ich sage dir, wo Frauenzimmer sind, gibt es immer Schererei, Geschrei und Prügel und Messerstecherei, Polente und Gericht und schließlich einen Monat Zwangsarbeit, ohne Lohn, wenn du losgelassen wirst. Aber Frau und Kinder vor euch forcht, ein eigenes Heim. Denk, du kommst von der Seereise heim und kleine Kinder krabbeln dir auf die Knie und deine Frau ist froh und glücklich und gibt dir einen Kuss, während sie den Tisch deckt und alle Kinder wollen dich küssen, wenn sie ins Bett sollen. Der Teekessel summt, während du erzählen musst, wo du gewesen bist und was du gesehen hast und sie erzählt von all den Kleinigkeiten, die geschehen sind, während du fort warst und Er, Quatsch nur weiter, rief er und ließ deine Faust schwer auf meine Schulter fallen. Was denkst du dir eigentlich? Eine Frau, die küsst, Kinder, die krabbeln, ein Teekessel, der summt, alles das für 4 Pfund 10 Schilling monatlich, wenn du Heuer hast und für nichts, wenn du keine Arbeit hast? Soll ich dir sagen, was du für 4 Pfund 10 kriegst? Ein brummiges Weib, dreckige Gören, keine Kohlen, die den Kessel summen lassen, der Kessel selbst im Leihhaus, das kannst du kriegen. Ich glaube, das genügt, dass du dich schnell auf die See zurückwünschst. Eine Frau, wozu? Um dich unglücklich zu machen? Kinder? Glaub mir, es ist besser ohne das. Sieh mich an. Ich kann mein Bier trinken, wann ich will und habe weder Frau noch Kinder, die nach Futter brüllen. Ich bin zufrieden mit meinem Bier und Kameraden, wie du und Aussicht auf neue Heuer und neue Fahrt. Lass uns noch ein paar Glas trinken, halb und halb. Das ist alles, woraus ich mir etwas mache. Ich brauche wohl kaum mehr von der Unterhaltung mit diesem nur 22-jährigen Burschen zu berichten. Ich glaube, seine Lebensphilosophie und die Ursachen, auf denen sie aufgebaut ist, hinreichend beleuchtet zu haben. Er hatte nie Heimweh gehabt. Das Wort Heim erweckte nur unangenehme Vorstellungen in ihm. Die niedrigen Löhne, die sein Vater und andere Männer in entsprechenden Berufen hatten, waren ihm Grund genug, Frau und Kinder als unangenehme Anhängsel und Ursachen zum Unglück der Männer zu verfluchen. Durch und durch ein Egoist und Materialist suchte er sich so viel Genuß wie möglich im Leben zu verschaffen und fand ihn im Rausch. Jung, dem Trunke ergeben, früh zum Wrack geworden, körperlich unfähig für die Arbeit eines Heizers, Rindstein oder Arbeitshaus und dann fertig. Er sah übrigens diese ganze Laufbahn ebenso klar vor sich wie ich, aber sie flößte ihm kein Schrecken ein. Von seinem ersten Atemzug an hatte seine Umgebung an seiner Verhärtung gearbeitet und er ging seiner elenden, unabwendbaren Zukunft mit einer Kaltblütigkeit und Gleichgültigkeit entgegen, aus der ich ihn nicht aufzurütteln vermochte. Und doch war er kein schlechter Mensch. Er war weder erblich verderbt noch brutal. Er war geistig normal und hatte ungewöhnliche Körperkräfte. Seine Augen waren blau und rund, lange Wimpern beschatteten sie und er hielt sie offen. Lachen und ein tiefer Humor lagen in ihnen. Stirn und Gesichtszüge waren im Allgemeinen regelmäßig, Mund und Lippen hübsch, wenn auch von der Bitterkeit gezeichnet. Sein Kinn war zwar schwach, aber nicht zu schwach. Ich habe manche Männer in höheren Stellungen mit einem unbedeutenderen Kinn gesehen. Seine Kopfform war schön. Der Kopf saß so gut auf einem vollendeten Hals, dass ich nicht über seinen Körper erstaunt war, als er sich abends entkleidete. Ich hatte viele Männer sich in Kasernen und Sportsälen entkleiden sehen, Männer mit gutem Blut und guter Erziehung, aber nie einen, der nackt vorteilhafter wirkte, als dieser 22-jährige Trunkenbold, dieser junge Gott, der dazu verurteilt war, im Laufe von vier oder fünf Jahren vernichtet zu werden, ohne der Welt Nachkommen zu schenken und ihnen seine Körperkraft zu vererben. Es schien Entweihung, ein solches Leben zu vergeuden und doch mußte ich ihm Recht geben, daß man sich nicht mit vier Pfund zehn Schilling monatlich in dieser Stadt London verheiraten konnte, ebenso wie ich einräumen mußte, daß der Bühnenarbeiter glücklicher war, wenn er in einem Loch, das er mit zwei anderen Männer teilte, mit seinem Verdienst auskam, als wenn er eine elende Familie mit ein paar Untermietern in einem billigen Zimmer zusammengepfercht und nie Geld genug gehabt hätte. Kurz, der Abgrund von London ist ein riesiges Schlachthaus. Jahr um Jahr schickt das Land einen Strom von starken, lebenskräftigen Menschen dorthin, aber mit der dritten Generation sterben sie aus. Und wie sie sterben, davon zeugt unter anderem folgende Notiz in einer Morgenzeitung. Verwahrlost. Gestern hielt Dr. Wynn Westcott in Shoreditch ein Verhör über den Tod der 77-jährigen Elizabeth Cruz in der Oststraße Nummer 32 in Holborn ab. Alice Matheson erklärte, die Wirte der Verstorbenen zu sein und sie zuletzt am Montag gesehen zu haben. Die Verstorbene wohnte ganz allein. Francis Birch, der Armenvorsteher des Stadtteils, in dem die Verstorbene 35 Jahre lang gewohnt hatte, erklärte, dass die alte Frau, als er zuletzt hingerufen worden war, in einem furchtbaren Zustand dargelegen hatte und dass Ambulanz und Träger nach ihrer Entfernung hätten desinfiziert werden müssen. Dr. Chase Fennell erklärte als Todesursache Blutvergiftung infolge einer Wunde, die die Verstorbene am Körper hatte und die von Verwahrlosung und unsauberer Umgebung herrührte. Das Gericht erkannte auf diese Todesursache. Das Erschütterndste an diesem Ereignis ist die Art, wie das Gericht die Sache behandelt. Dass eine 77-jährige Frau an Verwahrlosung stirbt, optimistischer kann man es wohl nicht betrachten. Die alte Frau war also wohl selbst schuld an ihrem Tode. Von diesen Armen hat Pigou gesagt, entweder aus Mangel an Körperkraft, Intelligenz oder Charakter oder aus allen drei Gründen sind sie schlechte, unwillige Arbeiter und unfähig, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Oft sind sie so minderwertig, dass sie nicht rechts und links unterscheiden können und nicht einmal die Nummer des Hauses wissen, in dem sie wohnen. Ihre Körper sind kraftlos, ihre Gefühle verkrüppelt und sie kennen kaum ein Familienleben. 450.000 solcher Bracks gibt es in London. Der junge Heizer war nur eines von ihnen und er brauchte eine ganze Weile, um das Wenige zu erzählen, das er zu erzählen hatte. Ich möchte sie nicht gern alle auf einmal erzählen hören. Ob Gott sie anhört? Am Rande des Abgrunds Ich empfing natürlich zuerst nur einen allgemeinen Eindruck von Ost-London. Später erfasste ich die Einzelheiten und hier und da fand ich in diesem Meer von Elend auch Inseln, wo bis zu einem gewissen Grade das Glück herrschte. Ganze Häuserreihen, in denen Handwerker wohnten, die ein gemütliches Familienleben führten. Abends kann man Männer in den Türen sitzen sehen, die Pfeife im Munde und Kinder auf den Knien, die Frauen schwatzend und scherz- und lachend gehen um. Die Zufriedenheit dieser Menschen ist geradezu auffallend. Im Vergleich mit dem Elend, das sie umgibt, sind sie ja wohlhabend. Aber dennoch ist ihr Glück oft tierischer Art, die Zufriedenheit des vollen Magens. Ihre ganze Auffassung vom Leben ist materialistisch. Sie sind schwer, träge und phantasielos. Der Abgrund scheint giftige, betäubende Gase zu entwickeln, die zum Rande aufsteigen und die Drogen einhüllen und töten. Das Unbekannte enthält weder Schrecken noch Freude für sie. Der gefüllte Wanst, die Abendpfeife sowie der übliche Halb und Halb, das ist alles, was sie vom Dasein verlangen oder erträumen. Das wäre jedoch noch nicht das Schlimmste, aber die zufriedene Schlaffheit, in die sie verfallen, ist der Zustand, der der völligen Auflösung vorangeht. Sie kennen keinen Fortschritt. Der Stillstand ist dasselbe für sie wie der Sturz in den Abgrund. Vielleicht beginnen sie nur den Fall und überlassen es ihren Kindern und Enkeln ihn zu vollenden. Die Menschen erreichen immer weit weniger, als sie fordern. Und so wenig fordern diese Menschen, dass das Wenige, das sie erlangen, nicht genügt, sie oben zu halten. In vieler Hinsicht ist das Leben in der Stadt der menschlichen Natur zuwider. Das Leben in London aber ist in dem Maße unnatürlich, dass der Durchschnittsarbeiter zugrunde gehen muss. Körper und Geist werden unaufhörlich untergraben. Sowohl die körperliche wie auch die moralische Widerstandskraft werden gebrochen. Und der gute Arbeiter vom Lande wird schon in der ersten Generation in der Stadt zum schlechten Arbeiter. In der zweiten Generation hat er Unternehmungslust und Draufgängertum verloren und ist tatsächlich außerstande, dieselbe Arbeit auszuführen, die sein Vater leisten konnte. Er ist auf dem Weg zum Abgrund. Schwächt nichts anderes ihn, so bricht die Luft, die er einatmet, bald seine Widerstandskraft, so daß er nicht mehr imstande ist, die Konkurrenz mit dem frischen, lebenskräftigen Strom aufzunehmen, der ständig vom Lande nach London hastet, um zu vernichten und vernichtet zu werden. Ohne bei den Krankheitskeimen zu verweilen, mit denen die Luft in East End geschwängert ist, will ich mich hier nur mit dem Raucher beschäftigen. Sir William Thysleton Dyer, der Direktor des Botanischen Gartens in Kew, hat den Einfluss des Rauches auf die Pflanzen untersucht und nachgewiesen, daß nicht weniger als 24 Tonnen festen, aus Ruß und teerhaltiger Kohlenlösung bestehenden Stoffes sich allwöchentlich auf jeder englischen Quadratmeile in und um London niederschlagen. Kürzlich entfernte man vom Gesims unter der Kuppel der St. Paul's Kathedrale ein festes Stück kristallisierten Schwefelsauren Kalks, der sich durch die Wirkung der atmosphärischen Schwefelsäure auf dem kohlensauren Kalkstein gebildet hatte. Und all diese atmosphärische Schwefelsäure muß der Londoner Arbeiter Tag ein, Tag aus, sein ganzes Leben lang einatmen. Es ist unwiderlegbar, daß die Kinder im Heranwachsen zermürbt werden. Ohne Kraft und Ausdauer werden sie zu einem knieweichen, engbrüstigen, schlaffenen Geschlecht, das einschrumpft und zugrunde geht in dem rohen Kampf ums Dasein, mit den vom Lande herzuströmenden Menschen. Eisenbahner, Fuhrleute, Omnibusführer, Getreide- und Holzträger und alle, die auf ihre Körperkraft angewiesen sind, sind stark vom Lande gekommen. Bei der Polizei der Hauptstadt sind rund 12.000 Männer vom Lande gegen 3.000 in London Geborene. Wenn ich die kleinen Seitengasse mit den satten Handwerkern in den Türen durchschritt, taten sie mir fast mehr Leid, als die 450.000 Verlorenen, die unten im Abgrund sterben. Die sterben doch, während diese hier noch die langsam vorausgehende Qual vor sich haben. Die Qual, die vielleicht zwei, drei Generationen lang dauern kann. Und doch ist das Material gut. Es besitzt alle menschlichen Möglichkeiten. Unter den richtigen Bedingungen könnte es noch jahrhundertelang leben und große Männer, Helden und Meister hervorbringen, die die Welt vorwärts führen. Ich sprach mit einer Frau, einer ausgezeichneten Vertreterin derer, die schon aus den kleinen, hübschen Seitgassen verdrängt worden sind und sich auf dem Wege zum Abgrund befinden. Ihr Mann arbeitete als Gasmonteur und war Mitglied der Maschinistengewerkschaft. Daß als Maschinist nicht viel mit ihm los war, konnte man schon daraus erkennen, daß er keine ordentliche Arbeit erhalten konnte. Er besaß weder genügend Energie, Tüchtigkeit, um sich eine Feststellung zu schaffen oder zu erhalten. Das Ehepaar hatte zwei Töchter und alle vier Familienmitglieder wohnten in ein paar Löchern, die man nur ganz optimistisch Zimmer nennen kann und für die sie sieben Schilling die Woche bezahlten. Sie hatten keinen Herd und mußten sich ihr ganzes Essen auf einem kleinen Gaskocher bereiten. Da sie nichts besaßen, genossen sie nicht den üblichen Kredit für ihren Gasverbrauch, sondern mußten einen Automaten haben, der ihnen ein gewisses Quantum lieferte, so oft sie ein Penny-Stück hineinsteckten. Für einen Penny Gas ist im Augenblick verbraucht, erklärte mir die Frau. Manchmal habe ich das Essen noch nicht halb fertig gekocht. Seit vielen Jahren lebten sie an der Grenze der Not. Tag für Tag waren sie halbsatt vom Tisch aufgestanden. Und ist man erst auf dem Wege abwärts, dann untergräbt dauernde Unterernährung alle Lebenskraft und beschleunigt den Zusammenbruch. Und dabei rackerte diese Frau sich ab. Von halb fünf morgens bis in die Nacht hinein nähte sie Tuchröcke mit Futter und zwei Volants für sieben Schilling das Dutzend. Tuchröcke mit Futter und zwei Volants, bedenkt wohl, für sieben Schilling das Dutzend. Der Mann mußte, um überhaupt Arbeit nehmen zu können, der Gewerkschaft angehören. Und die verschlangen einen Schilling, sechs Pens, wöchentlich. Wenn Streik war und er zu den Glücklichen gehörte, die nicht davon berührt wurden, hatte er teilweise bis zu siebzehn Schilling an die Streikkasse der Gewerkschaft abführen müssen. Die älteste Tochter hatte für einen Schilling, sechs Pens, die Woche als Lehrmädchen, in einer Nähstube gearbeitet. Als die stille Zeit kam, wurde sie entlassen, obwohl ihr Lohn so niedrig angesetzt war, weil sie etwas ordentliches lernen und hinterher fest angestellt werden sollte. Dann war sie drei Jahre bei einem Fahrradhändler gewesen, der ihr fünf Schilling die Woche gab. Sie hatte einen Weg von zwei Meilen bis zu ihrer Arbeitsstelle und wenn sie zu spät kam, wurde es ihr vom Lohn abgezogen. Für die Eltern war das Spiel aus. Sie hatten den Boden unter den Füßen verloren und rollten dem Abgrund zu. Aber die Töchter? Welche Möglichkeiten hatten sie, dem Abgrund zu entgehen, der ihnen seit ihrer Geburt entgegenklaffte? Unter solchen Verhältnissen von Unterernährung geschwächt, ausgesogen, sowohl geistig wie moralisch und körperlich? Während ich dieses niederschreibe, hallt die Luft bald seit einer halben Stunde wieder von einer rücksichtslosen, rohen Schlägerei in einem Hofe, der an den Meinen stößt. Als ich es zuerst bemerkte, dachte ich, es wären ein paar Hunde, die sich anbellten und knurrten. Es dauerte eine Weile, wie sich mir klar darüber wurde, dass Menschen, sogar Frauen, dieses unheimliche Geräusch hervorbringen konnten. Betrunkene Frauen im Kampf. Häßlich zu denken, noch schlimmer anzuhören. Es kann etwa folgendermaßen vor sich gehen. Zuerst ein unbestimmbares Durcheinander, bei dem man nur unterscheidet, dass eine Menge Frauen gleichzeitig aus voller Kraft ihre Lungen durcheinander schreien. Dann eine Pause, in der ein Kind weint und man ein junges Mädchen hört, das mit Tränen erstickter Stimme zu Wort zu kommen sucht. Eine Frauenstimme erhebt sich plötzlich, hart und durchdringend. Du hast mich geschlagen, du hast mich geschlagen. Man hört einen Schlag, der wütende Kampf nimmt seinen Fortgang. Die Hoffenster der umliegenden Häuser sind von begeisterten Zuschauern besetzt. Das Geräusch von Schlägen, von Flüchen, die einen Schaudern machen können, dringt zu mir. Ich bin froh, dass ich die Kämpfenden nicht sehen kann. Wieder eine Pause. Du läßt das Kind in Ruhe. Das Kind, das nur ein paar Jahre ist, schreit vor Angst. Warte nur, warte nur, wird ein Dutzendmal in schriller Stimme wiederholt. Ich schmeiß dir diesen Stein an den Kopf. Und nach dem Schrei zu Urteilen, der jetzt ertönt, hat der Stein offenbar den Kopf getroffen. Für einen Augenblick tritt Ruhe ein. Einer der Kämpfenden ist offenbar kampfunfähig gemacht worden. Wieder kann man das weinende Kind hören, wenn auch sein Schreien vor Angst oder Erschöpfung schwächer geworden ist. Kurz darauf erheben sich die Stimmen wieder. Na, 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 na. Dann scheinen sich beide über die gegenseitige Absicht klar geworden zu sein und der Kampf beginnt von neuem. Die eine der Kämpfenden erlangt die Übermacht und kostet offenbar ihren Sieg aus, nach dem Mordgeschrei der anderen zu urteilen. Dann wird das Schreien immer schwächer, als würde es von einem würgenden Griff zurückgedrängt. Neue Stimmen, ein neuer Angriff von der Seite, der würgende Griff erschlafft wohl, sodass der Ruf »Mord« wieder eine Oktave höher erklingt. Wahnsinnige allgemeine Verwirrung, alle beteiligen sich am Kampfe. In der nächsten Pause hört man eine neue Stimme, die eines jungen Mädchens. »Ich will meiner Mutter helfen« und dann vier- oder fünfmal hintereinander. »Ich tue, was ich will, verstehst du? Das möchte ich sehen«, wieder rast der Kampf, an dem Mütter und Töchter und alle Umstehenden sich beteiligen. Meine Wirtin ruft ihre jüngste Tochter von der Hintertreppe herein, und ich denke darüber nach, welche Wirkung alles das wohl auf die moralische Auffassung des jungen Mädchens haben kann. Ein Blick in die Hölle Wir waren drei, die die Mile-N-Straße hinabschlenderten, und einer von uns war ein Held. Er war ein schlanker, 19-jähriger Jüngling, so zart und fein, dass es aussah, als könnte ein Kind ihn umwerfen. Als Redner und Leiter hatte er sich an einer Menge gefährlicher Protestversammlungen beteiligt, die zugunsten der Buren abgehalten waren, und das heitere England erschütterten. Unterwegs hatte er mir erzählt, wie er verschiedentlich von dem drohenden Pöbel in Parks und Straßenbahnen belagert worden, wie er auf die Rednertribüne gestiegen war, wenn seine Kameraden einer nach dem anderen von der Menge heruntergerissen und misshandelt worden waren, und wie man die Kirche, in die er und drei andere Zuflucht gesucht, gestürmt hatten, inmitten eines Regens von Wurfwaffen und Scherben zerbrochener Scheiben, hatten sie der Menge standhalten müssen, bis eine Abteilung Schutzleute ihnen zu Hilfe kam. Er hatte von plötzlichen Kämpfen in der Dunkelheit, auf Treppen, Galerien und Balkons erzählt, von zerbrochenen Fenstern, eingestürzten Treppen, heruntergerissenen Leitern und zerbrochenen Köpfen und Gliedern, und zuletzt hatte er mich angesehen und mit einem schmerzlichen Seufzer gesagt, wie ich euch starke Männer beneide, ich bin so ein Knirps und tauge zu nichts, wenn es zum Kampf kommt. Und ich, der ich mit Kopf und Schultern meine beiden Begleiter überragte, mußte an das gesunde Land, den rauen Westen meiner Heimat und an die großen, starken Männer denke, die ich selber dort beneidet hatte. Aber dennoch, wenn ich diesen Knirps mit dem Mut eines Löwen betrachtete, fühlte ich, daß es solche Männer waren, die, wenn die Gelegenheit kam, der Welt zeigten, daß Männer noch zu sterben verstanden. Da sagte mein anderer Begleiter, ein 28-jähriger Mann, der eine unsichere Existenz in einer finsteren Werkstatt fristete, ich bin doch ein Kerl, nicht so einer wie die anderen in der Werkstatt. Die haben auch Respekt vor mir, ich wiege nämlich 125 Pfund. Ich schämte mich, ihnen zu erzählen, daß ich 150 Pfund wog und begnügte mich damit, ihn im Stillen zu betrachten. Armseliger, verkrüppelter, kleiner Mensch. Er hatte eine ungesunde Hautfarbe, sein Körper war krumm und verwachsen, die Brust war eingefallen, die Schultern waren von der langen Arbeitszeit gebeugt und der Kopf saß nicht, wo er sitzen sollte, sondern hing vornüber. Ein Kerl? Er? Wie groß bist du, fragte ich. Fünf Fuß, zwei Zoll, antwortete er stolz. Und die anderen in der Werkstatt? Zeig mir die Werkstatt, sagte ich. Es sollte zu dieser Zeit niemand in der Werkstatt sein, aber ich wollte sie doch gern sehen. Wir ließen die Lehmanstraße liegen, bogen links in die Spitalfieldstraße ein und kamen hierauf in die Frying-Pen-Gasse. Ein Haufen Kinder kroch auf dem schlüpfrigen Bürgersteig herum wie Frösche auf dem Grunde eines ausgetrockneten Teiches. In einer schmalen Haustür saß eine Frau mit einem Säugling an der Brust, die so entblößt war, daß es der Mutterwürde alle Heiligkeit raubte. Wir mußten über sie hinweg schreiten, um hinein zu gelangen. In dem finsteren, engen Gang hinter ihr mußten wir gleichsam durch ein Gewimmel kleiner Kinder warten, bis wir eine noch engere und finsterere Treppe erreichten. Die Treppe hatte drei Absätze, jeder drei Fuß groß und mit allerlei Abfall überhäuft. Sieben Räume hatte dieses sogenannte Haus. In sechs von ihnen Kochen und Briten aßen, schliefen und arbeiteten über 20 Menschen beiderlei Geschlechts und jeden Alters. Durchschnittlich maßen die Zimmer acht Fuß nach jeder Seite, vielleicht neun nach der einen. Wir betraten den siebenten Raum, in dem fünf Mann arbeiteten. Er war sieben Fuß breit und acht lang. Der Arbeitstisch nahm den größten Teil des Raumes ein. Auf diesem Tisch standen fünf Leisten und 15 Mann hatten kaum Platz genug, um zusammenzuarbeiten, denn der übrige Raum war von Pappe, Leder, Bündeln und Kappen und einer reichhaltigen Auswahl an Material zur Zusammensetzung von Oberleder und Sohlen besetzt. Im anstoßenden Zimmer wohnte eine Frau mit sechs Kindern. In einem anderen Loch wohnte eine Witwe mit ihrem 16-jährigen Sohn, der an Tuberkulose dahin siechte. Die Frau verkaufte Brustbonbons auf der Straße, wie man mir erzählte, und konnte meistens nicht so viel verdienen, dass sie dreiviertel Liter Milch kaufen konnte, die der Sohn täglich haben sollte. Dieser schwache, sterbende Sohn bekam nur einmal wöchentlich Fleisch zu schmecken und die Beschaffenheit dieses Fleisches kann man sich nicht vorstellen, wenn man nie Schweinefutter gesehen hat. Es ist schrecklich, wie er hustet, meinte mein Freund. Wir hören ihn den ganzen Tag hier, wenn wir arbeiten. Es ist ganz entsetzlich. In Bezug auf diesen Husten und diese Brustbonbons offenbarte sich mir eine neue Gefahr, die auf die Kinder des Armenviertels lauerte. Wenn mein Freund Arbeit hatte, schaffte er also in diesen sieben zu acht Fuß großen Zimmer. Im Winter mußte er fast den ganzen Tag Licht brennen, und die Lampe verschlechterte noch die dunstige Luft, die nie erneuert, sondern immer wieder eingeatmet wurde. In besonders guten Zeiten konnte dieser Mann etwa 30 Schilling die Woche verdienen. Aber das können auch nur die Tüchtigsten von uns, erklärte er mir. Und dann müßten wir auch 13 bis 14 Stunden täglich schuften. Du sollst nur sehen, wie wir uns abrackern. Wir triefen vor Schweiß. Dir würden die Augen schmerzen, wenn du säest, wie uns die Stifte aus dem Mund fliegen, wie aus einer Maschine. Sieh nur meinen Mund! Ich sah ihn an. Seine Zähne waren von dem beständigen Reiben der Metallstifte ganz abgestumpft, dazu schwarz und faulig. Ich putze sie, sagte er, sonst wären sie noch viel schwärzer. Er erzählte mir, dass die Arbeiter sich selbst oberzeug Stifte und kleinere Zutaten halten und Miete und Licht und Gott weiß was bezahlen mußten. Aber wie lange dauert diese Hochsaison, in der ihr ganze 30 Schillinge die Woche verdienen könnt? Vier Monate, antwortete er und erklärte mir weiter, dass sie durchschnittlich nur ein halbes bis einen Pfund wöchentlich verdienen. In dieser Woche hatte er bisher vier Schilling verdient. Und trotz allem hatte ich den Eindruck, dass er gute Arbeit leistete. Ich sah zum Fenster hinaus, dass nach dem hinteren Hof des Nachbarhauses gehen sollte. Aber es gab keinen Hof, d.h. er war mit einstöckigen Schuppen bebaut, Viehställen, in denen Menschen wohnten. Die Dächer der Schuppen waren die reinen Misthaufen. An einigen Stellen lag der Schmutz, der aus dem zweiten und dritten Stock heruntergeworfen worden war, mehrere Fuß hoch. Ich konnte Fische und Knochen, Gemüse und Lumpen, alte Stiefel, Scherben und den sonstigen üblichen Abfall der menschlichen Schweinekoben unterscheiden. Es ist das letzte Jahr, daß wir diese Arbeit haben. Jetzt schaffen sie sich Maschinen an, die uns überflüssig machen, sagte der Arbeiter traurig, als wir wieder über die Frau mit den schamlos entblößten Brüsten hinweg schritten und uns den Weg durch das Gewimmel wertlosen jungen Lebens bahnten. Hierauf besuchten wir die Mietskasernen, die von der Stadtverwaltung auf der anderen Seite des Armenviertels gebaut worden waren. Obwohl diese Häuser jetzt mehr Bewohner als früher beherbergten, waren sie doch weit gesünder. Jetzt wohnten hier nur bessergestellte Arbeiter und Handwerker. Die früheren Bewohner waren nach anderen Vierteln ausgewandert. Aber jetzt pass auf, sagte mein Freund, der so schnell arbeitete, daß es einem vor den Augen flimmern konnte. Jetzt werde ich dir die Lungen Londons zeigen. Hier ist der Spitalfield Park. Er sagte das Wort Park mit ironischer Betonung. Der Schatten der Christuskirche fiel quer über den Spitalfield Park und im Schatten der Christuskirche sah ich um drei Uhr nachmittags etwas, das ich nie wieder sehen möchte. Blumen gibt es nicht in diesem Garten, der kleiner ist als mein Rosenbeet daheim. Hier wächst nur Gras. Aber rings um den Park steht ein Gitter mit eisernen Stacheln, wie man es um alle Londoner Parks findet, damit keine obdachlosen Männer und Frauen nachts im Grase schlafen können. Als wir hineinkamen, stießen wir auf eine Frau von etwa 50 Jahren, die mit schleppenden Schritten dahin stolperte, während zwei sackleinende Bündel eines vorne und eines hinten über ihren Schultern hingen. Es war eine Vagabundin, eine heimatlose Seele, zu sehr an die Freiheit gewöhnt, als daß sie ihren wankenden Körper über die Schwelle des Armenhauses hätte schleppen wollen. Wie die Schnecke trug sie ihr Heim auf dem Rücken. In den beiden Bündeln hatte sie all ihr Eigentum, ihre Kleider und was sie sonst als Weib wertschätzte. Wir gingen den schmalen, kiesbestreuten Weg hinab. Die Bänke zu beiden Seiten zeigten einen Haufen elender, verzerrter Menschen, die sicher einen Raylo zu einem teuflischeren Fluge angeregt haben würden, als eine Fantasie je auf der Leinwand gebar. Ein Chaos von Lumpen und Schmutz, alle Arten ekelhafter Hautkrankheiten, offene Wunden, Beulen, Unanständigkeiten und lauernde Missgestalten. Ein rauer Wind blies und diese Geschöpfe schlotterten in ihren Lumpen, wie sie da lagen und schliefen oder zu schlafen versuchten. Hier sah man ein Dutzend Weiber verschiedenen Alters von zwanzig bis siebzig. Da lag ein neun Monate altes Kind und schlief auf der harten Bank ohne Kopfkissen und ohne Decke und keiner achtete darauf. Dort saß ein halbes Dutzend Männer, schlief aufrecht oder aneinandergelehnt. An einer anderen Stelle sah man eine Familiengruppe, ein schlafendes Kind in den Armen seiner schlafenden Mutter, während der Mann, so gut er konnte, einen ausgetretenen Schuh ausbesserte. Auf einer Bank schnitt eine Frau mit einem Messer die Fransen von ihren Lumpen, während eine andere mit Nadel und Faden einige Risse an den ihren zunähte. Dicht dabei hielt ein schlafender Mann eine schlafende Frau in den Armen. Etwas weiterhin lag ein Mann mit dickem Rindsteinschmutz auf den Kleidern und schlief, den Kopf im Schoße einer Frau, die etwa vierundzwanzig Jahre alt zu sein schien und ebenfalls schlief. Das allgemeine Schlafen interessierte mich. Warum schliefen neun Zehntel von ihnen? Das ging mir erst später auf. Das von den Machthabern geschriebene Gesetz besagt, dass die Obdachlosen nachts nicht schlafen dürfen. Auf dem Bürgersteig am Eingang der Christuskirche, deren steinerne Säulen sich in stattlichen Reihen vom Himmel abheben, lagen die Männer reihenweise und schliefen oder träumten. Sie waren alle zu schlaff, um aufzuwachen oder neugierig zu werden, als wir kamen. Eine von den Lungen Londons, sagte ich? Nein, eine faule, eine furchtbar stinkende Wunde. Die Frau dort, sagte unser Führer, würde sich für drei Pens oder für zwei oder für eine Scheibe alten Brotes verkaufen. Der Mann mit dem Viktoriakreuz Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht leicht ist, Zutritt zu einem Asyl für Obdachlose zu erlangen. Ich habe es jetzt zweimal versucht und in kurzem werde ich einen dritten Versuch machen. Das erste Mal versuchte ich es um sieben Uhr mit vier Schilling in der Tasche. Damit beging ich zwei Fehler. Erstens muss man, wenn man hinein will, von allen Mitteln entblößt sein. Und da man genau untersucht wird, muss man dafür sorgen, dass man wirklich kein Geld bei sich hat. Vier Pens, geschweige denn vier Schilling, genügen, um hinausgeworfen zu werden. Zweitens kam ich zu einer falschen Zeit. Sieben Uhr abends ist zu spät, um sich noch ein Armenhausbett zu verschaffen. Ich muss zunächst Leuten in besseren Verhältnissen erklären, was ein Asyl für Obdachlose ist. Es ist ein Gebäude, in dem Obdachlose, bettlose, geldlose Menschen, wenn sie Glück haben, ihre müden Glieder ausruhen und am nächsten Tage die Unterkunft abarbeiten können. Mein zweiter Versuch, in eine solche Herberge einzudringen, schien besser glücken zu wollen. Ich brach schon am Nachmittag mit einem Freunde auf und hatte nur drei Pens in der Tasche. Er begleitete mich nach dem Asyl von Whitechapel, auf das ich von Anfang an meine Blicke gerichtet hatte. Obwohl es erst kurz nach fünf war, stand schon eine lange Reihe bis um die Ecke des Gebäudes, soweit man sehen konnte. Sie boten einen traurigen Anblick. All diese Männer und Frauen, die in der kalten, grauen Dämmerung darauf warteten, dass das Armenhaus sie für die Nacht aufnehmen sollte. Und ich gestehe, daß mir der Mut zu sinken begann. Mir fielen plötzlich eine Menge Gründe ein, daß ich eigentlich ganz anderswo hätte sein sollen. Mir ging es wie dem Knaben vor der Tür des Zahnarztes. Etwas von meinem inneren Kampf muß sich wohl auf meinem Gesicht wieder gespiegelt haben, denn plötzlich sagte ein Leidensgefährte, keine Angst, es wird schon gehen. Ich wurde sogleich belehrt, daß sogar drei Pens ein so großes Vermögen waren, und um jedes Hindernis zu entfernen, trennte ich mich von meinen drei Kupfermünzen. Dann verabschiedete ich mich von meinem Freunde, schlich mich klopfenden Herzens die Straße hinab und stellte mich am Ende der Reihe auf. Einen traurigen Anblick bot diese lange Schlange armer Menschen, die schon auf der Schwelle des Todes wankten. Wie traurig, kann man sich gar nicht vorstellen. Vor mir stand ein kleiner Mann von schwerem Körperbau, gesund und frisch, trotz seines Alters, mit festen Zügen und einer Haut, die Sonne und Wind wie Leder gegerbt hatten. Es stand auf seinen Zügen geschrieben und leuchtete aus seinen Augen, daß er bei der Marine gewesen war. Wie gut ich geraten hatte, sollte ich bald erfahren. Ich kann es nicht mehr aushalten, klagte er einem Nebenmann, es endet noch damit, daß ich ein Fenster zerschlage, eine von den großen Spiegelglas-Scheiben, dann kriege ich doch wenigstens 14 Tage und habe ein ordentliches Bett und besseres Essen, als man hier kriegt. Nachdenklich und traurig, fügte er hinzu, dann nehmen Sie mir allerdings den Tabak weg, jetzt laufe ich seit zwei Nächten auf der Straße herum, fuhr er fort, letztendlich Nacht wurde ich bis auf die Haut durchnäßt, und man ist ja nicht mehr jung, eines Morgens werden Sie wohl meinen Kadaver wegfegen können. Plötzlich wandte er sich zu mir um und sagte heftig, sorg dafür, daß du nicht alt wirst, mein Junge, stirb jung, sonst geht es dir, wie es mir ergangen ist. Jetzt bin ich 87 und ich habe meinem Land als einen Mann gedient, ich erhielt drei Schnüre als Dienstauszeichnung und das Viktoriakreuz, und dieses Leben ist nun der Lohn für alles, wenn ich nur tot wäre. Ich wünschte, ich krepierte, das könnte keinen Tag zu früh kommen. Die Tränen begannen ihm in den Augen zu schimmern, aber ehe der andere ihm noch ein paar Trostworte gesagt hatte, begann er schon, ein heiteres Seemannslied zu trellern, als ob es keine gebrochenen Herzen in dieser Welt gäbe. Jetzt war er in Gang gekommen, und da, während wir vor der Tür der Herberge warteten, erzählte dieser Mann, der jetzt zwei Nächte auf der Straße zugebracht hatte, was ich jetzt berichten werde. Er war als Knabe in die englische Marine eingetreten und hatte seinem Lande 40 Jahre lang treu und redlich gedient. Namen, Daten, Vorgesetzte, Häfen, Schiffe, Feldzüge und Kämpfe rollten von seinen Lippen. Aber ich entsinne mich ihrer nicht, denn es ist schwer, sich vor der Tür des Armenhauses Notizen zu machen. Er hatte den ersten Chinesischen Krieg, wie er es nannte, mitgemacht, hatte zehn Jahre lang der Ostindischen Kompanie gedient und war wieder während des großen Aufruhrs als Marinesoldat in Indien gewesen, hatte am Kriege in Birma und am Krimkriege teilgenommen und im Übrigen unter der englischen Flagge auf dem ganzen Erdball gekämpft. Dann geschah es. Anfangs nur eine Kleinigkeit. Vielleicht hatte dem Leutnant das Frühstück nicht geschmeckt. Oder er war am Abend zu spät zu Bett gekommen. Oder seine Gläubiger waren zudringlich geworden. Oder er hatte einen Rüffel von seinem Vorgesetzten erhalten. Genug, er war an diesem Tage schlechter Laune. Der Matrose hatte mit einigen Kameraden in der vorderen Takelage zu tun. Nun mussten sie immer daran denken, dass dieser Seemann 40 Jahre lang in der Flotte gedient, drei Schnüre für gute Führung erhalten hatte und für Auszeichnung im Kampf mit dem Viktoriakreuz geehrt worden war, sodass er wohl kein schlechter Seemann gewesen sein kann. Der Leutnant war gereizt und benutzte ein Schimpfwort, das sich auf die Mutter des Matrosen bezog. In meiner Knabenzeit pflegten wir uns wie kleine Teufel zu schlagen, wenn jemand in dieser Weise unsere Mutter beleidigte. Und in dem Lande, aus dem ich stamme, haben viele Männer ihr Leben lassen müssen, weil sie andere derart beleidigt hatten. Der Leutnant beschimpfte also den Matrosen mit diesem gemeinen Wort. Und zufällig hielt der Matrose gerade eine eiserne Stange in der Hand. Augenblicklich schlug er da mit dem Leutnant über den Kopf, sodass der Getroffene das Gleichgewicht verlor und über Bord fiel. Und nun die eigenen Worte des Seemanns. Mir war plötzlich klar, was ich getan hatte. Ich kannte das Reglement und sagte mir, jetzt ist es aus mit dir, Jack, fertig, mein Junge. Und dann sprach ich kopfüber hinterher, um zu versuchen, uns beide zu ertränken. Und das wäre mir auch geglückt, wenn ich gerade die Offiziersjolle vom Flaggschiff vorbeigekommen wäre. Wir waren beide aufgetaucht. Und ich hielt ihn fest und schlug auf ihn los. Und das eben wurde mein Verhängnis. Würde ich ihn nicht geschlagen haben, so hätte ich sagen können, daß ich ihm nachgesprungen war, um ihn zu retten, als ich sah, was ich angerichtet hatte. Das Kriegsgericht, oder wie es bei der Marine heißt, trat zusammen. Des Urteils erinnerte er sich Wort für Wort, wie er es sich immer wieder in bitteren Stunden wiederholt hatte. Und die Strafe, zu der man ihn, um Disziplin und Respekt vor Offizieren, die nicht immer Gentlemen waren, aufrechtzuerhalten, verurteilte, bestand in folgendem. Zum gemeinden Matrosen degradiert und als solcher aus der Marine ausgestoßen zu werden, alles Prisengeld, das er zugut hatte, und das Anrecht auf Pension einzubüßen, das Viktoriakreuz zurückzugeben, 50 Peitschenhiebe zu beziehen und zwei Jahre im Gefängnis abzusitzen. Ich wünschte, ich hätte mich damals ertränkt, weiß Gott, schloss er, als die Reihe vorrückte und wir um die Ecke kamen. Endlich konnten wir die Tür sehen, wo die Obdachlosen in kleinen Abteilungen eingelassen werden. Und dann sollte ich eine neue überraschende Erfahrung machen. Da Mittwoch war, sollte keiner von uns vor Freitagmorgen losgelassen werden. Und, ich weiß nicht, was ihr fühlt, ihr Tabaksfreunde der ganzen Welt, in der ganzen Zeit sollten wir Tabak entbehren. Was wir bei uns hatten, sollten wir vor dem Eintritt abgeben. Es hieß, dass man es zuweilen wiedererhielt, wenn man das Haus verließ. Der alte Seemann lehrte mich einen Trick. Er öffnete seinen Tabaksbeutel und entleerte das bisschen Inhalt in ein Stück Papier, das er dann zusammenfaltete und in einer Socke ganz unten im Schuh verschwinden ließ. Mein Tabak ging sofort denselben Weg. Denn 40 Stunden ohne Tabak ist schlimm. Daran muß mir jeder Raucher recht geben. Wir rückten immer weiter vor und näherten uns langsam, aber sicher dem Eingang. Als wir ein eisernes Gitter passierten, rief der alte Seemann einem Mann auf der anderen Seite zu, »Wie viel werden noch aufgenommen?« »24«, lautete die Antwort. Wir begannen eifrig zu zählen. Vor uns standen 34. Enttäuschung und Verzweiflung malten sich auf allen Gesichtern rings um uns. Es sind schlechte Aussichten, ohne einen Penny in der Tasche, einer schlaflosen Nacht auf den Straßen Londons entgegen zu gehen. Aber wir hofften immer noch, bis der Torwächter uns verjagte, gerade als wir alle zehn den Eingang erreicht hatten. Schluss! Das war alles, was er sagte, als er die Tür zuschlug. Wie ein Blitz schoss der alte Seemann trotz seiner 87 Jahre fort, um zu sehen, ob es anderswo eine Chance gäbe. Ich blieb stehen und beriet mich mit einigen Männern, die sich auf derartige Herbergen verstanden. Sie meinten, es sei am besten, nach dem Arbeitshaus in Poplar eine Stunde von hier zu gehen, und das taten wir denn auch. Als wir um die Ecke bogen, sagte der eine von ihnen, »Ich hätte heute gut hineinkommen können. Um ein Uhr kam ich hier vorbei. Da fingen sie gerade an, sich aufzustellen. Sie sind alle beim Aufseher gut angeschrieben, und es sind immer dieselben, die jede Nacht aufgenommen werden.« Der Kutscher und der Zimmermann. Den Kutscher mit dem regelmäßigen Gesicht, dem Backenbart und der glatt rasierten Oberlippe hätte ich in Amerika für alles mögliche halten können, vom Arbeiter bis zum gutgestellten Landmann. Der Zimmermann, ja, in ihm würde ich gleich den Zimmermann erkannt haben. Das konnte man an seiner mageren, muskulösen Gestalt, seinem scharfen, schnellen Blick und seinen Händen sehen, die das Werkzeug in 47-jähriger Mühsal und Plackerei gekrümmt hatte. Das Unglück dieser beiden Männer war, dass sie alt geworden und dass ihre Kinder, die ihnen hätten helfen können, gestorben waren. Die Jahre hatten sie gezeichnet, und jüngere und stärkere Menschen hatten sie vom Arbeitsmarkt verdrängt. Diese beiden, die sich unter denen befanden, die vom Asyl in Whitechapel abgewiesen waren, gingen jetzt mit mir zusammen auf den Weg nach Poplar. Sie rechneten kaum noch mit dieser Chance, aber es war die einzige, entweder Poplar oder noch eine Nacht auf der Straße. Die Frage, ob sie ein Bett erhalten würden, beschäftigte die beiden sehr, denn sie waren bald fertig, wie sie sagten. Der Kutscher, der 58 Jahre alt war, hatte seit drei Nächten weder Obdach noch Schlaf gefunden, während der 65-jährige Zimmermann sogar fünf Nächte auf der Straße zugebracht hatte. Oh, ihr lieben, guten Menschen, mit reichlichem Fleisch und Blut, mit weichen Betten, die allabendlich in luftigen Zimmern auf euch warten. Wie soll ich euch begreiflich machen, was ihr leiden würdet, solltet ihr auch nur eine einzige lange Nacht auf den Straßen Londons zubringen. Ihr würdet meinen, daß tausende von Jahrhunderten vergingen, ehe der Morgen im Osten zu dämmern beginne. Ihr würdet vor Schmerz in jedem Muskel laut weinen. Ihr würdet erstaunt sein, daß am Mensch so leiden und doch leben kann. Und wenn ihr euch auf eine Bank setztet und eure Augen vor Müdigkeit zufielen, verlasst euch darauf, daß augenblicklich ein Schutzmann käme, euch wachrüttelte und brutal aufforderte, weiterzugehen. Man darf sich auf Bänken ausruhen, aber wenn Ruhe dasselbe wie Schlaf ist, muß man weitergehen, seinen müden Leib durch die endlosen Straßen schleppen. Wollte man in seiner Verzweiflung einsame Gassen oder dunkle Passagen suchen und sich niederwerfen, so würde sich der allgegenwärtige Schutzmann wieder zeigen. Es ist seine Arbeit, Obdachlose aufzustöbern. Wenn aber der Tag graute und der böse Traum zu Ende wäre, so würdet ihr euch heimschleppen, um wieder zu Kräften zu kommen, und bis zu eurem Todestage würdet ihr Scharen bewundernder Freunde von diesem Erlebnis erzählen. Es würde sich zu einem großartigen Abenteuer auswachsen, und ihr würdet in den Augen der anderen als Held dastehen. Wie anders erging es den Obdachlosen, die ich nach dem Asyl in Poplar begleitete. Und in dieser Nacht erging es 35.000 Frauen und Männern in London wie diesen. Denkt nicht daran, wenn ihr gerade zu Bett gehen wollt, denn seid ihr so weichherzig, wie ihr sein solltet, dann würdet ihr vielleicht nicht gut schlafen. Alte Männer von 60, 70, 80 Jahren, schlecht ernährt, ohne Saft und Kraft, gehen den Tag entgegen, ohne Ruhe gehabt zu haben, wanken den Tag hindurch herum, um ein paar Brocken zu finden, bis die kalte Nacht sie wieder umfängt. Und das fünf Tage und Nächte nacheinander. Zwischen dem Kutscher und dem Zimmermann ging ich die Mile Endstraße hinab. Die Mile Endstraße ist ein breiter Damm, der das Herz Londons mitten durchschneidet. Und hier gingen außer uns mindestens 10.000 Menschen. Ich erwähne das zum Verständnis des Folgenden. Während wir dahin wanderten, wurden meine Kameraden bitter und verfluchten das Land. Ich fluchte mit ihnen, wie ein amerikanischer Landstreicher es getan hätte, wenn er in ein fremdes Land geraten wäre. Es war mir geglückt, sie glauben zu machen, dass ich Seemann war, und sie dachten, ich hätte mein Geld durchgebracht und meine Kleider verloren, wie es einem Seemann an Land so oft begegnet, und wartete jetzt auf heuer. Das erklärte auch meine Unkenntnis vom englischen Verhältnissen im Allgemeinen und von Asylen im Besonderen. Der Kutscher konnte kaum mit uns Schritt halten. Er sagt, es käme daher, daß er den ganzen Tag noch nichts zu essen bekommen hätte. Aber der Zimmermann, mager und hungrig, in einem grauen, zerlumpten Überzieher, der traurig im Winde flatterte, ging mit weiten, rastlosen Schritten, ein Gang, der mich an Wölfe gemahnte. Sie hielten beide den Blick auf das Pflaster geheftet. Hin und wieder bückte sich einer von ihnen und hob etwas auf. Ich dachte, es wären Zigarren oder Zigarettenstummel, die sie auflasen, und dachte zuerst nicht weiter darüber nach. Dann aber merkte ich, was sie da eigentlich taten. Sie lasen von den schleimigen, bespiehenden Bürgersteigen kleine Stücke Apfelsinenschalen, Apfelschalen und Weintraubenschlauben auf, die sie verzehrten. Pflaumenkerne zerbissen sie, um den Inhalt herauszubekommen. Sie fanden Brotkrumen nicht größer als Erbsen, Apfelkerne so schmutzig, daß man nicht mehr erkennen konnte, was es war. Und alles steckten sie in den Mund, kauten und verschluckten es. Das geschah im Herzen des größten und mächtigsten Reiches, das je in der Welt bestanden hat. Da ich Ausländer und jung war, erteilten Kutscher und Zimmermann mir gute Ratschläge. Ihre Worte waren klar und deutlich. Ich sollte sehen, so schnell wie möglich aus dem Land zu kommen. Ja, so schnell, wie Gott mir helfen wird. Sieh mich an, ich bin alt, sagte der Zimmermann. Jüngere stehlen mir die Arbeit. Meine Kleider werden immer schlechter. Und das macht, daß ich schwer etwas zu tun kriege. Ich gehe ins Asyl, um ein Bett zu bekommen. Und wenn ich nicht um zwei, drei Uhr nachmittags da bin, werde ich nicht hineingelassen. Du hast selbst gesehen, wie es geht. Aber was soll ich mir Arbeit suchen? Wenn ich wirklich ins Asyl hineingelange, so behalten sie mich morgen den ganzen Tag. Ich komme erst übermorgen heraus. Was dann? Dann sagt die Vorschrift, daß ich in keinem Asyl im Umkreis von zehn Meilen aufgenommen werde und ich muß mich beeilen, um rechtzeitig anderswo hinzukommen. Wann soll ich da auf Arbeitssuche gehen? Und wenn ich jetzt nicht ins Asyl gehe, sondern versuche, etwas zu tun zu kriegen, so wird es Abend, ehe ich es weiß. Und dann stehe ich da, ohne zu wissen, wo ich schlafen soll. Kein Schlaf und nichts zu essen? Da soll es dann am nächsten Morgen gut gehen? Es bleibt mir nur übrig, mir die Nacht irgendwie in den Anlagen, um die Ohren zu schlagen. Das ist alles. Ja, so steht es mit mir. Ich bin alt und habe keine Aussicht, je wieder in die Höhe zu kommen. Hier ist früher ein Schlagbaum gewesen, erklärte der Kutscher. In alten Zeiten, als ich noch fuhr, habe ich hier oft Zoll zahlen müssen. Nach einer längeren Pause sagte der Zimmermann, ich habe seit zwei Tagen nichts zu essen gehabt, als drei Brötchen. Zwei davon aß ich gestern, das dritte heute. Ich habe heute gar nichts gekriegt, sagte der Kutscher. Ich bin ganz elend. Meine Beine tun so weh. Das Brot, das man in der Penne kriegt, ist so hart, daß man es nicht hinunterwirken kann, wenn man nicht einen halben Liter Wasser dazu trinkt, sagte der Zimmermann, um mich zu warnen. Und als ich ihn fragte, was Penne sei, antwortete er, die Penne, das ist so ein Wort, das der Pöbel gebraucht. Was mich am meisten erstaunte war, daß es ein Wort wie Pöbel in seinem Wortschatz gab. Ehe wir uns trennten, hatte ich erkannt, daß seine Sprache durchaus nicht gewöhnlich war. Ich fragte sie nach der Behandlung, die meiner wartete, wenn es mir glückte, ins Asyl in Poplar eingelassen zu werden, und ich erhielt viele interessante Auskünfte. Zuerst würde ich ein kaltes Bad erhalten, und zum Abendbrot würde ich sechs Unzen Brot und drei Teile Grütze kriegen. Drei Teile sind drei Viertel eines Halblitermaßes, und die Grütze besteht aus drei Maß Hafermehl in dreieinhalb Eimern warmen Wassers verrührt. Und dazu Milch und Zucker und einen silbernen Löffel, sagte ich. Nee, da brauchst du nicht bange zu sein. Du kannst Salz kriegen. Ich habe schon erlebt, daß man gar keinen Löffel bekam. Man mußte den Teller hochhalten und sich die Grütze in den Mund laufen lassen. So macht man's da. In Hockney bekommt man noch gute Grütze, sagte der Kutscher. Ja, prachtvoll, bestätigte der Zimmermann, und dann wechselten sie einen bereten Blick. In St. Georg ist es nur Mehl und Wasser, sagte der Kutscher. Der Zimmermann nickte. Er war offenbar überall gewesen. Und was dann, fragte ich? Ich erfuhr, daß man dann zu Bett geschickt würde, um halb sechs Uhr früh aufstehen müsse und zum Frühstück wieder etwas Grütze und sechs Unzen Brot bekäme. Manchmal bekommst du weniger, berichtigte der Kutscher. Ja, das stimmt, und das Brot kann so sauer sein, daß man es kaum runterkriegt. Anfangs konnte ich nichts davon essen. Jetzt könnte ich gut zwei Portionen bewältigen. Ja, und ich drei, sagte der Kutscher. Heute habe ich nicht einen Bissen in den Mund bekommen. Na, und? Dann mußt du dich früh an die Arbeit machen. Du mußt vier Pfund Werk pflücken und scheuern und schrubben oder Steine klopfen. Ich brauche keine Steine zu klopfen, weil ich über 60 bin. Aber dir hilft es nichts. Du bist jung und kräftig. Das Schlimmste, finde ich, ist, in eine Zelle eingeschlossen zu werden, um Werk zu pflücken. Das schmeckt zu sehr nach Gefängnis, brummte der Kutscher. Wenn man nun aber da übernachtet hat und sich dann weigert, Werk zu pflücken, Steine zu klopfen und überhaupt etwas zu tun, was dann, fragte ich. Das versuchst du kaum mehr als einmal. Dann kommst du ins Loch, antwortete der Zimmermann. Versuch bloß das nicht, mein Junge. Und zum Mittagessen fuhr er fort, acht Unzen Brot und anderthalb Unzen Käse. Dazu kaltes Wasser. Dann hast du deine Arbeit fertig zu machen und kriegst wieder Abendbrot, immer dasselbe. Dann ins Bett und am nächsten Morgen um sechs wirst du losgelassen, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Wir waren längst über die Meilenstraße hinausgekommen und trotteten durch eine Menge enger, krummer Straßen, bis wir das Asyl von Poplar erreichten. Auf einer niedrigen Steinmauer breiteten wir unsere Taschentücher aus und legten all unser Eigentum hinein, mit Ausnahme des Tabaks, der in den Strumpf glitt, und endlich, endlich, als das Licht von dem grau-gelben Himmel verschwand und ein kalter Windhauch über die Erde strich, standen wir drei Armenverlorenen mit unserem armseligen kleinen Bündel in der Hand vor dem Tor des Armenhauses. Drei junge Arbeiterinnen kamen vorbei, und die eine warf mir einen mitleidigen Blick zu. Ich sah ihr nach, und sie blieb stehen und sah mich wieder mitleidig an. Die alten Männer beachtete sie gar nicht. Großer Gott, mich bedauerte sie. Ich war doch jung, lebenskräftig und stark. Mit den beiden Alten, die bei mir waren, hatte sie kein Mitleid. Sie war ein junges Weib, und ich ein junger Mann. Und dieser Unterschied, der unwillkürlich ihr Mitleid bewirkte, verringerte gleichzeitig den Wert ihrer Gefühle. Mitleid mit alten Leuten ist ein uneigennütziges Gefühl, und alte Männer am Tor des Armenhauses sind überdies kein ungewöhnlicher Anblick. Deshalb zeigte sie mir mehr Mitgefühl als den anderen. Nicht in Ehren können sich die Grauköpfe sich in ihrem Grab in der Großstadt zur Ruhe betten. Auf der einen Seite des Eingangs befand sich ein Glockenzug, auf der anderen ein Klingelknopf. Zieh die Glocke, sagte der Kutscher. Und ich zog, wie ich an jedem beliebigen Glockenzug gezogen hätte. Oh, riefen sie ganz erschrocken, nicht so heftig. Sie sahen mich vorwurfsvoll an, als hätte ich jede Aussicht auf Bett und Grütze vernichtet. Niemand kam und öffnete. Ich hatte also glücklicherweise die falsche Glocke benutzt. »Drück auf den Knopf«, sagte der Zimmermann. »Nein, nein, warte ein bisschen«, rief der Kutscher. Und aus alledem wurde mir klar, dass der Torwart eines Armenasyls, der wohl im Allgemeinen ein jährliches Gehalt von sieben oder neun Pfund bezieht, eine sehr vornehme und bedeutungsvolle Persönlichkeit ist, die von den Armen nicht behutsam genug behandelt werden kann. Wir warteten, zehnmal so lange, wie es der Anstand erforderte, bis der Kutscher endlich bescheiden seinen Zeigefinger auf den Knopf setzte und so schwach und kurz wie möglich drückte. Ich habe Männer warten sehen, wenn es sich um Tod und Leben handelte. Aber auf den Gesichtern stand die Erwartung weniger deutlich geschrieben, als die Spannung, auf denen dieser beiden Männer, während wir warteten, ob der Pferdner öffnen würde. Endlich kam er. Er warf uns nur einen einzigen Blick zu. »Besetzt«, sagte er und schlug die Tür wieder zu. »Wieder eine Nacht«, stöhnte der Zimmermann. Der Kutscher sah bleich und elend aus. »Wohltätigkeit, ohne Ansehen der Person ist ein Fehlgriff«, sagen die Philanthropen. Ich beschloss, einen Fehlgriff zu begehen. »Komm und gib mir dein Messer«, sagte ich zu dem Kutscher und zog in eine dunkle Seitengasse. Er hielt er mich für einen Bauchaufschlitzer, der alte männliche Armenhäusler zu seiner Spezialität gemacht hatte. Oder er glaubte vielleicht, ich wollte ihn zum Mitschuldigen irgendeines verzweifelten Verbrechens machen. Jedenfalls fürchtete er sich. Aber wie man sich vielleicht erinnert, hatte ich, ehe ich aufbrach, ein Goldstück in die Achselhöhle meines Heizerhemdes genäht. Es sollte mein Reservefond sein, und jetzt hatte ich zum ersten Mal Lust, meine Zuflucht darin zu nehmen. Erst als ich mich wie ein Schlangenmensch verrenkt hatte, um zu zeigen, wo die Münze eingenäht war, konnte ich den Kutscher bewegen, mir zu helfen. Aber seine Hand zitterte dermaßen, daß ich fürchtete, er würde mich schneiden, und schließlich selbst das Messer nahm. Das Goldstück, ein Vermögen für ihre hungrigen Blicke, rollte heraus, und dann marschierten wir nach dem nächsten Kaffeehaus. Jetzt mußte ich Ihnen natürlich erzählen, daß ich eigentlich eine Art Forscher auf sozialem Gebiet war und das Leben der Armen studieren wollte. Und das hatte zur Folge, daß sie sofort ihrer Offenherzigkeit einen Riegel vorschoben. Ich war nicht mehr einer von Ihnen. Meine Rede war anders geworden, mein Tonfall hatte sich verändert. Kurz, ich gehörte zur Oberklasse, und dessen waren sie sich bewusst. Was wollt ihr haben, fragte ich, als der Kellner kam. Zwei Scheiben Brot und eine Tasse Tee, sagte der Kutscher bescheiden. Zwei Scheiben und eine Tasse Tee, sagte der Zimmermann, ebenso bescheiden. Wir wollen uns die Lage klar machen. Hier saß ich mit zwei Männern, die ich in das Kaffeehaus eingeladen hatte. Sie hatten gesehen, daß ich einen Pfund Sterling in Gold besaß, und wußten also, daß ich nicht arm war. Der eine hatte den ganzen Tag nichts als ein Brötchen zu einem halben Penny gegessen, der andere überhaupt nichts. Und jetzt baten sie mich um zwei Scheiben Brot und eine Tasse Tee. Was sie verlangten, kostete zwei Pens. Es war dieselbe Demut, die ihr Auftreten auch dem armen Hauspförtner gegenüber gekennzeichnet hatte. Aber mir gefiel das nicht. Allmählich brachte ich sie dazu, mehr zu bestellen. Eier, Speck, noch mehr Eier, mehr Speck, mehr Tee und mehrere Stück Butterbrot. Sie sagten immer, daß sie nicht mehr haben wollten, verschlangen es jedoch gierig, so schnell es gebracht wurde. »Das ist meine erste Tasse Tee seit 14 Tagen,« sagte der Kutscher. »Eine herrliche Tasse Tee,« sagte der Zimmermann. »Sie tranken jeder zwei halbe Liter, und ich gebe euch mein Wort darauf, daß es das reine Spülwasser war. Es hatte weniger Ähnlichkeit mit Tee als Weißbier mit Sekt. Es war Spülwasser und erinnerte an Tee, nicht im geringsten.« Es war interessant, die Wirkung des Essens auf sie zu beobachten. Anfangs waren sie melancholisch und sprachen von den verschiedenen Zeiten, in denen sie an Selbstmord gedacht hatten. Der Kutscher hatte vor kaum einer Woche auf einer Brücke gestanden, ins Wasser hinabgesehen und hineinspringen wollen. Das Wasser war nach Ansicht des Zimmermanns nicht das beste Mittel. Er wußte, daß er kämpfen würde, um sich zu retten. Eine Kugel war viel leichter, aber wo in aller Welt sollte er einen Revolver hernehmen? Das war das Schwierigste. Je mehr der Tee sie belebte, desto offenherziger wurden sie, und desto mehr begannen sie von sich zu reden. Der Kutscher hatte seine Frau und seine Kinder begraben müssen, mit Ausnahme eines Sohnes, der herangewachsen und ihm zur Hand gegangen war. Da aber geschah das Unglück. Der Sohn starb plötzlich im Alter von 31 Jahren an den Pocken. Kurz darauf mußte der Kutscher selbst auf drei Monate ins Krankenhaus, und dann war es aus mit ihm. Als er entlassen wurde, war er schwach und niedergebrochen. Sein junger, starker Sohn war tot, sein kleines Geschäft vernichtet, und er besaß nicht einen Penny. Das Unglück war über ihn hereingekommen, und es gab keine Hoffnung mehr für einen alten Mann. All seine Freunde waren ebenso arm wie er. Als die Stadt die Krönungsfestlichkeiten vorbereitete, hatte er versucht, ein wenig Arbeit zu bekommen. Aber ich wurde schließlich ganz krank davon, daß ich immer wieder dieselbe Antwort zu hören bekam. Nein, nein, nein. Das klang ihm nachts noch in den Ohren, wenn er zu schlafen versuchte. Noch vorige Woche hatte er sich auf eine Anzeige in Hockney vorgestellt, aber als er sein Alter angab, hatte man ihm wieder geantwortet, daß er zu alt sei. Viel zu alt. Der Zimmermann war der Sohn eines Soldaten. Sein Vater hatte zweiundzwanzig Jahre lang gedient. Auch seine beiden Brüder waren ins Heer eingetreten. Der eine, der es zum Hosaren-Wachtmeister brachte, starb nach dem Aufruhr in Indien. Der andere, der neun Jahre gedient hatte, lag in Ägypten begraben. Aber kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand, sagte er, und riß das Hemd auf. Ich bin reif fürs anatomische Museum. Ich schwinde dahin, werde zu nichts aus Mangel an Nahrung. Fühlen Sie nur meine Rippen. Ich steckte die Hand unter sein Hemd und fühlte. Die Haut spannte sich wie Pergament über die Rippen, und das Gefühl, daß ich hatte, kann nur mit dem verglichen werden, daß man hat, wenn man die Hand über ein Waschbrett gleiten läßt. Ich habe sieben gesegnete Jahre gehabt, sagte er, eine gute Frau und drei reizende Mädchen. Aber sie sind alle gestorben. Die Mädchen starben alle im Lauf von 14 Tagen an Scharlach. Jetzt, glaube ich, sagt der Kutscher, um das Gespräch auf einen angenehmeren Gegenstand zu bringen, wäre es mir unmöglich, morgen früh ein Armenhausfrühstück zu essen. Nein, das könnte ich auch nicht, gestand der Zimmermann, und sie begannen, die Essensfrage zu erörtern und erzählten von den leckeren Gerichten, die ihre Frauen ihnen seinerzeit bereitet hatten. Ich hatte jetzt drei Tage hintereinander gefastet, sagte der Kutscher. Und ich, fünf, fügte sein Kamerad düster hinzu. Fünf Tage, ohne etwas anderes in den Magen zu kriegen, als ein Stück Apfelsinenschale. Das kann ein Mensch, wenn er so heruntergekommen ist, nicht vertragen. Es wäre fast mein Tod geworden. Manchmal, wenn ich nachts auf der Straße ging, wurde ich so verzweifelt, daß ich zu allem imstande gewesen wäre. Wenn es aber morgen wurde, stand ich schlaff vor Hunger da und konnte keiner Katze etwas zu leide tun. Als ihre Lebensgeister durch die Zufuhr neuer Nahrung ein wenig erwachten, begannen sie, aus sich herauszugehen und sich über Politik zu verbreiten. Ich muß gestehen, daß sie über Politik genauso gut wie ein Durchschnittsmensch der Mittelklasse sprachen, und ich habe verschiedene Angehörige des Mittelstandes gehört, die weniger davon verstanden. Was mich in Erstaunen setzte, war, wie viel sie von der Welt in Bezug auf Geografie, Völker und Geschichte der neueren Zeit wußten. Wie gesagt, dumm waren sie nicht, die beiden. Sie waren nur alt, und es war ein Jammer, daß ihre Kinder nicht aufgewachsen waren und ihnen ein Plätzchen an ihrem Herde geben konnten. Noch eine kleine Beobachtung machte ich, als ich mich an der Ecke von ihnen verabschiedete, nachdem ich sie mit ein paar Schilling unter sicheren Aussicht auf ein Bett beglückt hatte. Als ich mir eine Zigarette angesteckt hatte und das brennende Streichholz wegwerfen wollte, streckte der Kutscher die Hand danach aus. Ich wollte ihm ein anderes anzünden, aber er sagte, »Das ist nicht nötig, man soll nie verschwenden.« Und während er sich die Zigarette anzündete, die ich ihm gegeben hatte, beeilte sich der Zimmermann, seine Pfeife zu stopfen, um von demselben Streichholz profitieren zu können. »Ja, es ist falsch, etwas wegzuwerfen,« sagte der Kutscher. »Ja, gewiß,« sagte der Zimmermann. »Ja, gewiß,« sagte ich, und dachte dabei an die Waschbrettrippen, über die ich meine Hand hatte geleiten lassen. Im Arbeitshaus Mein Körper verzeihe mir all die Häßlichkeit, durch die ich ihn geschleppt, und mein Magen die Unsauberkeit, die ich ihm geboten habe. Ich bin in der Penne gewesen, habe dort geschlafen und gegessen und bin durchgebrannt. Nach meinen zwei missglückten Versuchen, in das Arbeiterasyl von Whitechapel einzudringen, wußte ich, daß ich früh beginnen mußte, und schon vor drei Uhr nachmittags schloß ich mich der traurigen Reihe der Wartenden an. Die Herberge wurde nicht vor sechs geöffnet, und doch war ich der zwanzigste. Es hieß, daß nur 22 eingelassen werden würden. Gegen vier Uhr warteten vierunddreißig Mann. Die letzten zehn klammerten sich offenbar an die Hoffnung, daß ein Wunder geschehen sollte. Es kamen immer wieder neue, die die wartende Schar sahen und wieder gingen, als sie sich darüber klar geworden waren, daß die Penne voll war. Die Unterhaltung verlief anfangs etwas träge, dann aber entdeckte der, welche an der einen Seite von mir stand, daß er mit dem auf meiner anderen Seite zusammen im Pocken-Hospital gelegen hatte. Da es voll gewesen war, sechzehnhundert Patienten hatten sie sich jedoch nicht näher kennengelernt. Jetzt aber holten sie das Versäumte nach, sprachen miteinander und verglichen die widerwärtigen Erscheinungen ihrer Krankheit auf die kaltblütigste und offenste Art. Ich erfuhr, daß im Durchschnitt einer von sechs starb, daß der eine von ihnen drei Monate lang gelegen hatte, der andere drei und einen halben Monat, und daß sie fast bei lebendigem Leibe verfault waren. Ich merkte, daß ich eine Gänsehaut bekam, und fragte sie, seit wann sie wieder draußen waren. Der eine war vor zwei, der andere vor drei Wochen entlassen worden. Ihre Gesichter hatten schreckliche Narben, obwohl jeder dem anderen versicherte, daß ihm nichts mehr anzusehen sei, und sie zeigten mir, daß auf ihren Händen und unter den Nägeln noch Pockenbeulen saßen. Der eine von ihnen drückte sogar, um mich zu ergötzen, eine der kleinen Pocken aus, daß der Eiter aus seinem Fleisch sprang. Ich versuchte, mich in meinen Kleidern ganz klein zu machen, und klammerte mich an eine inbrünstige, wenn auch leise Hoffnung, daß nichts davon mich getroffen hätte. Beide Männer waren durch die Pocken an den Bettelstab gebracht worden. Sie hatten beide, als sie angesteckt wurden, Arbeit gehabt. Bei ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus waren sie ganz auf dem Hund, und hatten keine andere Aussicht als einen verzweifelten Kampf, um wieder Arbeit zu bekommen. Bisher war es ihnen missglückt, und nun standen sie hier, um nach drei Tagen und Nächten auf der Straße zu versuchen, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Offenbar wird unter der armen Bevölkerung Londons nicht nur der Alternde für sein unverschuldetes Missgeschick bestraft, sondern auch jener, der von Krankheit oder einem Unfall betroffen wird. Später sprach ich mit einem Manne, der Ingwer genannt wurde. Er stand ganz vorne in der Schar, woraus hervorging, daß er mindestens seit ein Uhr gewartet haben mußte. Vor einem Jahre hatte er bei einem Fischhändler gearbeitet und sich an einer Kiste mit Fischen verhoben. Es zersprang etwas in ihm, und er lag da mit dem Kasten. Im ersten Krankenhaus, wohin man ihn sofort brachte, sagte man, es sei ein Muskelriss, man behandelte ihn, daß die Schwellung zurückging und gab ihm etwas Vaseline zum Einreiben. Man behielt ihn vier Stunden da und schickte ihn dann wieder weg. Nach einigen Stunden fiel er wieder um. Diesmal kam er in ein anderes Krankenhaus und wurde zusammengeflickt. Das Schlimmste war, daß sein Arbeitgeber tatsächlich nichts für diesen Mann tat, der in seinen Diensten zu Schaden gekommen war. Ja, sich sogar, als er aus dem Krankenhaus entlassen war, weigerte, ihm hin und wieder leichtere Arbeit zu geben. Ingwer ist jetzt erledigt. Seine einzige Möglichkeit, sich seinen Unterhalt zu verdienen, war schwere Arbeit. Dazu ist er nicht mehr imstande. Und von jetzt an bis zu seinem Tode hat er nur noch Aussicht auf Armenhäuser, öffentliche Speisungen und die Straße. Ein Unfall hat ihn betroffen, das ist alles. Er hob eine zu schwere Glastfische und das Konto des Glücks wurde in den Büchern seines Schicksals abgeschlossen. Ich war der Seemann, der Kleider und Geld verloren hatte, und sie hatten alle Mitleid mit mir und erteilten mir gute Ratschläge. Vor allem sollte ich mich vor Städten wie die Pennehüten sehen, wieder an die Küste zu gelangen und mit einem Schiff wegzukommen. Ich sollte versuchen, Arbeit zu finden und einen Pfund zu verdienen, um den Obersteward zu bestechen, daß er mir erlaubte, mich hinüberzuarbeiten. Sie priesen meine Jugend und Stärke, die mir wohl bald aus dem Lande helfen würde. Das waren Eigenschaften, die ihnen selbst fehlten. Das Alter und die Not, diese englische Krankheit, hatten sie zu Boden geschlagen und für sie war das Spiel ausgespielt und verloren. Einer erzählte, er habe die letzten paar Jahre als Koch gearbeitet, aber die lange Arbeitszeit, wie die Arbeit selbst, waren so aufreibend, daß er sie niedergelegt hatte. Ich hatte mir etwas Geld gespart, aber es ging drauf, während ich mich nach einem anderen Posten umsah, erklärte er. Es war das erste Mal, daß er sich vor der Penne aufstellte und das nur, um sich ein bisschen auszuruhen. Sobald das geschehen war, wollte er zu Fuß nach Bristol, etwa 110 Meilen weit, von wo er mit einem Schiff nach Amerika zu kommen hoffte. Ich entsinne mich wie ein Kutscher, der wohl von der Arbeit heimkehrte, seinen Wagen gerade vor uns anhielt, damit sein hoffnungsvoller Sprössling, der ihm entgegengelaufen war, zu ihm heraufkrabbeln konnte. Aber der Wagen war groß und der Junge klein und sein Versuch, hinaufzukommen, missglückte immer wieder. Da trat einer der zerlumpten Männer aus der Reihe und hob den Jungen hoch. Der Kernpunkt hierbei ist, daß hier eine Liebestat geübt wurde. Der Kutscher war arm, und das wußte der andere, aber er reichte ihm trotzdem eine helfende Hand, und der Kutscher dankte ihm, wie sie und ich einander gedankt hätten. Einen anderen schönen Zug beobachtete ich bei einem Hopfenpflücker und seiner Alten. Er stand eine halbe Stunde in der Reihe, als die Alte zu ihm kam. Sie war verhältnismäßig gut gekleidet, und sie trug einen verblichenen Hut auf ihrem grauen Kopf und ein Sackleinenbündel auf dem Arm. Während sie sich unterhielten, streckte er die Hand aus, faßte eine kleine Strähne verblichenen Haares, die sich gelöst hatte, drehte sie zwischen den Fingern und strich sie ihr hinters Ohr. Man kann viele Schlüsse aus diesem kleinen Zug ziehen. Er liebte sie sicher, da er wollte, daß sie hübsch und nett aussah. Er war stolz auf sie, während wir hier vor dem Armenhaus standen, und er wollte gern, daß die anderen Unglücklichen fänden, daß sie gut aussah. Vor allem aber zeugte es von treuer Ergebenheit, denn kein Mann zerbricht sich den Kopf darüber, ob eine Frau, für die er sich nicht interessiert, hübsch und nett ist. Es könnte ihm nicht einfallen, auf ihr Aussehen stolz zu sein. Ich wunderte mich, daß dieser Mann und diese Frau, die nach dem, was sie sprachen, schwer arbeiteten, es für nötig hatten, hierher zu kommen. Er war ja stolz, stolz auf seine Frau und stolz auf sich. Als ich ihn fragte, was ich seiner Meinung nach als Anfänger mit Hopfenpflücken verdienen könnte, betrachtete er mich und sagte, das hänge von den Umständen ab. Viele wären zu langsam. Ein Mann, der Geld verdienen wollte, müßte seinen Kopf gebrauchen und schnelle Finger haben. Er und seine Frau kämen schon durch, denn sie arbeiteten zusammen und schliefen nicht bei der Arbeit. Aber sie hätten auch vieljährige Übung. Ein Mann in der Reihe fiel ein. Ich hatte einen Kameraden, der voriges Jahr zum ersten Mal pflückte und mit zweieinhalb Pfund in der Tasche nach einem Monat heimkam. Da siehst du, sagte der Hopfenpflücker mit einer Welt von Bewunderung in seiner Stimme. Er war direkt dazu geboren. Zwei Pfund zehn Schilling, wenn man direkt dazu geboren ist. Und dann muß man nachts draußen schlafen, ohne Decken und leben. Gott weiß wovon. Ich glaube, ich muß dankbar sein, daß ich nicht direkt für etwas geboren bin, nicht einmal zum Hopfenpflücken. Der Pflücker gab mir verschiedene gute Ratschläge betreffs Anschaffung der notwendigen Ausstattung für das Geschäft. Hört zu, ihr warmherzigen, sanften Menschen, gesetzt. Ihr solltet lieber in der Großstadt London scheitern. Wenn du nicht Blechgeschirr und Kocheinrichtung hast, mußt du von Brot und Käse leben. Das taugt nichts. Du mußt Tee und Gemüse und hin und wieder ein bisschen Fleisch haben, wenn du etwas schaffen willst, das wirklich Arbeit genannt werden kann. Ich will dir sagen, was du tun musst, mein Junge. Mache morgen eine Runde und sieh in den Mülleimer nach. Du wirst schon Blechgeschirr finden. Es gibt manchmal feine Dinge darunter. Meine Alte und ich, wir kamen auch auf diese Weise dazu. Er zeigte auf das Bündel, das sie trug, und nickte mir zuversichtlich und freundlich zu, als sei er sicher, dass ich schon Geld verdienen und durchkommen würde. Dieser Überzieher ist so dick wie eine Decke, fuhr er fort, und zeigte mir das Futter, damit ich sehen sollte, wie dick es war. Und wer weiß, ob ich nicht eines Tages eine richtige Decke finde. Die alte Frau nickte wieder strahlend, sicher, dass er bald eine Decke finden würde. Hopfenpflücken nenne ich ein reines Vergnügen, schloß er, eine leichte Art, zwei bis drei Pfunde zu verdienen, um etwas für den Winter zu haben. Das Einzige, was ich nicht mag, hier wurde der Ton bedeutend kleinlauter, ist das Herumlaufen. Es war klar, daß dieses Paar das Gewicht der Jahre zu fühlen begann, und ich sah auf ihr graues Haar und dachte zehn Jahre voraus in die Zukunft und was dann aus ihnen werden mochte. Die Straße, in der wir standen, war von Mauer zu Mauer kaum zwanzig Fuß breit. Die Bürgersteige waren drei Fuß breit. Es war eine Wohnstraße, jedenfalls führten einige Arbeiter mit ihren Familien eine Art Dasein in den Häusern gegenüber. Und jeden Tag von eins bis sechs war unsere zerlumpte Schar alles, was sie von ihren Fenstern und Türen aus sehen konnten. Gerade gegenüber saß ein Arbeiter in seiner Tür, ruhte sich aus und schöpfte Luft nach der Mühe des Tages. Seine Frau tat heraus, um mit ihm zu reden. Er mußte aufstehen, da nicht zwei in der Tür sitzen konnten. Ihre kleinen Kinder krabbelten zu ihren Füßen herum. Weniger als zwanzig Fuß von ihnen entfernt standen die armen Häusler. Weder für den Arbeiter noch für den Armen gab es so etwas wie ein Privatleben. Rings um uns spielten die Kinder der Nachbarschaft. Unsere Anwesenheit war ihnen nichts Ungewöhnliches. Wir gehörten hierher, wie die Steinmauern und Türschwellen der benachbarten Häuser. Seit ihrer Geburt sahen sie die Schar von der Penne. Solange sie sich erinnerten, hatte sie dagestanden. Um sechs Uhr rückte die Reihe vor und wir kamen je zu dritt hinein. Der Vorsteher notierte blitzschnell unsere Namen, Alter, Stellung, Geburtsort, jetzige Stellung und die Unterkunft der letzten Nacht. Als ich mich umdrehte, drückte mir zu meiner Überraschung ein Mann etwas in die Hand, das mich an einen Mauerstein erinnerte und gleichzeitig rief er mir ins Ohr, Messer, Streichhölzer und Tabak. Nein, log ich wie alle anderen, die hineinkamen. Als ich in den Keller ging, betrachtete ich den Mauerstein in meiner Hand und mußte einräumen, daß man die Sprache verfälschen mußte, um ihn »Brot« zu nennen. Im Keller war nur schwaches Licht, und ehe ich es wußte, hatte ein anderer Beamter mir einen kleinen Topf in die Hand gesteckt. Dann tastete ich mich in ein noch dunkleres Zimmer, das voll von Tischen, Bänken und Menschen war. Es roch schrecklich, und das gedämpfte Licht und das Geräusch der murmelnden Stimmen aus der Dunkelheit erweckten Vorstellungen zum Vorhof der Hölle. Die meisten Männer hatten schlimme Füße, und ehe sie essen sollten, zogen sie die Schuhe aus und wickelten die schmutzigen Lappen ab, in die sie die Füße gewickelt hatten. Das machte die ganze Szenerie noch widerwärtiger. Ich mußte jetzt für einen großen Irrtum büßen, dessen ich mich schuldig gemacht hatte. Ich hatte vor fünf Stunden gut zum Mittag gegessen und hätte mindestens ein paar Tage fasten müssen, um dem Essen, das mir jetzt geboten wurde, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der kleine Topf war mit drei Achtelliter Grütze gefüllt, die in diesem Fall aus Maismehl und warmem Wasser bestand. Die Männer stippten ihre Brote in einige Haufen Salz, die auf dem schmutzigen Tisch gestreut waren. Ich versuchte es ebenso zu machen, aber das Brot blieb mir im Halse stecken und mir fiel das Wort des Zimmermanns ein. Das Brot in der Pen ist so hart, dass man einen halben Liter Wasser dazu trinken muß. Ich begab mich in eine finstere Ecke, wo ich die anderen hatte hingehen sehen, und hier fand ich Wasser. Dann ging ich wieder zu meiner Grütze zurück. Sie war dick, ungewürzt, klumpig und bitter. Sie war übelkeiterregend. Ich kämpfte männlich gegen die Übelkeit an, aber sechs mundvoll war alles, was ich hinunterbringen konnte. Mein Nebenmann aß seine eigene Portion und meine noch dazu, kratzte unsere beiden Töpfe aus und sah sich gierig nach noch mehr um. Ich traf einen Herrn, der mir etwas zu essen gab, erklärte ich. Ich habe seit gestern Morgen keinen Bissen gekriegt, antwortete er. Glaubst du, dass es mit dem Tabak gehen wird, fragte ich, ob sie etwas merken? Bewahre, antwortete er, da brauchst du nicht bange zu sein. In der Beziehung ist das hier die beste Penne. Du solltest die anderen kennen, da untersuchen sie einen Biss auf die Haut. Als die Töpfe ausgekratzt waren, begann unsere Unterhaltung in Gang zu kommen. Der Verwalter hier schreibt immer Unsinn über uns in den Zeitungen, erklärte der Mann, der neben mir saß. Was schreibt er denn, fragte ich. Ach, er sagt, wir taugen zu nichts und sind eine Bande Räuber und Schurken, die nicht arbeiten wollen. Er tischt immer wieder die alten Geschichten auf, die ich jetzt seit zwanzig Jahren gehört habe. Aber in Wirklichkeit habe ich nie etwas davon gesehen. Das Letzte, was ich von ihm las, handelte von einem Strolch, der aus der Penne kam und eine Brotkruste in der Tasche hatte. Jedes Mal, wenn er einen netten alten Herrn anspazieren kommen sah, warf er die Kruste in den Rindstein und bat den alten Herrn, ihm seinen Spazierstock zu leihen, um sie herauszufischen. Dann gab der alte Herr ihm sechs Pens. Ein Sturm von Beifall begrüßte die geschickt angebrachte dumme Geschichte und dann erklang zornig irgendwoher aus der Dunkelheit eine andere Stimme. Es ist jetzt viel die Rede davon, dass man auf dem Lande leicht durchkommen kann. Gott weiß, wo das ist. Ich komme gerade von Dover. Da gönnt einem keiner einen Schluck Wasser, geschweige denn etwas zu essen. Es gibt viele, die nie aus Kent herauskommen, sagte eine neue Stimme, und die leben doch im Vollen. Ich bin durch Kent gekommen, antwortete die erste Stimme, und Gott verfluche mich, wenn mir jemand doch nur eine Brotkruste gegeben hat. Im Übrigen habe ich gemerkt, dass Kerle, die damit prahlen, wie viel sie sich erbetteln können, sich schön über die Grütze hermachen, wenn sie in die Penne kommen. Es gibt Burschen hier in London, sagte ein Mann mir gegenüber am Tische. Die kriegen, was sie brauchen, ohne je auf dem Lande arbeiten zu müssen. Sie bleiben das ganze Jahr in London und denken auch nie daran, sich vor neun, zehn Uhr abends ein Bett zu verschaffen. Der ganze Chor bestätigte diese Äußerung. Aber sie sind auch verflucht gerissen, die Kerle, fügte eine bewundernde Stimme hinzu. Ja, bei Gott, das sind sie, sagte ein anderer. Aber so können wir nicht alle sein, das muß einem angeboren sein. Die Burschen haben von Geburt an Wagentüren geöffnet und Zeitungen auf der Straße verkauft, und ihre Eltern haben dasselbe getan. Es ist alles Übung. Du und ich, wir würden dabei verhungern. Der Chor bestätigte auch diese Äußerung, sowie eine weitere, daß es arme Teufel gäbe, die das ganze Jahr hindurch nichts anderes zu essen bekommen, als Grütze und Brot im Arbeitshaus. Ich habe einmal in der Stratford-Penne eine halbe Krone verdient, erklärte eine neue Stimme. Sofort wurde es still. Alle lauschten auf die wunderbare Begebenheit. Wir sollten zu dritt Steine klopfen. Es war Winter, und wir froren ganz schrecklich. Die anderen sagten, sie wollten ewig verdammt sein, wenn sie auch nur einen Stein zerklopften, und sie taten es auch nicht. Ich aber machte mich dran, um Wärme in den Leib zu kriegen. Und dann kamen die Aufseher, und die beiden anderen wurden auf vierzehn Tage eingesperrt. Als die Aufseher aber sahen, was ich geschafft hatte, gaben sie mir jeder sechs Pens. Die meisten, nein, alle, hassten das Asyl und kamen nur hin, wenn sie nicht mehr ein- und auswußten. Hatten sie sich ausgeruht, dann konnten sie zwei oder drei Nächte auf der Straße bleiben. Aber dann mußten sie wieder hin. Gegen sieben wurden wir nach oben gerufen, um zu baden und ins Bett zu gehen. Wir zogen uns aus, stopften das Zeug in den Mantel, banden den Hosenriemen herum und warfen unsere Lumpen dann in einen einzigen großen Haufen auf den Fußboden. Eine reizende Art, um unsere Läuse durcheinander zu bringen. Dann kamen wir zu zweit und zweit in den Baderaum, wo zwei Wannen standen. Und soviel ist sicher, daß die beiden vor uns sich in demselben Wasser gewaschen hatten wie wir. Und es wurde auch nicht erneuert, ehe die Nächsten kamen. Und ich bin ebenso fest davon überzeugt, daß alle zweiundzwanzig sich in demselben Wasser wuschen. Ich tat, als wüsche ich mich in diesem zweifelhaften Napf. Dann rieb ich mich schleunigst mit einem Handtuch ab, das nass von den Leibern der anderen war. Es beruhigte mich nicht gerade, als ich sah, daß der Rücken von dem einen armen Teufel eine einzige blutige Masse vom Angriff der Läuse und seinem ewigen Kratzen war. Man reichte mir ein Hemd, das sicher schon mehrere vor mir angehabt hatten. Und dann trottete ich mit ein paar Decken unter dem Arm in den Schlafsaal. Der Saal war ein langer, schmaler, durch zwei eiserne Stangen geteilter Raum. Zwischen den Stangen hingen, nicht etwa Hängematten, sondern einige Stücke Leinwand, sechs Fuß lang und weniger als zwei Fuß breit. Das waren die Betten. Sie waren nur sechs Zoll voneinander entfernt und hingen nur acht Zoll über dem Fußboden. Dazu hatte man die Schwierigkeit zu überwinden, daß das Kopfende höher als das Fußende war, so daß man immer wieder herabglitt. Sobald ein Mann sich rührte, wurden alle anderen Kojen auch in Bewegung gesetzt und jedes Mal, wenn ich gerade einschlafen wollte, mühte sich irgendeiner ab, die Lage wieder einzunehmen, aus der er herabgeglitten war. Mehrere Stunden vergingen, ehe der Schlaf mich überwältigte. Es war erst sieben Uhr, als wir zur Ruhe gingen, und das Geschrei und Gebrüll der Kinder auf der Straße dauerte fast bis um Mitternacht. Der furchtbare Gestank war erstickend, meine Fantasie begann zu arbeiten, und ich fühlte ein Kribbeln am Körper, daß ich fast wahnsinnig wurde. Grunzen, Brummen und Schnarchen ertönten wie von einem furchtbaren Meeresungetüm. Und mehrmals weckte einer von uns alle übrigen, wenn er, vom Alpdruck geplagt, plötzlich schrie und heulte. Bei Tagesanbruch wurde ich dadurch geweckt, daß eine Ratte oder ein ähnliches Tier mir über die Brust kroch. Auf der Grenze zwischen Schlafen und Wachen, ehe ich noch meiner Herr werden konnte, stieß ich ein Gebrüll aus, das Tote erweckt hätte. Jedenfalls weckte ich die Lebenden, und sie verfluchten mich von allen Seiten wegen meines Mangels an Lebensart. Endlich brach der Morgen an, und um sechs gab es Frühstück, Brot und Grütze, die ich weitergehen ließ. Dann wurden wir über unsere Arbeit unterrichtet. Acht von uns wurden nach dem Krankenhaus von Whitechapel gebracht, wo wir reinmachen mußten. Auf diese Art mußten wir für die Grütze unter Stückchen Leinen bezahlen, und so viel weiß ich jedenfalls, daß ich weit mehr dafür bezahlte, als es wert war. Rühr das nicht an, Kamerad, die Krankenschwester hat gesagt, daß es lebensgefährlich ist, warnte mein Arbeitsgenosse mich, während ich einen Sack hielt, in den er einen Abfalleimer leerte. Diesen Sack und mehrere andere mußte ich fünf Stockwerke hinunterschleppen und in einen großen Behälter schütten, wo alles schnell mit einer desinfizierenden Flüssigkeit besprengt wurde. Wir sprengten mit der desinfizierenden Flüssigkeit beim Leichenhause, als der Leichenwagen erschien und fünf Leichen holte. Da kam das Gespräch auf das weiße Pulver und die schwarze Mixtur, und ich erfuhr, daß alle sich einig waren, daß arme Männer und Frauen, die dem Krankenhaus besondere Mühe machten oder für unheilbar erklärt worden waren, einfach expediert wurden. Sie bekamen schwarze Mixtur oder weißes Pulver und wurden in die Ewigkeit geschickt. Ob das stimmt, ist von untergeordneter Bedeutung. Die Hauptsache ist, daß es allgemein geglaubt und durch die Worte schwarze Mixtur, weißes Pulver und expediert ausgedrückt wurde. Gegen acht wurden wir in einen Keller geführt und erhielten Tee und allen möglichen Abfall vom Hospitalessen. Der Abfall war auf einem mächtigen Teebrett aufgehäuft. Brotscheiben, Fettklumpen, Fleischstücke, die angebrannte Schwarte von einem Braten, Knochen, kurz alle Überreste, die von den Mündern und Fingern der vielen an verschiedenen Krankheiten leitenden Patienten berührt worden waren. Die Männer bohrten ihre Hände in diese Masse, gruben und suchten darin herum, wendeten und drehten sie, verschmähten oder griffen gierig zu. Es sah furchtbar aus. Schweine hätten es nicht häßlicher tun können. Aber die armen Teufel waren hungrig. Sie fraßen wild vom Schweinefutter, und als sie nichts mehr in sich hineinstopfen konnten, banden sie das, was übrig war, in ihre Taschentücher und steckten es unter ihr Hemd. Was meinst du, was ich das letzte Mal hier draußen gefunden habe, sagte Ingwer zu mir. Eine ganze Menge Karbonadenknochen. Mit draußen, meinte er die Stelle, wo alles faule Zeug mit desinfizierender Flüssigkeit besprengt wurde. Es saß noch eine Menge daran, lauter schieres Fleisch, und ich nahm es schnell und war mit einem Sprung auf der Straße. Ich wollte sehen, ob ich nicht in aller Eile jemanden fand, dem ich es geben konnte. Aber es war keine Menschenseele zu sehen. Und ich schoß davon wie ein Verrückter und der Aufseher hinter mir her, in dem Glauben, daß ich durchbrennen wollte. Aber ehe er mich einholen konnte, erwischte ich eine alte Frau und stopfte ihr die Karbonaden in die Schürze. O Barmherzigkeit, o Wohltätigkeit, steigt tief hinab ins Arbeitshaus und nehmt Unterricht bei Ingwer. In der Tiefe des Abgrundes handelte er so edel und menschlich, wie wir es je über dem Abgrund getan. Das war brav von Ingwer, und selbst wenn die arme Frau von dieser Menge schieren Fleisches an den Karbonadenknochen krank geworden ist, so war es doch eine schöne Tat. Das Auffallendste daran ist meiner Meinung nach jedoch, daß der arme Ingwer sich wie ein Verrückter benahm bei dem Gedanken, daß so viel Essen vergeudet werden sollte. Wer diese Arbeitshäuser aufsucht, bleibt in der Regel zwei Nächte und einen Tag. Aber ich hatte mehr als genug gesehen. Ich hatte mein Stück Leinen und meine Grütze teuer genug bezahlt und schickte mich an, fortzulaufen. Komm, lass uns sehen, hinauszukommen, sagte ich zu einem meiner Kameraden und zeigte auf das Tor, das hinter einem Leichenwagen noch nicht geschlossen war. Um vierzehn Tage zu kriegen? Nein, sie fangen uns nicht. Ich bin hergekommen, um mich auszuruhen, sagte er sanft, und noch eine Nacht Schlaf wird mir nichts schaden. Diese Auffassung teilten sie alle, so daß mir nichts übrig blieb, als allein durchzubrennen. Dann kannst du nie wieder herkommen und ein Bett kriegen, warnten sie mich. Nein, glücklicherweise rief ich mit einer Freude, die sie nicht faßten. Dann schlüpfte ich zum Tor hinaus und ging auf die Straße. So schnell ich konnte, eilte ich heim in mein Zimmer, zog mich um, und kaum eine Stunde nach meiner Flucht lag ich in einem türkischen Bad und schwitzte alle Krankheitskeime und was ich sonst mitgebracht haben mochte, aus. Nächtliche Wanderung Die Fahne tragen bedeutet, die ganze Nacht auf der Straße zu sein. Und so hisste ich die Fahne und ging, um zu sehen, was es zu sehen gäbe. Überall in dieser Stadt sind Männer und Frauen die ganze Nacht auf der Straße. Ich wählte West End, machte den Lesterplatz zum Ausgangspunkt und begab mich auf die Forschungsreise von der Thämse-Promenade bis zum Hyde-Park. Es regnete in Strömen, die Theater waren geradeaus, und die eleganten Scharen, die herausquollen, konnten schwer Wagen finden. Die Straßen standen zwar voller Wagen, aber die meisten waren besetzt. Und jetzt erlebte ich den verzweifelten Kampf der zerlumpten, obdachlosen Männer und Knaben, um sich ein paar Groschen für eine Unterkunft zu verdienen, indem sie Herren und Damen, die in Verlegenheit waren, Wagen verschafften. Ich gebrauche absichtlich das Wort verzweifelt, denn diese armen, obdachlosen Menschen liefen Gefahr, bis auf die Haut durchnäßt zu werden, in der Hoffnung, sich ein Bett zu verdienen, und die meisten von ihnen wurden durchnäßt, ohne hinterher ein Bett zu bekommen. Eine Unwetternacht in nassen Kleidern, zumal, wenn man im Voraus durch mangelhafte Kost geschwächt ist, ist wohl das Schwerste, was ein Mensch je erleben kann. Ich bin, gut ernährt und warm gekleidet, einen ganzen Tag bei minus 76 Grad Fahrenheit gereist. Es war ein Klondike, und, wenn ich auch litt, so war es doch nichts im Vergleich mit den Leiden eines Menschen, der eine Nacht auf den Londoner Straßen die Fahne tragen muß, wenn er hungrig, schlecht gekleidet und bis auf die Haut durchnäßt ist. Als das Theaterpublikum sich verlaufen hatte, wurden die Straßen öde und still. Man sah nur den allgegenwärtigen Schutzmann, der den Schein seiner Laterne in alle Haustüren und Gänge fallen ließ, und außerdem einige Männer, Frauen und Knaben, die Schutz vor Sturm und Regen suchten, indem sie sich eng an die Häuser drückten. Nur Piccadilly war nicht so verlassen wie die anderen Straßen. Hier waren die Bürgerstreike von elegant gekleideten Damen ohne Begleiter belebt. Eben die Arbeit, sich einen Begleiter zu kapern, war das belebende Moment für sie. Gegen drei Uhr war die letzte der Frauen verschwunden, und nun war auch diese Straße verödet. Nach halb zwei wurde der anhaltende Regen von einzelnen Schauern abgelöst. Die Obdachlosen krochen aus ihren Schlupfwinkeln hervor und gingen auf und ab, um das Blut in Bewegung zu bringen. Ich bemerkte eine alte Frau, ein wahres Wrack, zwischen 50 und 60, die ich schon früher am Abend in der Nähe des Lesterplatzes gesehen hatte. Sie schienen weder die Kraft noch den Sinn dafür zu haben, Schutz vor dem Regen zu suchen oder irgendwo hinzugehen. Gelegentlich blieb sie stehen und fiel in Gedanken. Ich vermute, daß sie von alten Tagen träumte, als sie noch jung und ihr Blut noch heiß gewesen war. Aber lange durfte sie nie stehen bleiben. Die Schutzleute hießen sie immer, weitergehen, und das geschah in der Regel sechsmal, bis sie von einem Bezirk in den anderen gelangt war. Gegen drei Uhr hatte sie die St. James Straße erreicht, und als es vier schlug, sah ich, daß sie, an das eiserne Gitter des Green Parks gelehnt, schlief. Um diese Zeit kam wieder ein Regenschauer, und sie muß bis auf die Haut durchnässt worden sein. Als es eins war, sagte ich mir, stell dir nun vor, daß du ein armer junger Mann ohne einen Pfennig in der Tasche bist, und daß du morgen auf die Arbeitssuche gehen mußt. Es ist also nötig, daß du etwas schläfst, damit du Kraft genug hast, zuzupacken, wenn du Glück hast. So setzte ich mich dann auf eine Steintreppe. Fünf Minuten später stellte sich ein Schutzmann vor mir auf und betrachtete mich. Da ich die Augen geöffnet hatte, konnte er nichts tun und ging brummend weiter. Zehn Minuten darauf war ich eingenickt. Der Kopf sank mir auf die Knie, und gleich war er wieder da und sagte diesmal brutal, machen Sie, daß Sie weiterkommen. Und ich kam weiter. Es ging mir genau wie der alten Frau. Ich wurde immer weitergeschickt. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen eingenickt war, wurde ich von einem Schutzmann wachgerüttelt. Bald hatte ich es aufgegeben, mich auszuruhen, und schloß mich einem jungen Londoner an, der in den Kolonien gewesen war und jetzt wünschte, wieder dort zu sein. Plötzlich entdeckte ich einen Kellergang, der tief unter ein Haus führte. Ein niedriges, eisernes Gitter versperrte den Zugang. »Komm«, sagte ich, »laß uns hinüberklettern und sehen, ein Plätzchen zum Schlafen zu finden.« »Bist du verrückt?«, sagte er, und wich vor mir zurück. Willst du dich drei Monate einsperren lassen? Nein, da komme ich nicht mit. Später kam ich in Begleitung eines 14- oder 15-jährigen Knaben am Heidpark vorbei. Es war ein schwächlich aussehender, magerer, hohläugiger Junge. »Lass uns über das Gitter klettern und versuchen, im Gebüsch ein bisschen zu schlafen«, schlug ich vor. »Da können die Schutzleute uns nicht finden.« »Nicht zu machen«, antwortete er. »Dann kommen die Parkwächter. Die erwischen uns doch, und dann kriegen wir sechs Monate.« Ach, wie die Zeiten sich geändert haben. Als Kind las ich von obdachlosen Knaben, die auf steinernen Treppen schliefen. In der Literatur werden sie sich vielleicht noch ein Jahrhundert halten. Aus der Wirklichkeit aber sind sie verschwunden. Die steinernen Treppen sind noch da, die Knaben auch. Aber die rührende Verbindung zwischen ihnen ist abgebrochen. Die steinernen Treppen stehen leer, und die Knaben müssen sich wachhalten und die Fahne tragen. »Als es regnete, war ich unter einem von den Bogen«, erzählte ein junger Mensch. »Mit Bogen meinte er die Brückenbogen der Temsebrücke an Land. Da kam ein Schutzmann und jagte mich weg. Aber ich kam wieder, und er auch. Hör mal«, sagte er da, »was hast du vor?« Als ich überging, sagte ich ihm denn auch, »Glauben Sie, ich wollte die Brücke stehlen?« Bei den Fahnenträgern heißt es, dass Green Park von allen Parks morgens am frühesten geöffnet wird. Als es Viertel nach vier war, ging ich mit mehreren anderen hinein. Es regnete noch, da die Obdachlosen aber vom Laufen auf den Straßen erschöpft waren, ließen sie sich augenblicklich auf die Bänke fallen und schliefen. Einige warfen sich sogar der Länge nach in das nasse Gras, und während der Regen ständig auf sie herabtrofte, schliefen sie den tiefen Schlaf der Erschöpfung. Ich hätte Lust, die Machthaber zu kritisieren. Da sie Machthaber sind, haben sie die Macht, zu tun, was sie wollen, und ich will mich darauf beschränken, auf das Lächerliche ihrer Handlungsweise hinzuweisen. Sie lassen die Obdachlosen die ganze Nacht auf der Straße herumlaufen, verjagen sie aus Gängen und Haustüren und verschließen ihnen die Parks, offenbar in der Absicht, sie am Schlafen zu hindern. Die Machthaber haben die Macht, das und was sie sonst für gut befinden, zu tun, aber warum in aller Welt öffnen sie dann die Pforten der Parks um fünf Uhr morgens und lassen die Obdachlosen hineinschlüpfen und schlafen? Ist es ihre Absicht, sie am Schlafen zu hindern? Warum lassen sie sie dann nach fünf Uhr morgens schlafen? Ist es aber nicht ihre Absicht, warum lassen sie sie dann nicht früher in der Nacht schlafen? In diesem Zusammenhang will ich erzählen, dass ich am selben Nachmittag um ein Uhr durch den Green Park kam und Dutzende elender Menschen zählte, die im Grase schliefen. Es war ein Sonntagnachmittag. Die Sonne war hervorgekommen und die gut gekleideten Familien aus West End gingen zu Tausenden spazieren. Es war kein anregender Anblick für sie, die hässlichen, zerzausten, schlafenden Vagabunden hier zu finden, und ich bin überzeugt, dass die Vagabunden lieber nachts geschlafen hätten. Und so sage ich euch, solltet ihr je nach London kommen und Geschöpfe sehen, die rings auf Bänken und Rasenplätzen schlafen, so glaubt nicht, dass es Faulenzer seien, die lieber schlafen als arbeiten wollten. Denkt daran, dass die Machthaber sie die ganze Nacht die Fahne tragen ließen und dass sie keine andere Städte hatten, wo sie am Tage schlafen konnten. Die Speisung In der Nacht, in der ich die Fahne getragen hatte, legte ich mich doch nicht bei Tagesanbruch im Green Park schlafen. Ich war triefend nass und hatte seit 24 Stunden keinen Schlaf in die Augen bekommen. Und da ich immer noch die Rolle eines armen Mannes ohne einen Pfennig in der Tasche spielte, mußte ich mich nach einem bisschen Frühstück umsehen und dann versuchen, Arbeit zu finden. Nachts hatte ich davon gehört, dass die Heilsarmee jeden Sonntagmorgen den Ungewaschenen irgendwo auf der Surrey-Seite der Temse Frühstück gab. Die Ungewaschenen sind die, welche nachts die Fahne tragen und, weiß Gott, sie sind dann am Morgen ungewaschen. Und wenn es nicht gerade regnet, haben sie auch kaum Gelegenheit, sich waschen zu können. Das muß etwas für dich sein, dachte ich. Frühstück und dann ein ganzer Tag für die Arbeitssuche. Es war ein schwerer Gang. Ich schleppte meine müden Beine durch die St. James-Straße, durch Palmall, über den Trafalgar-Platz und zum Ufer hinab. Ich ging über die Waterloo-Brücke nach Surrey, kreuzte die Blackfriar-Chaussee, kam in die Nähe des Surrey-Theaters und hatte vor sieben die Baracken der Heilsarmee erreicht. Hier stand schon eine graue Schar von verzweifelten Menschen, die die Nacht im Regen verbracht hatten. Welch furchtbares Elend! Alte Männer und junge Männer, sogar Knaben. Einige standen im Halbschlaf da. Andere hatten sich in den unbequemsten Stellungen rings auf den Steintreppen ausgestreckt, wo sie fest schliefen, während ihr nackter Körper aus Löchern und Rissen in ihren Lumpen hervorsah. Und soweit man sehen konnte, war jede Treppenstufe in der ganzen Straße von zwei oder drei Menschen in Besitz genommen, die alle, den Kopf auf den Knien, schliefen. Und alles das, obwohl in England nicht gerade schlechte Zeiten waren. So pflegen die Verhältnisse zu sein, wenn die Zeiten weder gut noch schlecht sind. Da zeigte sich der Schutzmann. »Willst du machen, daß du weiterkommst, du verfluchtes Schwein? Mach, daß du weiterkommst!« Und er vertrieb sie wie Schweine aus allen Haustüren und verscheuchte sie in alle vier Himmelsrichtungen. Als er aber die Menge von Schlafenden sah, war er doch erstaunt und rief, »Das ist doch schrecklich! Und daß an einem Sonntagmorgen ein schöner Anblick! Na, uff, weg mit dir, du verdammtes Biest!« Gewiß war es ein schrecklicher Anblick. Auch ich fühlte mich empört. Ich hätte nicht gewünscht, daß die Augen meiner Tochter es gesehen hätten. Aber, ja, dieses Aber ist eigentlich alles, was man zu sagen weiß. Der Schutzmann entfernte sich. Und wir kehrten zurück. Wir schwärmten um die Stelle wie Fliegen um einen Honigtopf, denn das Wunderbare, ein Frühstück, lockte uns. Wir hätten nicht eifriger und ausdauernder sein können, wenn Millionenscheine ausgestellt worden wären. Einige von uns waren schon wieder eingeschlafen, als der Schutzmann wiederkehrte. Wir mussten also wieder fort, kehrten aber selbstverständlich um, sobald die Luft rein war. Um halb acht wurde eine kleine Tür geöffnet und ein Soldat der Heilsarmee steckte den Kopf heraus. »Ihr braucht die Straße nicht so zu versperren,« sagte er. »Wer Marken hat, kann jetzt hereinkommen, wer keine hat, erst nach neun.« »Ach, das Frühstück, um neun Uhr, noch anderthalb Stunden warten, wie wir die beneideten, die Marken hatten. Sie wurden eingelassen, konnten sich waschen, sitzen und sich beim Frühstück ausruhen, während wir auf der Straße warten mussten. Die Marken waren am Abend zuvor auf den Straßen und der Themse-Promenade verteilt worden. Es war keine Belohnung, sondern reiner Zufall, ob man eine erwischt hatte oder nicht. Gegen halb neun wurden weitere Leute mit Marken eingelassen und um neun Uhr kam die Reihe an uns andere. Wir drängten uns hinein und standen bald darauf wie Heringe in einer Tonne auf einem kleinen Hofe. Mehr als einmal habe ich als Tramp für mein Frühstück arbeiten müssen, aber nie so schwer wie für dieses. Drei Stunden lang hatte ich draußen stehen müssen, und eine ganze Stunde mußte ich jetzt auf diesem überfüllten Hofe warten. Ich hatte die ganze Zeit nichts genossen, fühlte mich schwach und unwohl, und der Geruch des durchnäßten Zeugs und der schmutzigen Körper und der Dampf der eingeschlossenen tierischen Wärme, der mich umwogte, ließen die Eingeweide sich mir im Leibe drehen. Wir standen so dicht zusammengedrängt, daß mehrere von den Männern die Gelegenheit benutzten, um im Stehen zu schlafen. Von der Heilsarmee im Allgemeinen weiß ich nichts, und meine Kritik richtet sich nur gegen die kleine Abteilung dieser Armee, die in der Blackfrierstraße direkt beim Surrey-Theater ihre Tätigkeit ausübt. Zunächst muß ich sagen, daß es grausam ist, Menschen, die die ganze Nacht auf den Beinen gewesen sind, stundenlang stehen zu lassen. Wir waren müde, ausgehungert und erschöpft von den Anstrengungen der Nacht und dem Mangel am Schlaf, und da standen wir nun, standen und standen, ohne daß es einen Grund dafür gegeben hätte. Es waren viele Seeleute in dieser Schar, und ich fand schließlich ein Dutzend Amerikaner unter ihnen. Die Amerikaner, die nicht Seeleute waren, waren königliche Landstraßenritter, d.h. Männer, deren Kamerad der frische Wind ist, und die durch die ganze Welt trampen. Sie waren alle guten Mutes und nahmen die Dinge mit Humor, der ihr Hauptcharakter zog zu sein, und sie nie zu verlassen scheint. Dennoch verfluchten sie dieses Land in düsteren Gleichnissen, die zu hören eine Wohltat war, wenn man einen ganzen Monat den fantasielosen, eintönigen Londoner Flüchen gelauscht hatte. Eigentlich hatte der Londoner nur einen einzigen Fluch, den unanständigsten der ganzen Sprache, den er auf alles und jedes anwendet. Das Fluchen im Westen ist viel lebendiger und reichhaltiger. Umfasst die ganze Skala von Blasphemie bis zur Gemeinheit. Und wenn Leute wirklich fluchen wollen, so ist mir Blasphemie immer noch lieber als Gemeinheit. Sie schmeckt doch mehr nach Derbheit, Abenteuerlust und Trotz als die bloßen Unanständigkeiten. Einen von den amerikanischen, königlichen Landstraßenrittern fand ich besonders amüsant. Ich hatte ihn zuerst in einer Haustür bemerkt, wo er schlief, den Kopf auf den Knien und mit einem Hut, wie man ihn diesseits des Atlantischen Ozeans selten sieht. Als der Schutzmann ihn wachrüttelte, erhob er sich langsam und sah den Schutzmann an, gähnte und räkelte sich, sah den Schutzmann wieder an, als wüßte er nicht, ob er gehen solle oder nicht, und schlenderte dann gleichgültig in eine Seitenstraße. Ich war mir gleich darüber klar gewesen, woher der Hut stammte. Aber dies Benehmen gab mir die Gewißheit über die Herkunft seines Trägers. Jetzt standen wir nebeneinander und unterhielten uns lebhaft. Er war durch Spanien, Italien und Frankreich gewandert und hatte das so gut wie unmögliche Kunststück fertiggebracht, 300 Meilen als blinder Passagier auf einer französischen Eisenbahn zurückzulegen, ohne an der Endstation gefasst zu werden. Wo ich mich aufhielte, fragte er mich, und wo ich ein bisschen Schlaf erwischte. Ob ich jetzt den Rummel richtig kennte? Er würde gut fertig, obwohl das Land feindlich sei und die Städte verschlossen wären. Sei das nicht furchtbar, keine Möglichkeit, sich durchzufechten, ohne geschnappt zu werden? Aber er ließe nicht locker. Jetzt käme die Truppe Buffalo Bills. Da müsste ein Mann, der acht Pferde fahren könnte, schon Beschäftigung finden. Die Kerle hier hätten ja keinen Begriff davon, mehr als ein Zweigespann zu lenken. Wie wäre es, wenn auch ich hier bliebe und auf Buffalo Bill wartete? Er sei sicher, dass ich mich schon irgendwie anbringen könne. Blut ist immer dicker als Wasser. Wir waren Landsleute und beide Fremde in einem fremden Land. Mir war das Herz beim Anblick seines alten, fettigen Hutes warm geworden, und er war so um mein Wohlergehen bemüht, als wären wir nahe Verwandte. Wir tauschten allerlei nützliche Erfahrungen über das Land und seine Bräuche, sowie über die Art aus, wie man sich am besten Essen und Unterkommen verschaffen könnte. Und als wir uns trennten, tat es uns beiden Leid, dass wir Abschied voneinander nehmen mußten. Es war charakteristisch für diese wartende Schar, dass sie fast ausschließlich aus klein gewachsenen Menschen bestand. Sowohl die Einheimischen wie die fremden Seeleute waren klein. Ich bin nur mittelgroß, aber ich war doch größer als neunzehntel von ihnen. In der ganzen Schar waren nur fünf oder sechs Menschen, die man groß nennen konnte. Das waren Skandinavier und Amerikaner. Der allergrößte bildete jedoch eine Ausnahme. Er war Engländer, allerdings kein Londoner. Gardemaß, sagte ich zu ihm. Stimmt, Kamerad, antwortete er. Da habe ich auch meine Zeit abgedient, und wie die Dinge stehen, sieht es aus, als würde ich bald dahin zurückkehren. Eine ganze Stunde standen wir still zusammen gedrängt auf diesem Hof. Dann begann es plötzlich unruhig zu werden. Alle drängten vorwärts, und die Stimmen mischten sich zu einem leisen Summen. Dies war nicht etwa Brutalität oder Rohheit, sondern nur die Ungeduld, die hungrige und müde Menschen fühlen mußten. Eben in diesem Augenblick zeigte sich der Adjutant. Er missfiel mir gleich. Er hatte keine guten Augen. Seid still, oder ich zeige es euch. Dann könnt ihr ohne Frühstück abmarschieren, befahl er. Ich vermag nicht, die unbarmherzige Art zu schildern, wie er das sagte. Er schien mir in dem Bewusstsein zu schwelgen, dass er Macht besaß, und zu tausend elenden Wracks sagen konnte, ihr werdet essen oder hungern, ganz wie ich es befehle. Uns das Frühstück verweigern, auf das wir stundenlang warteten, das war eine grauenhafte Drohung. Die demütige Stille, die augenblicklich eintrat, bestätigte ihre Grausamkeit voll auf. Es war gleichzeitig eine feige Drohung. Wir konnten uns ja nicht wehren, denn uns hungerte. Endlich durften wir in den Versammlungssaal eintreten, wo wir die vorfanden, die Marken gehabt hatten. Jetzt waren sie gewaschen, hatten aber immer noch nichts zu essen bekommen. Alles in allem müssen es wohl an siebenhundert Mann gewesen sein, die hier saßen. Nicht, um mit Fleisch und Brot bewirtet zu werden, sondern um reden, beten und singen zu hören. Und ich fühlte, daß Tantalus seine Qualen diesseits der Hölle in vielen Verkleidungen leidet. Der Adjutant sprach Gebete, aber ich beachtete sie nicht, weil das Bild von dem Elend, das ich vor mir hatte, mich ganz überwältigte. Aber der Hauptinhalt seiner Rede war ungefähr folgender. Du wirst im Paradiese Speisen einerlei, wie arm du bist und wie sehr du leidest. Im Paradiese wirst du zu Gaste geladen werden, wenn du den Worten der Heiligen Schrift folgst und weiter in dieser Tonart. Ich hielt es für eine ganz gute Propaganda, die nur aus zwei Gründen nichts nützte. Erstens waren die Menschen, die sie anhörten, ganz entblößt von Fantasie und völlig materiell in ihren Gedankengängen, ohne Sinn für das Unbekannte und in zu enger Berührung mit der Hölle hier auf Erden, um Angst vor der, die kommen sollte, zu fühlen. Zweitens ist es gar nicht Erlösung, sondern Essen, dessen müde, von Unwetter der Nacht erschöpfte und aus Mangel an Schlaf elende Menschen bedürfen, wenn sie stundenlang gewartet haben, um ihren Hunger zu stillen. Seelenfänger, wie die Armen alle religiösen Agitatoren nennen, sollten die Bedürfnisse der Menschen ein bisschen studieren, wenn sie etwas von ihrer Arbeit haben wollen. Gegen elf kam das Frühstück, nicht auf Tellern, sondern in Papier eingewickelt. Ich bekam nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte, und ich bezweifle, dass ein einziger bekam, was er gern bekommen hätte, oder auch nur halb so viel, wie er brauchte. Ich gab die Hälfte meines Brotes dem Tramp, der auf Buffalo Bill wartete. Als er gegessen hatte, war er noch ebenso gierig wie zuvor. Das ist also das Frühstück. Zwei Scheiben Brot, ein Krümchenbrot mit Rosinen, das Kuchen genannt wird, ein durchsichtiges Stückchen Käse und eine Tasse verhextes Wasser. Viele von uns hatten seit fünf Uhr auf diese Bewirtung gewartet, keiner von uns weniger als vier Stunden. Als Zugabe hatte man uns wie eine Herde Schweine, wie in ein Fass verpackte Heringe, wie Verdammte behandelt und uns vorgepredigt und gebetet, und das war noch nicht alles. Kaum war das Frühstück verzehrt, und es ging fast schneller, als man es erzählen kann, als auch schon die müden Köpfe zu nicken und herabzusinken begannen, und im Laufe von fünf Minuten war die Hälfte von uns eingeschlafen. Kein Anzeichen ließ darauf schließen, dass wir hinausgelassen werden sollten. Hingegen bereitet man eine Versammlung vor. Ich sah auf eine kleine Uhr an der Wand. Sie zeigte fünf Minuten nach halb zwölf. Wie die Zeit fliegt, dachte ich, und dabei muss ich auf die Arbeitsruhe. Jetzt möchte ich gehen, sagte ich zu ein paar Kameraden neben mir. Du musst bis nach dem Gottesdienst bleiben, lautete die Antwort. Habt ihr etwa Lust zu bleiben, fragte ich. Sie schüttelten den Kopf. Dann lass uns aufstehen und sagen, dass wir fortwollen, beharrte ich. Kommt nur. Aber die Ärmsten wagten es nicht. So überließ ich sie denn ihrem Schicksal und wandte mich an den nächsten Heilsarmeemann. Ich möchte gerne gehen, sagte ich. Ich kam, um etwas Frühstück zu bekommen und Kräfte für die Arbeitsruhe zu sammeln. Ich dachte nicht, dass es so lange dauern würde. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, in Stepney Arbeit zu bekommen, und je eher ich dort hinkomme, um so besser. Er war sicher ein braver Bursche, wenn ihn auch mein Wunsch sehr erstaunte. Ach, sagte er, jetzt haben wir gleich Gottesdienst. Bleib lieber da. Aber dann bekomme ich keine Arbeit, wandte ich ein, und Arbeit ist im Augenblick das Wichtigste für mich. Da er nur ein Gemeiner war, verwies er mich an den Adjutanten, und ihm wiederholte ich die Gründe, warum ich zu gehen wünschte und bat ihn höflich, mich hinauszulassen. Nicht zu machen, sagte er, empört über meine solche Undankbarkeit. Was für ein Einfall! Heißt das, dass ich nicht hinauskommen kann? Dass sie mich gegen meinen Willen zurückhalten wollen, fragte ich. Ja, zischte er. Ich weiß nicht, was hätte geschehen können, denn jetzt begann ich zornig zu werden. Indessen hatten die Speisenden bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war, und er zog mich deshalb in ein anderes Zimmer, wo er mich ersuchte, ihm zu sagen, warum ich gehen wollte. Ich will gehen, sagte ich, weil ich versuchen will, in Stepney Arbeit zu bekommen, und mit jeder Stunde verringert sich meine Chance. Als ich kam, glaubte ich nicht, dass es so lange dauern würde, bis ich Frühstück bekäme. Du hast also Geschäfte. Was? sagte er höhnisch. Warum bist du denn dann überhaupt gekommen? Ich bin die ganze Nacht draußen herumgelaufen und brauchte ein bisschen Essen, um mich zu stärken, ehe ich auf die Arbeitssuche gehe. Deshalb kam ich. Ja, das ist hübsch, fuhr er in demselben höhnischen Ton fort. Ein Geschäftsmann kommt her und nimmt armen Leuten am Morgen das Frühstück weg. Das hast du getan. Ich wußte, daß das Lüge war, denn wer gekommen war, hatte auch Einlass gefunden. Nun frage ich, war das christlich? War das ehrlich? Durfte er das? Nachdem ich ihm deutlich erklärt hatte, daß ich obdachlos und hungrig war und Arbeit suchen wollte, mich einen Geschäftsmann nennen und dabei zu bleiben, daß ein Geschäftsmann wohlhabend sei und nicht nötig habe, Barmherzigkeitsfrühstück zu essen, und behaupten, daß ich dadurch einem hungrigen Arbeitslosen beraubt hätte, der keine Geschäfte machen konnte. Ich schluckte meinen Zorn hinunter, erklärte ihm jedoch die Sache noch einmal, wobei ich klar und deutlich seine Ungerechtigkeit betonte, wenn er die Dinge so auf den Kopf stellte. Da ich keine Nachgiebigkeit zeigte, ich glaube, meine Augen funkelten, führte er mich nach der Rückseite des Gebäudes, wo auf einem offenen Hof ein Zelt stand. In demselben höhnischen Ton, in dem er die ganze Zeit gesprochen hatte, unterrichtete er einige Gemeine davon, daß hier ein Bursche sei, der Geschäfte hätte und nicht zum Gottesdienst bleiben wollte. Sie waren pflichtschuldigst erschüttert und sahen unbegreiflich entsetzt aus, als er ins Zelt trat, um den Major zu holen. Hierauf erklärte er diesem die Sache, immer in demselben höhnischen Ton und mit besonderem Nachdruck auf dem Wort Geschäfte. Der Major war ein ganz anderer Mensch, er gefiel mir auf den ersten Blick und ihm legte ich die Sache nochmals dar. Wussten Sie, daß Sie zum Gottesdienst bleiben mußten, fragte er? Keineswegs, antwortete ich, dann wäre ich lieber ohne Frühstück gegangen. Es ist hier weder ein Plakat darüber angeschlagen, noch hat es mir jemand gesagt. Er überlegte einen Augenblick, dann sagte er, Sie können gehen. Es war zwölf Uhr, als ich auf die Straße trat. Ich war mir nicht recht klar darüber, ob ich von der Heilsarmee oder aus einem Gefängnis kam. Der halbe Tag war vergangen und es war ein weiter Weg nach Stepney. Dazu war Sonntag und warum sollte einer, selbst wenn er hungrig war, sonntags Arbeit suchen? Ich meinte auch, daß ich mit dem Wandern in der Nacht eine harte Arbeit hinter mir hatte und daß es ein schweres Stück Arbeit gewesen war, mir Frühstück zu verschaffen, weshalb ich mich von der Vorstellung befreite, daß ich ein notleidender junger Mann auf Arbeitssuche war, einen Omnibus anrief und aufsprang. Als ich mich rasiert und gebadet hatte, legte ich mich vollkommen nackt in reine weiße Laken und schlief ein. Es war sechs Uhr abends, als ich die Augen schloß und als ich sie wieder öffnete, war es Morgen und die Uhr schlug neun. Ich hatte fünfzehn Stunden hintereinander geschlafen. Und wie ich noch im Halbschlaf da lag, kehrten meine Gedanken zurück zu den siebenhundert Unglücklichen, die ich verlassen hatte, als sie auf den Gottesdienst warteten. Für sie gab es weder Rasuren, noch Bad, noch reine weiße Laken, völliges Entkleiden oder fünfzehnstundigen Schlaf. Wenn der Gottesdienst vorbei war, begannen sie wieder ihre Wanderung auf der Straße, in der Hoffnung, vor Abend eine Brotkruste zu finden. Und dann folgte die lange, schlaflose Nacht, ohne ein Dach über dem Kopfe, in stummen Grübeln über das schwere Problem, wieder eine Brotkruste zu finden. Der Krönungstag. Viva Drex Eduardus! Sie haben heute einen König gekrönt, und es haben große Freude und völliger Blödsinn geherrscht. Nie habe ich etwas gesehen wie diese Prozession. Es müsste denn ein amerikanischer Zirkusaufzug gewesen sein. Nie habe ich etwas so Hoffnungsloses und Tragisches gesehen. Um Vergnügen von der Krönungsprozession zu haben, hätte ich von Amerika kommen, ins Hotel Cecil fahren und vom Hotel direkt auf einen Platz zu fünf Guineaen unter feine Leute kommen müssen. Der Fehler, den ich beging, war, dass ich von den weniger feinen Leuten in East End kam. Es kamen übrigens nicht viele aus diesem Viertel. East End blieb in East End und betrank sich. Andere zogen aufs Land hinaus, um frische Luft zu schöpfen, ganz ungerührt von der Tatsache, dass 400 Millionen Menschen einen gekrönten und gesalbten Herrscher erhielten. Sechstausendfünfhundert Prälaten, Priester, Staatsmänner, Prinzen und Heerführer wohnten der Krönung und der Salbung bei. Wir übrigen sahen die Prozession, als sie vorbeizog. Ich sah sie auf dem Trafalgarplatz, der prächtigsten Städte Europas, dem Herzen des Kaiserreiches. Wir standen hier zu Tausenden, beherrscht und in Schach gehalten von einer stattlichen Entfaltung bewaffneter Macht. Den Weg der Prozession kennzeichnete eine doppelte Mauer von Soldaten. Der Sockel der Nelsensäule war von einer dreifachen Reihe von Marinesoldaten umringt. Nach Osten dreute die königliche Marineartillerie. Die Statue Georgs III. an der Ecke der Palmall und Coxperstraße war auf allen Seiten von Ulanen und Husaren umzingelt. Im Westen sah man die Rotröcke der königlichen Marine und vom Union Club bis nach Whitehall bildete die erste Leibgarde eine massive glitzernde Linie. Riesige Männer auf riesigen Gäulen in stählernen Brustpanzern, stählernen Helmen und stählernen Schabracken. Eine mächtige, stählerne Waffe, breit zum Gebrauch für den, der die Macht hat. Außerdem war die Menge von langen Reihen städtischer Polizei durchzogen, während die Reserve ganz im Hintergrund stand. Hochgewachsene, wohlgenährte Männer, die kräftigen Arme bereit, die Waffe zu gebrauchen, wenn es nötig werden sollte. Ein chinesisches Sprichwort sagt, dass für jeden Mann, der im Müßiggang lebt, ein anderer Hungers sterben muss. Und ein Denker hat gesagt, der Umstand, dass viele Menschen damit beschäftigt sinkt, Kleider für einen einzigen anzufertigen, ist Schuld daran, dass so viele Menschen Kleider entbehren müssen. Wir können den notleidenden, verkrüppelten, mühsalbeladenen Bewohner East Ends, der mit seiner Familie in einem einzigen Zimmer wohnt und den Fußboden an andere notleidende, verkrüppelte, mühsalbeladene Menschen vermietet, nicht verstehen, ehe wir die gewaltigen Leibgardisten von West End gesehen und erfahren haben, dass der eine den anderen ernähren, kleiden und ihm dienen muss. In unseren Tagen besitzen 500 erbberechtigte Peers, ein Fünftel von ganz England, und diese sowie die Offiziere und Hofleute des Königs und die Machthaber im Reiche verbrauchen alljährlich für leeren Prunk 370 Millionen Pfund Sterling, d.h. 32% der Gesamteinnahmen des Landes. In einem wunderbaren, goldgestickten Gewand unter Fanfaren der Trompeten und donnernder Musik von einer glänzenden Schar von Fürsten, Lords und Regenten umgeben, wurde der König mit seiner Herrscherwürde bekleidet. Die Sporen wurden ihm vom Großkämmerer an die Fersen geschnallt und das Staatsschwert in der Purpurscheide ihm vom Erzbischof von Canterbury mit folgenden Worten überreicht. Empfange dieses königliche Schwert von Gottes Altar hierher gebracht und deinen Händen übergeben von den Bischöfen und Dienern des Herrn, worauf er, als es ihm umgeschnallt wurde, auf die Ermahnung des Erzbischofs hörte, übe Gerechtigkeit mit diesem Schwert, gebiete der Ungerechtigkeit, halt, wo sie sich vordrängt, beschütze die heilige Kirche Gottes, hilf und verteidige Witwen und Weisen, errichte, was in Verfall geraten, bewahre, was errichtet wurde, strafe und verhüte Unrecht und bestätige alles, was gut ist. Aber hört, wie sie in Whitehall rufen, die Menge wogt, die doppelte Mauer von Soldaten wendet die Köpfe und man erblickt die Vorreiter des Königs in fantastischen mittelalterlichen Trachten aus rotem Stoff, ganz, als sähe man den Vortrupp eines Zirkusaufzuges. Dann kommt ein königlicher Wagen mit Hofdamen und Kavalieren und mit prachtvoll galonierten Kutschern und Dienern, mehrere Wagen mit Lords und Kammerherren, Wisskommens, Hofdamen, alles Lakaien. Dann die Heerführer, eine königliche Eskorte, Generäle, Dürr und Sonnen verbrannt, aus allen Teilen der Welt sind sie hergekommen. Offiziere von Freiwilligenkorps, Miliz und regulären Truppen, Englands große Krieger, die Herren der Vernichtung. Hier kommen sie in all ihrer Pracht und Machtfülle, immer mehr von diesen Männern aus Stahl, diesen Herren des Krieges, diesen Weltenbezwingern. Bunt durcheinander kommen Mitglieder des Oberhauses und Unterhauses, Prinzen und Maharajas, Stallmeister und Leibtrabanten des Königs. Und dann kommen die geschmeidigen, abgehärteten Männer aus den Kolonien. Und wieder sind alle Rassen der ganzen Welt, Soldaten aus Kanada, Australien, Neuseeland, von den Bermuda-Inseln, von Borneo, von den Fidschi-Inseln und der Goldküste, aus Rhodesien, der Kap-Kolonie, Natal, Sierra Leone und Senegambien, Nigeria und Uganda, aus Ceylon, Zypern, Hongkong, Jamaika und Wai-Hai-Wai, aus Lago, Malta, St. Lucia, Singapur und Trinidad. Und nun besiegte Stämme aus Indien, dunkle Reiter und Schwertschwinger, schauerlich barbarisch, mit flatternden, karmesinroten und scharlachenden Mänteln, Siks, Rasputz, Birmanen, Provinz auf Provinz, Kaste auf Kaste. Und jetzt die reitende Garde, ein Schimmer von milchweißen Pferden und Panzerplatten, ein Orkan von Hurra-Geschrei, ein Donnern von Orchestern. Der König, der König, Gott segne den König. Eine Tollheit hat alle gepackt. Auch ich fühle mich von der Stimmung angesteckt. Auch ich fühle den Drang zu rufen, Gott segne den König. Zerlumpte Männer werfen mit Tränen in den Augen ihre Hüte in die Luft und Brüllen begeistert. Erlebe, erlebe, erlebe. Seht, da kommt er in der wunderbaren vergoldeten Karosse. Auf seinem Haupt funkelt eine große Krone. Und die weißgekleidete Dame neben ihm hat ebenfalls eine Krone auf dem Haupt. Und ich besinne mich und kämpfe mit mir, um mich zu überzeugen, dass dies Wirklichkeit und nicht ein Märchen ist. Es ist mir nicht möglich, und das ist wohl auch einerlei, denn ich will lieber glauben, dass diese Pracht und dieser Glanz, diese Herrlichkeit und naive Torheit, dass sie ein Märchen sind, lieber, als dass ich glaube, dass es die Schaustellung eines klugen und aufgeklärten Volkes ist, das sich zu Herren über die Materie gemacht und das Rätsel der Sterne gelöst hat. Prinzen und Prinzessinnen, Herzöge und Herzoginnen und zahllose Gekrönte aus dem königlichen Gefolge fahren vorbei. Wieder Krieger und Lakaien und eroberte Völker. Und dann ist der Zug zu Ende. Ich lasse mich mit der Menge in ein Labyrinth von engen Straßen treiben, wo die Wirtshäuser ein einziges Gebrüll von Trunkenheit sind. Männer, Frauen und Kinder ergeben sich der schamlosesten Völlerei. Und von allen Seiten ertönt, von trunkenen Stimmen gegrölt, der Gassenhauer des Krönungstages. Es regnet in Strömen. Die Straße herab kommen die farbigen Hilfstruppen. Schwarze Afrikaner, Gelbasiaten, einige den Turban, andere den Fees auf dem Kopfe. Die Kulis schwingen Maschinengewehre und Munitionen über den Köpfen. Und all die bloßen Füße klatschen taktfest durch den Straßenschlamm. Wie auf Kommando entleeren sich alle Wirtshäuser, und die schwarzen Alliierten werden von ihren britischen Brüdern begrüßt. Die gleich darauf wieder zu ihrem Gelage zurückkehren. Na, Kamerad, wie hat dir die Prozession gefallen, frage ich einen alten Mann im Green Park. Wie sie mir gefallen hat? Ich meine, sie hat uns eine verflucht gute Gelegenheit verschafft, ein bisschen Schlaf zu kriegen. Als die ganze Polente weg war, krochen ich und an fünfzig andere in die Winkel. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich war hungrig und musste daran denken, wie ich mein Leben lang geschuftet habe und jetzt nicht weiß, wo ich meinen Kopf betten soll. Und dazu all die Musik und das Hurra-Geschrei und das Schießen. Ich wurde fast Anarchist und hätte am liebsten diesem Oberkämmerer den Schädel eingeschlagen. Warum er gerade an den Oberkämmerer dachte, weiß ich nicht recht. Er wußte es selbst wohl auch nicht. Aber er tat es nun mal und es war kein Anlass, darüber zu streiten. Als der Abend anbrach, wurde die Stadt ein Meer von Licht. Überall sah man strahlende Farben, grün, gelb, rot, und wohin man sah, leuchtete ER mit großen Kristallbuchstaben im Schein der Gasfackeln. Die Menge auf den Straßen vermehrte sich um Hunderttausende. Und obwohl die Polizei alle Ausschweifungen nach Kräften unterdrückte, machten sich doch Trunkenheit und Rohheit überall bemerkbar. Die müden Arbeitstiere des Alltags schienen jetzt, als die Spannung ausgelöst war, vor Erregung toll geworden zu sein. Sie rollten wie eine Woge durch die Straßen, tanzten Männer und Weiber, Alte und Junge, in langen Reihen, Arm und Arm und brüllten Lieder. Ich setzte mich auf eine Bank an der Temse-Promenade und blickte auf den illuminierten Fluß hinaus. Es war beinahe Mitternacht und vorbei strömten die besseren Leute, die sich amüsiert hatten und jetzt auf dem Heimweg die Straßen passieren mußten, wo der meiste Spektakel war. Auf der Bank neben mir saßen zwei zerlumpte Gestalten, ein Mann und eine Frau. Sie waren eingenickt. Die Frau hatte die Arme über der Brust gekreuzt und schauerte zusammen, während ihr Körper beständig hin und her schwankte. Erst nach vorn, daß es aussah, als ob sie fallen sollte, dann nach links, daß ihr Kopf fast auf dem Arm des Mannes ruhte, dann wieder nach rechts und dann begann sie sich zu recken und zu strecken, bis die Schmerzen in ihren Muskeln sie weckten und sie aufrecht da saß. Dann sank sie wieder zusammen, bis Anstrengung und Schmerz sie wieder weckten. Alle Augenblicke blieben einige Knaben und junge Menschen bei der Bank stehen, traten hinter sie und stießen plötzlich ein wildes Geheul aus. Das riß den Mann und die Frau jedes Mal aus ihrem Schlaf. Und beim Anblick des nervösen Schmerzensausdrucks auf ihren Gesichtern stieß die Menge ein Gebrüll von Lachen aus. Diese allgemeine Herzlosigkeit war auffallend. Der Anblick der Obdachlosen auf den Bänken, dieser armen, elenden Menschen, die ganz ungefährlich sind, ist ja etwas ganz Alltägliches. Mindestens 50.000 Menschen müssen die Bank passiert haben, während ich dort saß, und nicht einer von ihnen fühlte sich an diesem feierlichen Krönungstage des Königs so ergriffen, daß er zu der Frau ging und sagte, »Hier haben Sie, Sixpence. Suchen Sie sich eine Schlafstelle.« Die Frauen, namentlich die Jungen, machten Witze über das Nicken und brachten immer wieder ihre Begleiter zum Lachen. Es war grausam. Ich gestehe, daß die Wut in mir zu kochen begann, als ich diese frohe Menge vorbeiströmen sah, und der Gedanke verschaffte mir eine Art Befriedigung, daß nach der Londoner Statistik von vier erwachsenen Menschen einer dazu bestimmt ist, auf öffentliche Kosten zu sterben, im Arbeitshaus, im Hospital oder in der Irrenanstalt. Ich ließ mich in eine Unterhaltung mit dem Manne ein. Er war 54 Jahre alt, ein verbrauchter Dockarbeiter. Er bekam nur Arbeit, wenn die Nachfrage nach Arbeitern groß war, sonst zog man jüngere und stärkere Leute vor. Er hatte jetzt eine ganze Woche auf den Bänken an der Themse-Promenade geschlafen. Die nächste Woche schien jedoch bessere Aussichten zu bieten. Er hoffte, für ein paar Tage Arbeit zu erhalten, so daß er irgendwo ein Bett bekommen konnte. Er hatte sein ganzes Leben in London verbracht, mit Ausnahme von fünf Jahren, die er in Indien gedient hatte. Selbstverständlich wollte er gern etwas zu essen haben. Und das wollte sie auch. Die Zeiten waren ungewöhnlich hart, und nur ausnahmsweise hatten die Schutzleute so viel zu tun, daß die armen Leute ein bisschen schlafen konnten. Ich weckte die Frau, die mir auf meine Frage erzählte, daß sie 48 Jahre alt wäre. Dann standen wir auf, um ein Kaffeehaus zu finden. Welche Arbeit, sagte der Mann beim Anblick einiger Häuser, die besonders reich illuminiert waren. All diese Lichter. Darum drehte sich sein ganzes Dasein. Er hatte sein ganzes Leben gearbeitet und konnte das ganze Universum wie seine eigene Seele nur nach dem einen Begriff Arbeit ermessen. Krönungen haben doch etwas Gutes, fuhr er fort. Sie geben einer Menge Menschen Arbeit. Aber du hast doch einen leeren Magen, sagte ich. Ja, antwortete er, ich habe versucht, Arbeit zu bekommen, aber das Alter spricht gegen mich. Was arbeitest du? Du bist Seemann, das konnte ich dir gleich an deiner Kleidung ansehen. Und ich weiß, was du für ein Landsmann bist, sagte die Frau, du bist Italiener. Aber nein, rief der Mann eifrig, er ist Yankee, das kann ich ihm ansehen. Herrgott, was ist denn das, rief sie, als wir zum Strand kamen, entsetzt über den Anblick der lärmenden, tanzenden, krönungsscharf und brüllenden Männern und singenden Mädchen. Oha, wie ich schmutzig bin von dem Herumlaufen, sagte die Frau, als wir uns in einem Kaffeehaus gesetzt hatten. Und während sie sich Schlaf und Schleim aus den Augen rieb, sagte sie, den Anblick heute vergesse ich doch nie, und ich habe mich im Stillen gefreut, wenn es auch ein schwerer Tag war. Und die Herzoginnen und Hofdamen hatten so herrliche weiße Kleider an, wie schön sie waren, wundervoll. Ich bin Irrländerin, antwortete sie auf meine Frage, aber ich bin in London geboren. Sie hatte ein glückliches Heim gehabt, bis ihr Vater durch einen Unfall ums Leben kam und sie plötzlich allein auf der Welt stand. Einer ihrer Brüder war Soldat, der andere schlug sich mühselig genug mit Frau und acht Kindern und einem Einkommen von 20 Schilling die Woche und unsicherer Arbeit durch. Ein einziges Mal in ihrem Leben war sie außerhalb Londons gewesen, da hatte sie irgendwo in Essex, zwölf Meilen von der Hauptstadt, Obst gepflückt. Und als ich wiederkam, war ich direkt Nussbraun, versicherte sie. Sie werden es mir vielleicht gar nicht glauben, aber es ist wahr. Zuletzt hatte sie in einem Kaffeehaus Beschäftigung gehabt, wo sie von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends arbeiten mußte und dafür Kost und fünf Schilling wöchentlich erhielt. Dann war sie krank geworden und seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hatte sie keine Arbeit wieder finden können. Sie hieben tüchtig ein, die beiden, und erst als ich die Portionen, die sie zuerst verlangt hatten, verdoppeln und verdreifachen ließ, wurden sie satt. Einmal beugte sich die Frau über den Tisch, um den Stoff meiner Jacke und meines Wollhemdes zu befühlen und machte eine Bemerkung über die guten Kleider, die die Yankees immer tragen. Meine Lumpen? Gute Kleider? Ich schämte mich ihrer. Als ich sie aber genauer ansah und mit denen verglich, die der Mann und diese Frau auf dem Leibe hatten, begann ich mir gut gekleidet und respektabel vorzukommen. »Was, glaubt ihr, wird das Ende sein?« fragte ich. »Ihr werdet doch mit jedem Tage älter.« »Armenhaus«, sagte er. »Ich will verdammt sein, wenn ich das will«, sagte sie. »Für mich gibt es nichts. Ich weiß, dass ich auf der Straße sterben werde. Jedenfalls bedanke ich mich für das Armenhaus«, schnaufte sie. »Wenn ihr nun so die ganze Nacht auf der Straße gegangen seid«, fragte ich, »was macht ihr da, um etwas zu essen zu kriegen?« »Wenn man keinen Penny hat, muss man sehen, einen zu erwischen«, erklärte der Mann. »Dann in ein Kaffeehaus und eine Tasse Tee trinken.« »Aber ich verstehe nicht, wie ihr davon leben könnt«, wandte ich ein. Das Paar lächelte vielsagend und fuhr fort. »Man trinkt den Tee in ganz kleinen Schlucken, das er so lange wie möglich vorhält, und dann passt man auf, ob nicht irgendjemand etwas hat liegen lassen. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich Leute, die etwas liegen lassen«, warf die Frau ein. »Aber die Hauptsache, sagte der Mann nachdenklich, dass man den Penny kriegt.« »Als wir aufgestanden waren, um zu gehen, suchte sie ein paar Brotkrusten von den umstehenden Tischen zusammen und stopfte sie irgendwo in ihre Lumpen. »Man darf sie nicht umkommen lassen«, sagte sie. Der Dockarbeiter nickte und steckte selbst ein paar Brotkrusten zu sich. »Gegen drei Uhr morgens ging ich die Promenade entlang. Es war eine herrliche Nacht für die Obdachlosen, denn die Polizei war anderweitig beschäftigt, und jede Bank war von schlafenden Gästen besetzt. Es waren ebenso viele Frauen wie Männer, und die meisten von ihnen waren alt. Hier und da sah man einen Knaben. Auf einer Bank sah ich eine Familie, einen Mann, der aufrecht saß, ein schlafendes Kind in den Armen, während seine Frau den Kopf an seine Schulter gelehnt, schlief und auf ihrem Schoß ein zartes, schlafendes Kind hielt. Der Mann saß mit weit aufgerissenen Augen da. In Gedanken verloren sah er über den Fluss hinaus. Es ist nicht gut, wenn ein Familienvater ohne Dach über dem Kopf denkt. Es ist nicht angenehm, sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen, denn das weiß ich, und das weiß ganz London, daß Arbeitslose, die Frau und Kinder töten, keine Seltenheit sind. Doc-Arbeiter Dan Cullen Ich stand gestern im Zimmer eines Arbeiterwohnhauses, das die Gemeinde in der Nähe der Liemonstraße erbaut hat. Ginge ich einer trüben Zukunft entgegen und hätte die Aussicht, in einem solchen Zimmer bis zu meinem Tode leben zu sollen, so würde ich augenblicklich in die Thämse springen, um diese Zeit abzukürzen. Es war eigentlich kein Zimmer. Die Gerechtigkeit gegen die Sprache erlaubt nicht, es Zimmer zu nennen. So wenig, wie man einen Schuppen ein Rittergut nennen kann. Es war ein Loch. Es maß sieben bis acht Fuß und die Decke war so niedrig, daß nicht so viel Luft vorhanden war, wie jedem britischen Soldaten in den Baracken des Heeres zugemessen ist. Ein altersschwacher Divan mit zerfetztem Bezug nahm fast die Hälfte des Loches ein. Ein wackeliger Tisch, ein Stuhl und ein paar Kisten ließen gerade so viel Platz, daß man sich umdrehen konnte. Die ganze Herrlichkeit wäre mit fünf Dollar reichlich bezahlt gewesen. Vor Blutflecken und schwarzen Spritzern konnte man buchstäblich nicht sehen, was Wand und was Decke war. Jeder Fleck zeugte vom gewaltsamen Tode eines Insekts. Das Loch wimmelte von Wanzen, eine Plage, mit der kein Mensch alleine den Kampf aufnehmen kann. Der Mann, der dieses Loch bewohnte, der Dogarbeiter Dan Cullen, lag sterbend im Krankenhaus. Aber er hatte seiner elenden Umgebung hinreichend das Gepräge seiner Persönlichkeit aufgedrückt, so daß man erraten konnte, was für ein Mensch er war. An den Wänden hingen billige Bilder und auf dem Tisch lag ein Buch. Man hat mir erzählt, daß er seinen Shakespeare kannte und Geschichte, Soziologie und Nationalökonomie gelesen hatte. Und alles, was er konnte, hatte er sich selbst beigebracht. Auf dem Tisch lag inmitten einer schrecklichen Unordnung ein Zettel, worauf folgendes gekritzelt war. Bitte, Herr Cullen, geben Sie mir den großen weißen Topf und den Korkenzieher wieder, die ich Ihnen gelieben habe. Es waren vermutlich Gegenstände, die er sich in der ersten Zeit seiner Krankheit von der Frau nebenan geliehen hatte und die sie jetzt für den Fall, daß er sterben sollte, zurückverlangte. Ein großer weißer Topf und ein Korkenzieher sind für die Geschöpfe des Abgrunds von allzu hohem Wert, als daß sie einen anderen deswegen in Frieden sterben lassen könnten. Bis zum letzten Augenblick wurde die Seele Dan Cullens von dem Schmutz besudelt, aus dem er es vergebens versucht hatte, sich herauszukämpfen. Die Geschichte Dan Cullens ist nicht lang, aber es ist viel zwischen den Zeilen zu lesen. Er wurde tief unten auf der sozialen Stufenleiter geboren, in einer Stadt und einem Lande, wo die Klassenunterschiede stark ausgeprägt sind. Sein ganzes Leben lang hatte er schwer körperlich gearbeitet. Und weil er in die Bücher geguckt hatte und von ihrem Geist gefangen worden war, und weil er einen Brief, so gut wie jeder Rechtsanwalt, schreiben konnte, hatten ihn seine Kameraden dazu ausersehen, mit seinem Kopf für sie zu arbeiten. Er wurde der Leiter der Obstträger, der Repräsentant der Dockarbeiter im Londoner Arbeiterrat und schrieb glühende Artikel für die Arbeiterzeitung. Er war nie vor anderen Menschen gekrochen, selbst nicht, wenn sie seine Arbeitgeber waren, von denen er abhängig war, wenn er sich sein Brot verdienen wollte. Er sagte seine Meinung rein heraus und kämpfte den guten Kampf. Während des großen Dockarbeiterstreiks beging er den Fehler, einer der Führer zu sein. Und nun war es aus mit Dan Cullen. Von dem Tage an war er ein gezeichneter Mann und zehn Jahre lang mußte er es täglich entgelten. Ein Dockarbeiter ist nicht fest angestellt. Zuweilen ist viel zu tun, zuweilen wenig. Und er arbeitet oder er geht müßig, je nachdem, viel oder wenig Ware auf dem Markt ist. Über Dan Cullen wurde die Quarantäne verhängt. Er wurde nicht direkt entlassen, was leicht hätte Schwierigkeiten zur Folge haben können und was weit barmherziger gegen ihn gewesen wäre. Aber er wurde nur hin und wieder vom Vorarbeiter zwei oder drei Tage wöchentlich beschäftigt. Das nennt man Disziplin und Gehorsam beibringen. Es bedeutet dasselbe wie ausgehungert werden. Es gibt kein freundlicheres Wort dafür. Zehn Jahre knickten seinen Mut und mutlose Männer können bekanntlich nicht leben. So mußte er denn in seiner abscheulichen Höhle schlafen. Die sein hilfloser Zustand noch fürchterlicher machte. Er hatte keine Verwandten und da lag der einsame alte Mann verbittert und hasserfüllt und kämpfte den hoffnungslosen Kampf mit den Wanzen. Während seine Augen auf den Bildern ruhten, die von den blutbespritzten Wänden auf ihn herabblickten. Kein Mensch sah nach ihm in der überfüllten Mietskaserne, wo er nicht einen einzigen Freund hatte. Und er lag und verfaulte ganz allein. Aber aus einem der fernsten Winkel von East End kamen ein Flickschuster und sein Sohn, seine einzigen Freunde, um ihm zu helfen. Sie säuberten sein Zimmer, brachten etwas reines Leinen mit und entfernten seine Laken, die grau-schwarz vor Schmutz war. Eines Tages brachten sie ihm eine Krankenschwester aus Queens Bounty in Aldgate. Sie wusch ihm das Gesicht, machte ihm sein Bett und redete ihm gut zu. Sie unterhielt sich angeregt mit ihm, bis er ihren Namen erfuhr. Sie hieß Blank, wie sie sagte, ohne etwas Böses zu ahnen. Und Sir George Blank war ihr Bruder. Wer? Sir George Blank, donnerte der alte Dan Cullen von seinem Sterbelager. Sir George Blank, der Rechtsanwalt der Dockgesellschaft in Cardiff, der Mann, der wie kein anderer dazu beigetragen hatte, die Gewerkschaft der Dockarbeiter zu zerschmettern und der geadelt worden war? Und sie war seine Schwester? Da erhob Dan Cullen sich auf seinem zerlumpten Lager und rief Flüche auf sie und die ihren herab. Sie floh, in hohem Maße verärgert über den Undank der Armen und kam nicht wieder. Dan Cullens Füße begannen von der Wassersucht anzuschwellen. Er saß den ganzen Tag auf dem Bettrand, damit das Wasser nicht höher in seinen Körper stieg. Es lag keine Matte auf dem Fußboden und er hatte nur eine dünne Decke um seine Beine und einen alten Rock über den Schultern. Ein Missionar verbrachte ihm ein paar Papierlatschen. Sie waren höchstens vier Pens wert, ich habe sie selbst gesehen. Und im Übrigen erbot sich der Missionar mindestens 50 Mal für Dan Cullens Seele zu beten. Aber Dan Cullen gehörte zu den Leuten, die Frieden für ihre Seele wünschen. Es lag ihm nichts daran, dass irgendein fremder Mensch im Vertrauen auf ein paar vier Penslatschen an ihn herumzufuschen versuchte. Er bat den Missionar so freundlich zu sein, das Fenster zu öffnen, damit er die Latschen auf die Straße werfen könne. Und auch der Missionar verließ ihn, um nicht wiederzukommen, verärgert wie die Krankenschwester über den Undank der Armen. Der Schumacher, selbst ein alter Held, wenn auch nie besungen, ging heimlich in das Kontor des Obsthändlers, für den Dan Cullen 30 Jahre lang als Tagelöhner gearbeitet hatte. Das Prinzip des Geschäftes war, möglichst ausschließlich Gelegenheitsarbeiter zu verwenden. Der Schumacher erzählte von dem verzweifelten Zustand des Mannes, alt, verbraucht, sterbend, ohne Hilfe und ohne Geld. Er erinnerte daran, dass der Mann 30 Jahre lang für die Firma gearbeitet hatte und bat, dass das Geschäft etwas für ihn täte. Ja, sagte der Direktor, der sich Dan Cullens sehr gut erinnerte, ohne in den Büchern nachschlagen zu müssen. Sehen Sie, wir haben es uns zur Regel gemacht, Gelegenheitsarbeiter nicht zu unterstützen und wir können nichts für ihn tun. Und sie taten auch nichts für ihn, unterschrieben nicht einmal ein Aufnahmegesuch für Dan Cullen, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Es ist gar nicht leicht, in einem Krankenhaus in London unterzukommen. In Hampstead würde es, selbst wenn die Ärzte sich dafür einsetzten, mindestens vier Monate dauern. So viele sind schon vorgemerkt. Es glückte schließlich, dem Schuhmacher, ihn im Krankenhaus in Whitechapel unterzubringen, wo er ihn oft besuchte. Hier dauerte es nicht lange, bis Dan Cullen von dem überhandnehmenden Gefühl ergriffen wurde, dass man sich bestrebte, ihn so schnell wie möglich loszuwerden, da sein Zustand doch hoffnungslos war. Wenn man bedenkt, dass er ein alter, verbrauchter Mann war, dem man systematisch zehn lange Jahre hindurch Disziplin beigebracht hatte, so kann man sich nicht wundern, dass er zu diesem klaren, logischen Schluss kam. Wenn man die brightsche Nierenkrankheit bei ihm mit dem Bestreben behandelte, das Fett aus den Nieren zu entfernen, kam Dan Cullen zu dem Resultat, dass die Schwitzkur nur seinen Tod beschleunigte, da die brightsche Nierenkrankheit darin besteht, dass die Nieren einschrumpfen, galt es gar nicht, fettlos zu werden und die Begründung des Arztes war offenbar erlogen. Da wurde der Arzt zornig und näherte sich neun Tage lang nicht seinem Bett. Dann wurde das Bett gehoben, so dass Füße und Beine am höchsten lagen und bald zeigte sich die Wassersucht wieder. Dan Cullen war überzeugt, dass es nur getan wurde, um das Wasser aus den Beinen in den Körper zu treiben, um ihm so schneller zu erledigen. Er verlangte, entlassen zu werden, obwohl man ihm sagte, dass er auf der Treppe sterben würde. Aber es glückte ihm doch, sich mehr tot als lebendig nach dem Laden des Schusters zu schleppen. Zu dem Zeitpunkt, da dies niedergeschrieben wird, liegt Dan Cullen auf den Tod im Temperance Hospital da nieder, wo sein treuer Freund der Schuhmacher ihn unterbrachte, indem er Himmel und Erde in Bewegung setzte. Armer Dan Cullen, ein ewig suchender Geist, der nach Kenntnissen strebte, der den ganzen Tag schwer körperlich arbeitete und des Nachts studierte, der seinen Traum träumte und tapfer für seine Sache kämpfte. Ein Patriot, ein unerschrockener Kempe und dennoch nicht der Riese, die Verhältnisse zu besiegen, die ihn gefesselt hielten und erwürgten. Ein Mann, der seinen letzten Seufzer in einem Armenbett auf öffentliche Kosten ausstieß. Hopfenpflücker So sehr hat sich die arbeitende Menschheit von der Bebauung der Erde losgesagt, daß die ländlichen Gebiete in der ganzen zivilisierten Welt sich auf Hilfe aus den Städten verlassen müssen, um die Ernte herein zu bekommen. Deshalb wird der vom Lande stammende Überschuss der Großstadt wieder aufs Land zurückgerufen, wenn der reiche Segen der Ernte in Gefahr ist, umzukommen. In England kehren die Arbeiter nie als wohlhabende Leute zurück, sondern als Ausschuss, als Landstreicher und Parias, vor denen ihre Brüder auf dem Lande sich fürchten und fliehen, als Tagediebe, die in Gefängnissen und Armenhäusern oder unter Büschen schlafen und von Gott weiß was leben. Man rechnet, daß Kent alleine 80.000 Herumtreiber braucht, um seinen Hopfen zu pflücken. Und aufs Land hinaus strömt eine Schar vom Volke des Abgrunds, einer inneren Stimme gehorchend, der Forderung ihres Magens und dem noch in ihnen schlummernden Rest von Abenteuerlust. Die Armenviertel speien sie aus, ohne daß man spürt, daß der Inhalt der Großstadt an Feulnis sich verringert. Sie überschwemmen das Land wie ein Heer von Dämonen, und das Land liebt sie nicht. Sie passen auch eigentlich nicht dorthin. Wie sie ihre schlaffen, missgebildeten Leiber auf Straßen und Wegen dahinschleppen, gleichen sie einer häßlichen Brut aus der Unterwelt. ihrer Anwesenheit allein. Die Tatsache, daß sie atmen, tut ja der frischen, strahlenden Sonne und den grünenden, sprießenden Pflanzen Gewalt an. Die reinen, aufrechten Bäume entrüsten sich über ihre widerliche Krummheit, und ihre Feulnist ist eine ekelhafte Entweihung der Schönheit und Reinheit der Natur. Ist dieses Bild eine Übertreibung? Für jene, die den Sinn des Lebens nur in Aktien und Coupons erblicken, ist es sicher eine Übertreibung. Für einen Menschen aber, für den es noch Begriffe wie Mannestum und Frauenwürde gibt, kann es unmöglich zu stark sein. Solche Horden tierischen Elends und unbegreiflichen Jammers haben selbstverständlich keinen Wert für einen millionenschweren Brauer, der in einem Palast in West End wohnt und seine Neigungen mit den sensationellen Freuden aller goldenen Theater Londons befriedigt, der mit Lords und Prinzen trinkt und vom König zum Ritter geschlagen wird. Er verdient sich seine Sporen, ja, Gott helfe uns. In alten Tagen, als in der Schlacht große blonde Barbaren an der Spitze ritten, gewann man sich seine Sporen, indem man die Feinde vom Scheitel bis zum Sattel spaltete. Und alles in allem ist es wohl edler, einen starken Mann mit einem sicheren Hieb von singendem Stahl zu töten, als mit Hilfe der schlauen, tückischen Handgriffe von Industrie und Schiebung ihn und seine Nachkommen durch viele Generationen hindurch zu Sklaven zu machen. Kehren wir jedoch zum Hopfen zurück. Auf diesem Gebiet spürt man die Flucht vor dem Bodenbau ebenso stark wie auf allen anderen Gebieten der Landwirtschaft in England. Während immer mehr Bier gebraut wird, nimmt der Hopfenbau beständig ab. Dieses Jahr ist nur sehr wenig angebaut worden, dazu war der Sommer schlecht und furchtbare Unwetter haben die Ernte verringert. Die Folgen dieses Unglücks hat sowohl der Besitzer zu tragen, dem die Hopfenernten gehören, wie der, der den Hopfen pflückt. Die Bauern, müssen sich mit weniger von den guten Dingen des Lebens begnügen, die Pflücker weniger essen von dem, was sie selbst in den besten Zeiten nicht genügend bekommen. Wochenlang hat man in den Londoner Zeitungen Überschriften wie folgende lesen können. Massenhaft Landstreicher, aber wenig Hopfen. Außerdem wurden viele Artikel ungefähr folgenden Inhalts gedruckt. Aus den Hopfendistrikten erhalten wir traurige Neuigkeiten. Das gute Wetter der letzten Tage hat viele hundert von Hopfenpflückern nach Kent gelockt, die jetzt warten müssen, weil der Hopfen noch nicht reif ist. In der Umgegend von Dover ist die Zahl der Landstreicher in den Armenhäusern dreimal so groß wie voriges Jahr um diese Zeit. Und auch in verschiedenen anderen Gegenden ist die späte Saison Schuld an dem starken Zuwachs von Obdachlosen. Um das Unglück noch größer zu machen wurden Hopfengärten und Hopfenpflücker als die Ernte begonnen hatte fast fortgefegt von einem furchtbaren Unwetter mit Sturmregen und Hagel. Der Hopfen wurde von den Stangen gerissen, während die Pflücker die Schutz vor dem peitschenden Hagel suchten in ihren Hütten und Löchern an den niedrig gelegenen Stellen fast ertrunken wären. Ihre Lage war nach dem Unwetter kläglicher als je, ihre Obdachlosigkeit jetzt erst buchstäblich. Denn, wenn die Ernte auch elend war, so bedeutete ihre Vernichtung für sie doch, daß sie jede Möglichkeit, einige wenige Groschen zu verdienen, verloren, und Tausende konnten nichts anderes tun, als zu Fuß nach London zurückzuwandern. Wir wollen nicht die Landstraßen fegen, sagten sie und zogen fort von den Feldern, wo man bis über die Fußgelenke im Hopfen wartete. Die Zurückbleibenden jammerten furchtbar über die halbnackten Stangen, und weil sie vierzehn Scheffel für einen Schilling pflücken sollten, die Bezahlung in guten Jahren, wenn der Hopfen von bester Sorte ist, und im Übrigen auch die Bezahlung in schlechten Jahren, weil die Bauern nicht mehr bezahlen können. Ich kam, kurz nachdem der Orkan gewütet hatte, durch Testen, Ost- und West-Farley. Ich hörte die Klagen der Pflücker und sah den Hopfen auf den Feldern faulen. In den Treibhäusern in Bahemkort waren dreißigtausend Scheiben vom Hagel zerschlagen und Pfirsiche, Pflaumen, Birnen, Äpfel, Rhabarber, Kohl, Mangold, alles war dahin. Es war schlimm für die Besitzer, aber es gab doch keinen einzigen unter ihnen, der sich deshalb nicht satt essen konnte. Dennoch waren sie es, denen die Zeitungen lange Spalten voller Sympathie widmeten, wenn sie die Pekuniären Verluste beschrieben. Herr Herbert L. berechnet seinen Verlust auf 8.000 Pfund Sterling. Herr F., der bekannte Brauerei-Besitzer, der alles Land in diesem Distrikt gepachtet hat, verliert 10.000 Pfund. Ebenfalls große Verluste erleidete Watering Burrier Brauer Herr L., ein Bruder des Herrn Herbert L. Um die Pflücker kümmerte sich niemand, aber ich behaupte, dass die vielen knappen Mahlzeiten deren der unterernährte William Buggles und die unterernährte Frau Buggles und die unterernährten kleinen Buggles verlustig gingen, eine weit furchtbarere Tragödie darstellten, als die 10.000 Pfund Sterling, die Herr F. verlor. Und dazu muß man sich erinnern, daß der unterernährte William Buggles nur einer von Tausenden war, während Herr F. nicht einmal mit 5 multipliziert werden kann. Um zu sehen, wie es William Buggles und anderen seines Schlages erging, zog ich mein Seemannszeug an und begab mich auf die Arbeitssuche. Ich schloss mich beherzt einem jungen Schuhflicker aus Ost-London an, der sich von dem Abenteuerlichen der Fahrt hatte verlocken lassen. Auf meinen Rat hatte er sich die schlechtesten Lumpen angezogen und als wir die Londoner Straße entlang nach Maidstone wanderten, war er sehr besorgt, daß er zu schlecht gekleidet sein würde. Dazu ist nichts zu sagen. Als wir bei einem Wirtshaushalt machten, musterte der Wirt uns scharf und seine Miene erhellte sich nicht, als wir ihn sehen ließen, welche Farbe unser Geld hatte. Die Einwohner an der Küste zeigten sich uns gegenüber sehr misstrauisch und junge Stutzer aus London, die im Wagen an uns vorüberfuhren, verspotteten uns, brachten Hurras für uns aus und schleuderten uns Beleidigungen nach. Ehe wir jedoch den Maidstone-Distrikt hinter uns hatten, war mein Freund schon zu der Erkenntnis gelangt, daß wir ebenso gut, wenn nicht besser gekleidet waren, als die meisten Pflücker. Einige von den Vogelscheuchen, die wir trafen, sahen direkt wunderbar aus. Na, jetzt ist wohl Ebbe, rief eine Frau von zigeunerhaftem Aussehen ihren Kameraden zu, als wir an einer langen Reihe von Kisten vorbeikamen, über denen die Pflücker den Hopfen streiften. Hast du verstanden, flüsterte Bert, sie meint dich. Ich hatte verstanden und ich muß gestehen, daß ihre Bemerkung recht treffend war. Bei Eintritt der Ebbe bleiben die Boote auf dem Strande liegen und können nicht abfahren und ebenso ergeht es dem Seemann. Wenn Ebbe ist, wird es auch ihm schwer, sich oben zu halten. Meine Seemannsausrüstung und meine Anwesenheit im Hopfendistrikt erzählten deutlich, daß ich Seemann ohne Heuer war, ein gescheiterter Mann. Haben Sie Arbeit für uns, fragte Bert den Vorarbeiter, einen älteren Mann, der freundlich aussah und sehr beschäftigt war. Sein Nein klang sehr bestimmt, aber Bert ließ nicht locker und folgte ihm auf den Fersen, wo er stand und ging und dasselbe tat ich. Ob es unsere Ausdauer war, die den Vorarbeiter erweichte, oder unser armseliges Aussehen und unsere Rede, konnten weder Bert noch ich herausfinden. Aber schließlich gab er nach und wies uns die einzige Kiste an, an der noch Platz war. Eine Kiste, die soeben zwei andere Männer verlassen hatten, weil sie nicht genügend für ihren Unterhalt verdienten. Benehmt euch nun anständig, sagte der Vorarbeiter zu uns, als er uns unter all den Frauen bei der Arbeit ließ. Es war Sonnabendnachmittag und wir wußten, daß die Arbeit früh aufhören würde. Wir machten uns deshalb eifrig an den Hopfen, fest entschlossen, uns mindestens das Salz zu unserem Brot zu verdienen. Es zeigte sich, daß es eine schlechte Arbeit war, eigentlich nur für Frauen, nicht für Männer geeignet. Wir saßen auf dem Rande der Kiste zwischen den Hopfenstangen und pflückten den Hopfen, wobei uns der Stangenzieher beständig mit großen, duftenden Ranken versorgte. In einer Stunde waren wir so tüchtig, wie man überhaupt werden kann. Sobald die Finger gewohnt sind, rein automatisch den Unterschied zwischen Hopfen und Blättern zu fühlen und ein halbes Dutzend Blüten auf einmal abzustreifen, gibt es nichts mehr zu lernen. Wir arbeiteten mit Leichtigkeit und tatsächlich ebenso schnell wie die Frauen. Aber ihre Kisten füllten sich schneller, weil ihre Kinder sie überall umschwärmten und mit beiden Händen fast ebenso schnell pflückten wie die anderen. Pflückten nicht allzu sauber, das tun wir nicht, bemerkte eine der Frauen und wir verstanden den Wink und waren ihr dankbar. Im Laufe des Nachmittags erkannten wir, daß man mit der Arbeit keinen Tagelohn verdienen konnte, jedenfalls nicht für einen Mann. Frauen konnten ebenso schnell pflücken wie Männer und Kinder fast ebenso schnell wie die Frauen, so daß es einem Manne selbstverständlich unmöglich war, mit einer Frau und einem halben Dutzend Kindern zu konkurrieren. Hörkamerad, ich habe einen niederträchtigen Hunger, sagte ich zu Bert. Wir haben kein Mittagessen bekommen. Ja, ich könnte gleich den Hopfen fressen, antwortete er. Und dann begannen wir beide darüber zu jammern, daß wir versäumt hatten, eine zahlreiche Nachkommenschaft in die Welt zu setzen, so daß wir heute, wo es uns so Not tat, die rechte Hilfe gehabt hätten. Auf die Art schlugen wir die Zeit tot und machten andauernd spaßige Bemerkungen zur Erbauung der Umsitzenden. Wir gewannen völlig das Herz des Stangenziehers und der junge Bauernbursche, der auch die Aufgabe hatte, die abgerissenen Zweige aufzulesen, schüttete immer wieder abgefallene Blüten in unsere Kiste. Wir fragten ihn, wie viel wir machen könnten und erfuhren, daß die Bezahlung einen Schilling für 14 Scheffel ausmachte, daß wir aber höchstens einen Schilling für 24 Scheffel ausbezahlt kämen. Das hieß, daß das Geld für 10 Scheffel zurückgehalten wurde. Eine Methode, die die Hopfenbauer eingeführt hatten, um die Pflücker in der Hand zu behalten, ob die Ernte nun gut oder schlecht war, namentlich aber, wenn sie schlecht war. Eigentlich war es herrlich, hier im Sonnenschein zu sitzen, während der goldene Blütenregen aus unseren Händen strömte und der scharfe, aromatische Hopfenduft uns in die Nase kitzelte. Und unterdessen erinnerten wir uns deutlich der lärmenden Großstadt, aus denen diese Menschen gekommen waren. Arme Menschen der Straße. Die Bevölkerung der Rinnsteine, selbst die konnten nach der Erde hungern, sich nach dem Boden sehnen, von dem sie vertrieben worden waren, und nach dem Leben im Freien, nach Wind, Regen und Sonne, nach alledem, was nicht vom Schmutz der Großstadt besudelt war. Wie das Meer den Seemann, so zieht das Land sie an, und in ihrem verstümmelten, verwesten Körper verspüren sie einige seltsame Regungen, unbewusste Ackerbauererinnerungen, ererbt von den Vorfahren, die lebten, ehe die Städte entstanden. Und auf unerklärliche Weise fühlen sie Freude über die Erde, den Duft, den Anblick und die Geräusche, die ihr Blut nicht vergessen haben, wenn sie sich dessen auch nicht bewusst sind. Jetzt gibt's keinen Hopfen mehr, Kamerad, klagte Bert. Es war fünf Uhr, und die Stangenzieher hatten Schluss gemacht. Alles sollte weggeräumt werden, da am Sonntag nicht gearbeitet wurde. Eine ganze Stunde mußten wir auf die Ausseher warten, und unsere Beine zitterten vor Kälte, sobald die Sonne untergegangen war. Gleich neben uns standen zwei Frauen und ein halbes Dutzend Kinder, die 18 Scheffel gepflückt hatten, so daß die zehn Scheffel, die der Aufseher in unserer Kiste fand, wohl ganz ordentlich waren, namentlich in Anbetracht des Umstandes, daß die Kinder, die den Frauen geholfen hatten, im Alter von neun bis vierzehn Jahren waren. Zehn Scheffel. Wir rechneten aus, daß das acht und einen halben Pens für zwei Mann ergab, die drei und eine halbe Stunde gearbeitet hatten. Also vier Pens und einen Farthing für jeden, oder etwas über einen Penny die Stunde. Wir hätten nur fünf Pens von der ganzen Summe ausbezahlt bekommen sollen, aber der Lohnzahler hatte kein Wechselgeld und so gab er uns sechs Pens. Vorstellungen waren zwecklos. Eine Geschichte von unserer unglücklichen Lage konnte ihn nicht rühren. Er erklärte laut, wir hätten einen Penny mehr bekommen als uns Zustände und ging seines Weges. Laßt uns nun einmal den Fall setzen, daß wir waren, wofür wir uns ausgaben. Arme, verbrauchte Männer, dann wäre unsere Lage folgendermaßen gewesen. Die Nacht brach herein. Wir hatten noch kein Abendbrot bekommen, auch kein Mittagessen und besaßen alles in allem sechs Pens. Ich war so hungrig, daß ich drei Portionen zu sechs Pens hätte essen können. Und Bert auch. So viel war sicher, daß, wenn wir unseren Magen nur 16,2% Gerechtigkeit werden ließen, alle unsere sechs Pens draufgingen und unser Magen immer noch 83,1% Ungerechtigkeit leiden würde. Wir konnten unter einem Strauch schlafen, was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn die Kälte uns auch arg zugesetzt hätte. Dazu kam, daß der nächste Tag ein Sonntag war, an dem nicht gearbeitet wurde. Unsere dummen Magen wären doch kaum geneigt gewesen, deshalb die Arbeit niederzulegen. Das Problem stellte sich daher folgendermaßen. Woher sollten wir drei Mahlzeiten am Sonntag und zwei am Montag nehmen, wenn wir erst Montagabend wieder Lohn erhielten? Wir wußten, daß alle Obdachlosen Asyle überfüllt waren. Wir wußten auch, daß wir, wenn wir bei den Bauern oder in den Dörfern bettelten, alle Aussicht hatten, für ein paar Wochen eingesteckt zu werden. Was sollten wir tun? Wir starrten uns verzweifelt an. Nein, wir waren nicht die Spur verzweifelt. Froh dankten wir Gott, daß es uns nicht erging wie den anderen, nämlich wie diesen Hopfenpflückern, marschierten nach Maidstone und ließen in unseren Taschen die Silbermünzen rasseln, die wir von daheim mitgenommen hatten. Die Frau am Meer Man sollte es für unmöglich halten, mitten im Herzen von Kent die Frau am Meer zu finden, aber eben dort fand ich sie in einer einfachen Straße im Armenviertel von Maidstone. Sie hatte keinen Zettel am Fenster, das sie Zimmer vermiete und es kostete mich viel Überredung, ehe sie sich dazu bewegen ließ, mich in ihrem Vorzimmer schlafen zu lassen. Am Abend stieg ich in ihre halb unterirdische Küche hinab und plauderte mit ihr und ihrem Mann, der Thomas Mugridge hieß. Als ich mit ihnen sprach, war es, als verschwende all die furchtbare und verwickelte Maschinerie unserer Zivilisation. Es war, als hätte ich durch Haut und Fleisch hindurch bis in die nackte Seele hineingeschnitten und in Thomas Mugridge und seiner alten Frau das innerste Wesen dieser merkwürdigen englischen Rasse erfasst. Ich fand hier die Sehnsucht, die die Söhne Albions nach allen Zonen der Erde gelockt hatte. Ich fand hier den ungeheuren Fehler in der Rechnung, der die Engländer in sinnlose Streitigkeiten und in törichte Kämpfe getrieben hat. Ich fand den Eigensinn und Starrsinn, der sie geschlossenen Auges zu Größe und Macht geführt hat. Und ebenso fand ich die ungeheure und unfassbare Geduld, die die Bevölkerung in den Stand gesetzt hatte, alle Lasten zu tragen, klaglos, schwere Jahre hindurch sich abzurackern und gehorsam ihre besten Söhne hinaus zu senden, um zu kämpfen und die Erde von einem Ende zum anderen zu erobern. Thomas Muggeridge war 71 Jahre alt, ein unansehnliches Männlein. Wegen seiner kleinen Gestalt hatte er nicht gedient. Er war daheim geblieben und hatte gearbeitet. Arbeit war seine früheste Erinnerung. Er kannte nichts als Arbeit. Er hatte all seine Tage gearbeitet und er arbeitete noch trotz seiner 71 Jahre. Er stand mit der Lerche am Morgen auf und ging aufs Feld. Er war Tagelöhner und als solcher schon auf die Welt gekommen. Frau Muggeridge war 73 Jahre alt. Von ihrem achten Jahre an hatte sie auf dem Felde gearbeitet. Erst hatte sie die Arbeit eines Knaben, später die eines Mannes geleistet. Sie arbeitete noch, hielt das Haus blitzblank, wusch, kochte und bog, kochte auch für mich und machte mir mein Bett, als ich ins Haus gekommen war, so daß ich mich fast schämte. Nach mehr als 60-jähriger Arbeit hatte sie nichts, hatte keine andere Aussicht als mehr Arbeit und sie war zufrieden. Sie erwartete nichts anderes, wünschte nichts anderes. Sie lebten einfach, ihre Ansprüche waren gering, ein halber Liter Bier, den sie in der halb unterirdischen Küche schlürften, wenn der Arbeitstag beendet war, ein Wochenblatt, das sie sieben Abende hintereinander studierten und ein bisschen träge, gedankenlose Unterhaltung. Von einem Holzschnitt an der Wand blickte eine zarte, engelhafte junge Frau herab. Unter dem Bild stand geschrieben, Unsere künftige Königin. Und von einer stark kolorierten Lithographie daneben warf eine dicke ältere Dame einen Blick in die Stube und darunter stand Unsere Königin bei ihrem diamantenen Jubiläum. Je schwerer man für sein Brot arbeitet, desto besser schmeckt es, sagte Frau Muggeridge, als ich meinte, es wäre bald Zeit, daß sie sich ein bisschen Ruhe gönnte. Wir brauchen keine Hilfe, sagte Thomas Muggeridge als Antwort auf meine Frage, ob die Kinder ihnen denn nicht zur Hand gingen. Wir werden arbeiten, bis wir fertig sind, Mutter und ich, fügte er hinzu, und Frau Muggeridge nickte eifrig zustimmend mit dem Kopf. Sie hatte 15 Kinder in die Welt gesetzt und alle waren fortgezogen oder gestorben. Aber die Kleine wohnte in Maidstone, sie war übrigens jetzt 27 Jahre alt. Waren die Kinder verheiratet, so hatten sie genug mit ihren eigenen Familien und ihren eigenen Sorgen zu tun, wie ihre Eltern vor ihnen. Wo in der Welt waren die Kinder? Ach, wo waren sie nicht? Lizzie war in Australien, Mary in Buenos Aires, Paul in New York, Joe war in Indien gestorben. So zählte sie sie, die Lebenden und die Toten, Soldaten und Seeleute und Kolonistenfrauen zur Belehrung der Reisenden auf, die in ihrer Küche saßen. Sie reichte mir eine Fotografie. Ein schmucker junger Mann in Uniform sah mich an. Welcher von den Söhnen ist das? fragte ich. Sie lachten beide herzlich. Sohn? Nein. Ein Enkel, gerade aus Indien heimgekehrt, Trompeter beim Regiment des Königs. Sein Bruder stand beim selben Regiment wie er. Und so erzählte sie weiter von Söhnen und Töchtern und Kindeskindern. Alle waren über den Erdball verstreut und bauten mit am Kaiserreich, während die Alten daheim saßen und auf ihre Weise mit am Reiche bauten. Wie sie haben unzählige englische Frauen ihre Kinder in die Welt hinausgeschickt. Die Frauen ihrer Söhne konnten das Geschlecht vermehren, aber ihre eigene Zeit ist vorbei. Die zuerst ausgesandten englischen Söhne sind jetzt Australier, Afrikaner und Amerikaner. England hat zu lange seine besten Söhne fortgeschickt und die zurückbleibenden so grausam vernichtet, dass für die Mutter, die Frau am Meer, nichts blieb, als die langen Abende da zu sitzen und die Königsbilder an der Wand anzustarren. Der richtige britische Handelsseemann lebt nicht mehr. Der Handelsdienst ist nicht mehr die Vorschule für Seebären wie die, welche unter Nelson bei Trafalgar und am Nil kämpften. Die Kaufartei-Schiffe werden hauptsächlich mit Fremden bemannt. Die Engländer versorgen sie noch mit Offizieren, ziehen jedoch Fremde in der Back vor. In Südafrika lehren die Kolonisten die Eingeborenen schießen. Die Offizieren begehen Fehler, während das Publikum daheim hysterisch protestiert. Und das Kriegsministerium senkt das Niveau durch das Werben von Soldaten. Wie könnte es anders sein? Der phlegmatischste Brite kann doch nicht hoffen, immer wieder das beste Herzblut des Landes abzapfen zu können, ohne es durch Neues zu ersetzen und doch die Nation zu bewahren. Frau Thomas Muggeridge ist in die Großstadt getrieben worden und sie bringt kaum mehr als ein blutarmes, schwächliches Geschlecht zur Welt, das sich kaum ernähren kann. Die Stärke der englisch sprechenden Rasse findet man heutzutage nicht mehr auf der engen kleinen Insel, sondern in der neuen Welt, jenseits des Meeres, wo die Söhne und Töchter von Frau Thomas Muggeridge wohnen. Die Frau am Meer hat ihre Rolle in der Welt beinahe ausgespielt, wenn sie es selbst auch noch nicht einsehen kann. Sie muß jetzt sich und ihre müden Lenden eine Weile ausruhen und wenn sie nicht ihre Zuflucht zum Asyl für Obdachlose und zum Armenhaus nehmen muß, so kommt es nur daher, daß sie diese Schar von Söhnen und Töchtern großgezogen hat, die sie unterstützen, wenn sie alt und schwach wird. Der Bodensatz Ich blieb einen Augenblick auf dem Meil-End-Feld stehen und lauschte auf einen Wortewechsel. Es war spätabends und die Teilnehmer und der Unterhaltung waren bessere Arbeiter. Sie hatten sich um einen der Iren geschart, einen 30-jährigen Mann mit angenehmen Zügen und ereiferten sich sehr. Ich will nicht näher auf dieses Gespräch eingehen. Dieser Mann auf dem Meil-End-Feld deckte die Tatsache auf, daß die Löhne immer gedrückt werden, wenn zwei Männer sich um dieselbe Arbeit bewerben. Ginge jemand noch näher auf die Sache ein, so würde er entdecken, daß sogar die Gewerkschaften behaupten, daß 20.000 arbeitstüchtige Männer nicht imstande sein würden, die Löhne zu halten, wenn 20.000 Arbeitslose versuchten, die organisierten Arbeiter zu verdrängen. Im ganzen Lande sind die Löhne heruntergegangen und das gibt wieder Anlass zu großen Arbeitskämpfen und Streiks, was die Arbeitslosen benutzen, indem sie freudig das Werkzeug ergreifen, das die Streikenden niedergelegt haben. Hungerlöhne, Heerscharen von Arbeitslosen und Massen von Obdachlosen sind die unvermeidliche Folge davon, daß es mehr Menschen als Arbeit für sie gibt. Die Männer und Frauen, die ich auf den Straßen herumwandern sah, die ich in den Arbeitshäusern und Speiseanstalten traf, kommen nicht dorthin, weil sie ihren Lebensunterhalt dort leicht verdienen. Ich habe wohl genügend die Leiden beleuchtet, die sie durchmachen müssen und man wird mit mir einig darin sein, daß die Verhältnisse an diesen Städten alles eher als leicht sind. Es ist sehr einfach auszurechnen, daß es in England leichter ist, für 20 Schilling wöchentlich zu arbeiten, regelmäßige Mahlzeiten und jede Nacht ein Bett zu bekommen, als auf die Straße zu gehen. Die Männer, die auf die Straße gehen, leiden weit mehr, arbeiten weit schwerer und bekommen weit weniger dafür. Ich habe erzählt, wie sie ihre Nächte verbringen und wie die körperliche Erschöpfung sie in die Asyle treibt, um ein wenig Ruhe zu finden. Auch dort verdienen sie nicht leicht. Vier Pfund Werk zu pflücken, zwölf Zentner Steine klopfen oder die ekelhaftesten Arbeiten für eine elende Kost und Unterkunft ausführen, muss als reichliche Bezahlung bezeichnet werden. Reichlich bezahlt von denen, die die Arbeit leisten. Seitens der Behörden ist es der reinste Raub. Sie bezahlen die Arbeit weit niedriger als die privaten Arbeitgeber. Der Lohn für eine, für einen privaten Arbeitgeber ausgeführte Arbeit würde ihnen bessere Unterkunft, besseres Essen, bessere Behandlung und vor allem größere Freiheit verschaffen. Wie gesagt, die Asyle vorziehen hieße seine Arbeitskraft verschwenden und dass die Armen das wissen, sieht man am besten daran, wie sie diese Städten scheuen, bis körperliche Leiden sie hineintreiben. Was ist also der Grund, dass sie hinkommen? Nicht, dass ihnen der Mut zur Arbeit fehlt, sondern eben, weil ihnen der Mut zum Müßiggang fehlt. Der Tramp in den Vereinigten Staaten ist fast immer ein Mann, dem es am Arbeitsmut fehlt. Er hält das Leben des Landstreichers für besser als das des Arbeiters. Aber so ist es nicht in England. In England weiß der Landstreicher, dass er sich für einen Tagelohn von zwei Schilling, drei gute Mahlzeiten und Nachtlogie kaufen kann und sogar noch ein paar Pens Taschengeld übrig hat. Er will lieber für diese zwei Schilling arbeiten, als für die Barmherzigkeit, die die Asyle ihm gewähren. Denn er weiß, dass er dann weder so schwer zu arbeiten braucht, noch so abscheulich behandelt wird. Tut er nichts, so kommt es nur daher, dass es mehr Arbeiter gibt als Arbeit. Gibt es mehr Arbeiter, als es Arbeit für sie gibt, so findet unweigerlich ein Ausscheidungsprozess statt. In allen Industriezweigen werden die am wenigsten Tauglichen hinausgedrängt. Sie werden es eben wegen ihrer Untauglichkeit. Und es geht mit ihnen bergab, bis sie die Stelle des Arbeitsmarktes erreichen, wo sie als untauglich angesehen werden können. Es ist daher selbstverständlich, dass, wer am allerwenigsten taugt, ganz bis auf den Boden sinken muss, bis hinab auf die Schlachtbank, wo er einen kläglichen Tod erleidet. Wirft man einen Blick auf die völlig Untauglichen, so wird man finden, dass sie in der Regel in geistiger, körperlicher und moralischer Beziehung völlige Wracks sind. Ausnahmen von dieser Regel bilden einzig die, die zuletzt den Boden erreicht haben, auf die der Vernichtungsprozess der Untauglichkeit gerade erst zu wirken begonnen hat. Jetzt sind alle Kräfte vereint, um die Vernichtung zu vollenden. Der starke Körper, den sie in Ermangelung eines scharfen und schnellen Hirns hatten, wird schnell ausgemagelt und verkrüppelt. Der klare Geist, den sie in Ermangelung eines starken Körpers hatten, wird schnell verderbt und angesteckt. Die Sterblichkeit ist unermesslich groß und doch sterben sie einen allzu langsamen Tod. Hier haben wir die Erklärung dafür, dass der Abgrund sich bevölkert. Auf dem ganzen Arbeitsmarkt findet eine konstante Ausscheidung statt. Die Unbrauchbaren werden abgesondert und in den Abgrund geschleudert. Die Untauglichkeit kann verschiedene Ursachen haben. Der unzuverlässige Maschinist wird sinken, bis er den Platz findet, der für ihn passt. Als Gelegenheitsarbeiter eine Stellung unregelmäßiger Art, in der keine Verantwortung auf ihm ruht. Wer langsam und schwerfällig, wer geistig oder körperlich geschwächt ist, wem Nervenkraft, Seelenstärke und Gesundheit fehlen, der muß hinunter, zuweilen schnell, zuweilen, Schritt für Schritt. Ein Unglück kann einen brauchbaren Arbeiter völlig zerschmettern und unbrauchbar machen, so daß er in den Abgrund muß. Ebenso geht es, wenn das Alter kommt, wenn die Energie nachlässt und das Gehirn träge wird. Dann kann der alternde Mann den schweren Gang in die Tiefe des Abgrundes beginnen, den Gang, auf dem ihm keine Ruhe vergönnt ist, bis der Tod ihn einholt. Einen furchtbaren Bericht über diese Verhältnisse gibt die Londoner Statistik. Die Einwohnerzahl Londons beträgt ein Siebentel der Bevölkerung der Vereinigten Königreiche. Und in London stirbt alljährlich jeder vierte Mensch auf öffentliche Kosten, entweder im Armenhaus, im Hospital oder in der Irrenanstalt. Bedenkt man, daß die Wohlhabenden nicht auf diese Weise enden, so steht fest, daß es das Schicksal sein muß, daß jeden dritten Arbeiter trifft. Als Beispiel, wie ein tüchtiger Arbeiter plötzlich dazu kommen kann, daß er zu den Unbrauchbaren gehört und wie es ihm dann ergeht, möchte ich die Geschichte von Gary erzählen. Er ist ein Mann von 32 Jahren und jetzt armen Häusler. Die folgenden Auszüge sind dem Jahresbericht der Gewerkschaften entnommen. Ich war bei den britischen chemischen Fabriken in Wydens angestellt. Ich arbeitete in einem Schuppen und mußte daher über den Fabrikhof gehen. Es war 10 Uhr abends und nicht erleuchtet. Als ich über den Hof schritt, fühlte ich plötzlich, wie etwas mein Bein packte und es zerschmetterte. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich am nächsten Sonntag wieder zu mir kam, lag ich im Hospital. Ich fragte die Krankenschwester, was mit meinem Bein los sei und sie erzählte mir, dass beide abgenommen waren. Auf dem Fabrikhof befand sich in einer Vertiefung ein fester Krummzapfen. Das Loch war 18 Zoll lang, 15 breit und 15 tief. Die Achse machte drei Umdrehungen in der Minute. Das Loch war weder mit einem Gitter versehen noch überdeckt. Nach dem Unfall wurde es mit einer eisernen Platte bedeckt. Man hat mir 25 Pfund Sterling gegeben. Nicht als Schadenersatz, nur aus Barmherzigkeit, wie sie sagten. Von dem Geld habe ich neun Pfund für einen Krankenwagen gebraucht, in dem ich alleine herumfahren kann. Als das Unglück mit meinem Bein geschah, hatte ich Arbeit. Ich verdiente 24 Schilling die Woche, was mehr war, als die anderen Arbeiter verdienten, da ich zur Ablösung an verschiedenen Stellen gebraucht wurde. War eine schwierige Arbeit auszuführen, so wurde in der Regel ich dazu verwendet. Herr Menden, der Direktor, besuchte mich mehrmals im Krankenhaus. Als eine Besserung eintrat, fragte ich ihn, ob er glaube, daß es möglich sei, Arbeit für mich zu finden. Er sagte, ich solle mir deshalb keine Sorgen machen, da die Firma nicht herzlos wäre. Jedenfalls sollte ich keine Not leiden. Als Herr Menden mich das letzte Mal besuchte, sagte er, er wolle die Direktoren fragen, ob sie mir einen 50-Pfund-Schein geben würden, damit ich zu meinen Verwandten nach Irland reisen könnte. Armand Gary. Er bezog einen verhältnismäßig besseren Lohn als die anderen Arbeiter, weil er ehrgeizig war und überall zupackte. Und wenn es eine schwierige Arbeit auszuführen galt, wählte man ihn dazu. Da geschah das Unglück und er kam ins Armenhaus. Er hatte nur die Wahl zwischen dem Armenhaus und der Heimreise nach Irland, um seiner Familie für den Rest seines Lebens zur Last zu liegen. Kommentar überflüssig. Man wird verstehen können, dass die Grenze zwischen Brauchbarkeit und Unbrauchbarkeit nicht von den Arbeitern selbst festgesetzt, sondern von der Nachfrage nach Arbeitskraft bestimmt wird. Suchen drei Männer dieselbe Stellung, so wird der Tüchtigste sie erhalten und die beiden anderen werden, so gute Arbeiter sie auch sein mögen, in diesem Fall doch unverwendbar sein. Wenn Deutschland, Japan und die Vereinigten Staaten den ganzen Weltmarkt in der Eisen-, Kohlen- und Textilindustrie eroberten, so würden die englischen Arbeiter zu Hunderttausenden arbeitslos werden. Einige würden auswandern, der Rest würde sich mit seiner Arbeitskraft auf andere Zweige der Industrie werfen. Das Ergebnis wäre eine allgemeine Erschütterung des englischen Arbeitsmarktes und, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt wäre, würde die Anzahl der Unbrauchbaren auf dem Boden des Abgrunds um Hunderttausende vermehrt worden sein. Wenn es mehr Arbeiter gibt als Arbeit für sie, so werden genauso viele Arbeiter wie überflüssig sind, als untauglich gelten und zu langsamer, qualvoller Vernichtung verurteilt werden. Die Stadt der Verdammten Ost-London ist ein Bezirk, wo die Reichen und die Machthaber nicht wohnen, wohin der Reisende nie kommt, wo aber zwei Millionen Arbeiter wohnen, sich vermehren und sterben. Man muß nicht glauben, daß alle Arbeiter Londons in East End zusammengepfercht sind, aber die Strömung geht stark dahin. Beständig werden die Armenviertel in der inneren Stadt niedergerissen und die Hauptmenge der Vertriebenen zieht nach dem Osten. In den letzten zwölf Jahren hat ein einziger Distrikt, der, welcher London jenseits der Grenze genannt wird und zwischen Altgate, Whitechapel und Mile End liegt, um 260.000 Bewohner oder mehr als 60% zugenommen. Die Stadt der fürchterlichen Einsamkeit nennt man oft das East End von London, namentlich die gut genährten Zuschauer, die alles nur an der Oberfläche sehen und tief erschüttert sind über die unerträgliche Einförmigkeit und das Elend, das über dem Ganzen ruht, lieben es so zu nennen. Wäre East End keines schlimmeren Namens als die Stadt der fürchterlichen Einsamkeit würdig und verdiente die arbeitende Bevölkerung nicht Abwechslung und Schönheit, so wäre es gar keine so schlechte Wohnstätte. Aber Ost London verdient einen weit schlimmeren Namen. Es müßte heißen die Stadt der Verdammten. East End ist nicht, wie manche glauben, ein Stadtteil mit armen Vierteln. Es ist eine einzige mächtige Spelunke. Vom Standpunkt der Wohlanständigkeit und Menschlichkeit aus ist jede einzige ihrer vielen elenden Straßen ein Abgrund der Armut. An Stellen, wo alles, was man sieht und hört von der Art ist, daß weder sie noch ich wünschten, daß unsere Kinder es säen und hörten, dürften gar keine Kinder leben, die sehen und hören können. Wo sie und ich wünschten, daß unsere Frauen nicht wohnen sollten, dort ist auch keine Stätte für die Frau eines anderen Mannes. Und hier, in East End, zeigen sich Unanständigkeit und tierische Rohheit ganz unverschleiert. Hier ist nichts versteckt, das Schlechte verdirbt das Gute und alles geht derselben Vernichtung entgegen. In Ost-London ist kindliche Unschuld ein flüchtiges Ding, das behütet werden muß, wenn es noch in der Windel liegt. Oder man muß entdecken, daß reine, kleine Kinder ebenso wenig unschuldig sind wie man selbst. Alles zeigt, daß das Leben in Ost-London ungesund ist. Wo sie nicht möchten, daß ihre eigenen kleinen Kinder leben, aufwachsen und, was zum Leben gehört, kennenlernen sollten, dort ist auch nicht der Ort für Kinder anderer Menschen, umzuleben, aufzuwachsen und das Leben kennenzulernen. Sie ist so einfach, diese goldene Regel, und man braucht eigentlich keine andere Richtschnur. Nationalökonomie und alte überlebte Vorschriften haben nicht viel Wert, wenn sie etwas anderes behaupten. Was für ihre Vertreter selbst nicht gut genug ist, ist es auch nicht für andere. Damit ist alles gesagt. In London wohnen 300.000 Menschen in Einzimmerwohnungen und weit, weit mehr wohnen in Zwei- und Dreizimmerwohnungen und sind ebenso furchtbar zusammengepfercht, ohne Rücksicht auf das Geschlecht wie die, die in einem einzigen Zimmer leben. Das Gesetz schreibt 400 Kubikfuß Raum für jeden Menschen vor. In den Baracken des Heeres werden jedem Soldaten 600 Kubikfuß zugestanden. Professor Huxley, seinerzeit öffentlicher Arzt in Ostlondon, kämpfte dafür, daß jeder Mensch 800 Kubikfuß Raum haben und daß die Wohnung gut gelüftet sein sollte. Aber in London leben trotz der Vorschriften des Gesetzes 900.000 Menschen, die sich mit weniger als 400 Kubikfuß begnügen müssen. Wen der folgende tragische Bericht beim Lesen empört, der darf nicht vergessen, daß das empörendste der Umstand ist, daß es überhaupt geschehen kann. In Devonshire Lissengrove starb vor kurzem eine alte Frau von 75 Jahren. Bei der gerichtlichen Untersuchung erklärte der Leichenbeschauer, daß alles, was man in ihrem Zimmer gefunden hätte, ein Haufen Alter von ungeziefer wimmelnder Lumpen gewesen wäre. Er hätte selbst bei dieser Gelegenheit Läuse bekommen. Das Zimmer sei in einer Verfassung gewesen, wie er nie etwas erlebt hatte. Alles sei sozusagen mit ungeziefer bedeckt gewesen. Der Arzt erklärte, ich habe die Verstorbene vor dem Kamin auf dem Rücken liegend gefunden. Sie war mit einem Hemd und mit Strümpfen bekleidet. Ihr Körper wimmelte von Läusen und alles, was an Zeug gefunden wurde, war grau von Ungeziefer. Die Verstorbene befand sich in einem sehr schlechten Ernährungszustand und war stark abgemagert. Sie hatte große Wunden an den Beinen und ihre Strümpfe klebten daran fest. Die Wunden waren von Ungeziefer verursacht. Ein Mann, der dem Verhör beiwohnte, schrieb, ich hatte leider Gelegenheit, den Körper der unglücklichen Frau zu sehen, als sie im Leichenhaus lag. Und noch jetzt lässt der Gedanke an diesen grauenhaften Anblick mich schaudern. Sie lag in ihrem Sarg so ausgezehrt und abgemagert, daß sie einem Skelett gelich. Ihr von schmutzentfärbtes Haar war ein einziges Läusenest. Auf ihrer mageren Brust sprangen und krabbelten Hunderte, Tausende von Läusen. Es wäre fürchterlich, wenn ihre Mutter oder meine Mutter auf eine solche Art und Weise stürbe, und es ist nicht weniger furchtbar, daß diese Frau, wessen Mutter sie auch war, so starb. Bischof Wilkinson, der sich im Land der Sulu-Kaffern aufgehalten hat, sagte neulich, kein Häuptling eines afrikanischen Dorfes würde eine ähnliche, zufällige Verbindung von jungen Männern und Frauen, Knaben und Mädchen zulassen. Er meinte, die Kinder, der übervölkerten Armenviertel, die im Alter von fünf Jahren nichts mehr zu lernen, aber desto mehr zu vergessen haben, was sie doch nie ganz vergessen werden können. Es ist bekannt, daß die Häuser dieses Armenviertels weit größere Einnahmen bringen, als die Gebäude, in denen wohlhabende Leute wohnen. Der arme Arbeiter muß nicht allein wie ein Tier wohnen, er muß verhältnismäßig weit mehr dafür bezahlen, als der Reiche für seinen Komfort. Der Kampf der Armen um die elenden Wohnungen hat bewirkt, daß eine Art Blutsauger auf diesem Gebiet entstand. Es gibt mehr Menschen als Zimmer und unzählige gehen in die Armenhäuser, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Die Häuser werden nicht nur vermietet, sondern untervermietet und die einzelnen Zimmer dann wiedervermietet. Teil eines Zimmers zu vermieten stand neulich auf einem Schild an einem Fenster, keine fünf Minuten von St. James Hall. Reverend Hugh Price Hughes hat öffentlich bezeugt, daß Betten nach dem Drittelsystem vermietet werden. Das heißt, ein Bett an drei Mieter. Jeder darf es acht Stunden benutzen, so daß es nie Zeit hat, kalt zu werden. Und selbst der Platz unter dem Bett wird nach dem Drittelsystem vermietet. Die Beamten der Gesundheitspolizei haben mehr als Einmalfälle wie den hier angeführten angetroffen. In einem Zimmer befanden sich drei erwachsene Frauen im Bett und drei erwachsene Frauen unter dem Bett. In einem anderen Zimmer lagen ein erwachsener Mann und zwei Kinder im Bett und zwei erwachsene Frauen unter dem Bett. Hier ist ein typisches Beispiel von einem Zimmer, das nach einem achtbareren Halbsystem vermietet wird. Am Tage wird es von einer jungen Frau bewohnt, die nachts in einem Hotel beschäftigt ist. Um sieben Uhr abends verlässt sie das Zimmer und ein Maurer zieht ein. Um sieben Uhr morgens verlässt er das Zimmer und geht auf Arbeit, worauf sie von ihrer Tätigkeit heimkehrt. Reverend W.N. Davis, Direktor von Spitalfields, hat in einer Gasse seiner Gemeinde eine Untersuchung angestellt. Er äußerte sich folgendermaßen In einer und hier wohnen 254 Menschen. In sechs Fällen wohnen nur zwei Menschen in einem Zimmer. In den übrigen wohnen mehrere zusammen, drei bis neun in jedem Zimmer. In einer Gasse von sechs Häusern mit 22 Zimmern wohnen 84 Menschen. Auch hier gibt es Fälle, wo sechs, sieben, acht und neun in einem Zimmer wohnen. In einem Hause mit acht Zimmern wohnen 45 Menschen. Eines der Zimmer wird von neun Personen, eines von acht, zwei von sieben und eines von sechs bewohnt. Nicht der freie Wille häuft die Menschen in diesem Abgrund zusammen, sondern der Zwang. Fast 50 Prozent der Arbeiter bezahlen ein Viertel bis die Hälfte ihres Lohnes an Miete. Die Durchschnittsmiete beträgt fast überall in East End vier bis sechs Schilling die Woche für ein Zimmer und tüchtige Industriearbeiter, die 35 Schilling die Woche verdienen, müssen 15 Schilling für zwei oder drei finstere kleine Löcher bezahlen, wo sie verzweifelt um eine Andeutung heimischen Behagens kämpfen. Und die Miete steigt beständig. In einer Straße in Stepney ist sie im Laufe von zwei Jahren von 13 auf 18 Schilling, in einer anderen Straße von 11 auf 16 Schilling und in einer Dritten von 11 auf 15 Schilling gestiegen, während zwei Zimmerwohnungen in Whitechapel, die früher zu 10 Schilling vermietet wurden, jetzt 21 kosten. In Ost und West, Nord und Süd steigt die Miete. Wenn der Grundbesitz 20 bis 30 Tausend Pfund Sterling der Morgen wert ist, so gehört schon etwas dazu, um dem Hausbesitzer seine Zinsen zu schaffen. Ein Geschlecht verkrüppelter, kleiner Menschen wächst heran, ein Geschlecht auffällig verschieden von dem ihrer Herren, ein Volk des Rindsteins, ohne Rückgrat und Stärke. Männer werden zu Karikaturen dessen, was menschliche Geschöpfe sein sollen, und ihre Frauen und Kinder sind blass, blutarm, hohläugig, rundrückig und krumm, früh verlassen von Wohlgestalt und Schönheit. Was es noch schlimmer macht, ist der Umstand, dass nur solche Männer in London zurückgeblieben sind, ein entartetes Geschlecht, das nur aufgespart ist, um weiter zu entarten. Mindestens anderthalb Jahrhunderte lang ist ihnen ihr bestes Blut abgezapft worden. Die starken Männer mit Mut, Unternehmungslust und Ehrgeiz sind fortgezogen, um sich neues Land zu unterwerfen und neue Völker zu schaffen. Zurückgeblieben sind die Schwachherzigen, die Schwachsinnigen und die körperlich Schwachen und mit ihnen die Verderbten und Hoffnungslosen. Ihnen ist es überlassen, das Geschlecht zu vermehren. Die beständige Auslese der Besten aus den Reihen der Arbeiter hat auch die Schar der Zurückgebliebenen verarmt. Sie sind zu einem traurigen Bodensatz geworden, der in die tiefsten Tiefen hinab sinkt. Die Tauglichsten düngen die Erde mit ihrem Blut oder ihre Arbeit trägt in fernen Gegenden Früchte. Die Zurückgebliebenen sind die Hefe, die ausgeschieden ist und jetzt in einem Abgrund für sich unten gehalten wird. Sie sind allmählich unmoralisch und tierisch geworden. Wenn sie töten, töten sie mit bloßen Händen und dann übergeben sie sich schlaff den strafenden Behörden. Sie erdolchen einen Kameraden mit einem stumpfen Messer oder zerhämmern ihm den Kopf mit einem eisernen Topf und warten dann auf die Polizei. Misshandlung der Frauen ist ihr eheliches Vorrecht. Sie tragen die merkwürdigsten mit Eisen und Messing beschlagenen Stiefel und wenn sie der Mutter ihrer Kinder ein blaues Auge oder dergleichen versetzt haben, so schleudern sie sie zu Boden und treten auf ihr herum, etwa so, wie ein Hengst im Wilden Westen eine Klapperschlange zertritt. Eine Frau im östlichen London ist im gleichen Maße Sklavin ihres Mannes wie eine Indianerin und wenn ich Frau wäre und nur die Wahl zwischen beiden hätte, so möchte ich lieber die Indianerin sein. Die Männer sind wirtschaftlich abhängig von ihren Arbeitgebern und die Frauen sind wirtschaftlich abhängig von ihren Männern. Das Ergebnis ist, sie hat Rücksicht auf ihre Kinder zu nehmen, denn er ist der Versorger. Sie kann ihn nicht ins Gefängnis schicken und selbst zurückbleiben und mit ihren Kindern hungern. Wenn derartige Sachen vor Gericht kommen, ist es fast unmöglich, hinreichende Zeugenaussagen zur Verurteilung des Mannes zu erlangen. In der Regel wird man sehen, wie die misshandelte Gattin und Mutter weint und verzweifelt die Obrigkeit anfleht, ihren Mann loszulassen, um der armen Kinder willen. Die Frauen werden alte Vetteln oder geistig geknickt und kriecherisch. Sie verlieren den letzten Rest von Anstand und Selbstachtung, der ihnen aus ihrer jungen Mädchenzeit geblieben ist. Alles stürzt für sie zusammen, aber in ihrer Niedrigung und ihrem Schmutz achten sie gar nicht mehr darauf. Manchmal wird mir das Gefühl, daß meine Eindrücke Übertreibungen sind, daß ich dem Bild zu nahe gekommen bin, um es im richtigen Abstand sehen zu können. In solchen Augenblicken gibt mir der Gedanke an das Zeugnis anderer Männer die Befriedigung, mich überzeugen zu dürfen, daß meine Nerven mich nicht hinters Licht geführt haben. Frederick Harrison ist in meinen Augen stets ein klar blickender, ausgeglichener Mann gewesen und er Haverei und Leibeigenschaft zu verdammen, wenn die Zustände in der englischen Industrie dauernd so wären, wie ich sie jetzt vor Augen habe, daß 90% von denen, die in Wahrheit unsere Reichtümer erzeugen, kein Heim haben, welches ihnen eine schwer verdiente Sonntagsruhe ermöglicht, kein Fleckchen Erde, nicht ein Loch, das sie ihr eigen nennen können, die überhaupt nichts besitzen, außer verdienen, der kaum genügt, sie gesund zu erhalten, daß sie in Räumlichkeiten untergebracht sind, wo kein Mensch, auch nur ein Pferd unterbringen würde, daß es ihnen so elend ergeht, daß ein Monat schlechter Verdienst, Krankheit oder unerwarteter Verlust sie Angesicht zu Angesicht dem Hunger und der Not gegenüber stellt. Aber unter schlechteren als diesen für den Arbeiter in Stadt und Land normalen Verhältnissen lebt die gewaltige Schar des verarmten Bodensatzes, der Tross, der der Industriearmee folgt und der mindestens ein Zehntel des Proletariats ausmacht, das sich bereits normalerweise in der kläglichsten Verfassung befindet. Wenn dies die stehende Ordnung der modernen Gesellschaft ist, so muß man sagen, daß die Zivilisation dem größten Teil der Menschheit zum Fluche geworden ist. 90% Stafford Broke, nachdem er ein grauenhaftes Bild von London gezeichnet hat, die Zahl auf eine halbe Million erhöhen. Er schreibt folgendes Eines Tages kam ein Landarbeiter mit Frau, Sohn und zwei Töchtern. Die Familie hatte lange auf einem Gut auf dem Lande gewohnt, wo alle Tagelöhner ein Stück Boden zu gemeinsamer Bewirtschaftung bekamen. Dann aber wurde dieses Recht ihnen genommen und die Arbeit natürlich nach London, wo es ihrer Meinung nach Arbeit genug gab. Sie besaßen einen kleinen Spargroschen und glaubten, ein paar bescheidene Zimmer mieten zu können. Aber in London begegneten sie der unabwendbaren Wohnungsfrage. Sie suchten zuerst in den anständigen Gassen und entdeckten, dass zwei Zimmer zehn Schilling wöchentlich kosteten. Das Essen war teuer und schlecht und im Laufe ganz kurzer Zeit wurde ihre giftete Umgebung, das Dunkel, in dem sie lebten, und die lange Arbeitszeit schwächten sie immer mehr und brachten sie zur Verzweiflung. Bald waren sie genötigt, sich nach einer billigeren Wohnung umzusehen. Sie fanden sie in einem Winkelgässchen, das ich ein wenig kenne. Es ist die reine Brutanstalt für Verbrechen und namenlosen Schrecken. Hier erhielten sie ein einziges Zimmer solcher Arbeitgeber, die aus Männern, Frauen und Kindern den letzten Blutstropfen saugen und einen Lohn bezahlen, der nur die Verzweiflung der Armen nährt. Und Finsternis und Schmutz, dazu die tägliche schlechte Nahrung, Kränklichkeit und Mangel an reinem Wasser wurden schlimmer als je zuvor. Die Umgebung, der Verkehr, den sie mit sich brachte, raubten der Familie den letzten Rest von Selbstachtung. Der Teufel der Trunksucht bekam sie in seine Krallen. Es gab selbstverständlich an beiden Enden der Gasse ein Wirtshaus und dahin flohen sie alle, um Zuflucht, Wärme, Gesellschaft unvergessen zu finden. Und wenn sie das Wirtshaus verließen, waren ihre Schulden größer als vorher. Ihre Sinne waren vergiftet und das Hirn brannte ihnen im Kopf. Sie waren zu allem fähig, um ihren Drang nach berauschenden Getränken zu befriedigen. Wenige Monate später saß der Familienvater im Gefängnis. Die Mutter lag auf den Tod da nieder, der Sohn war Verbrecher und die Töchter waren auf der Straße. Multipliziert diesen Fall mit einer halben Million und ihr werdet noch nicht die richtige Zahl erreicht haben. Es gibt auf dieser Welt keinen traurigeren Anblick als dieser fürchterliche Osten Wepping bis zu den Ost-India-Docs hin bietet. Hier ist die Farbe des Lebens grau und schmutzig braun. Alles ist hilflos, hoffnungslos, trostlos und schmutzig. So etwas wie Badeeinrichtungen kennt man nicht. Die Menschen selbst sind so schmutzig, daß jeder Versuch der Reinlichkeit als Komödie betrachtet werden müßte, wäre es nicht so schmerzlich und tragisch. Merkwürdige üble aus einer Kloake als dem des Himmels. Selbst das Steinpflaster schäumt vor Unsauberkeit. Die Engländer haben sich stets damit gebrüstet, daß ihr Heim ihre Burg wäre. Heute ist das jedoch ein Irrtum. Das Volk der Armut hat kein Heim. Sie kennen gar nicht die Bedeutung und Heiligkeit des häuslichen Lebens. Sogar die städtischen Wohnungen, in denen die besseren Arbeiter wohnen, sind ja nur überfüllte Kasernen. Auch in ihnen gibt es kein häusliches Leben. Selbst die Sprache beweist das. Wenn der Vater von der Arbeit kommt und sein Kind, das er auf der Straße trifft, fragt, wo die Mutter ist, erhält er die Antwort, im Gebäude. Ein neuer Begriff ist entstanden. Das Volk der Straße. Ihr Leben verbringen diese Menschen bei der Arbeit und auf der machen, wollte man es hier anwenden. Der ruhige, zurückhaltende Engländer, den man kennt, ist hier verschwunden. Das Volk der Straße ist lärmend, großmäulig, aufgeregt und heftig, solange es noch jung ist. Im Alter wird es schlaff und vom Bier verdummt. Haben sie sonst nichts zu tun, so keuen sie wieder wie das Vieh. Man stößt überall auf sie. Sie stehen auf den Fliesen und an den Ecken und starren leer vor sich hin. Beobachtet einen von ihnen, er wird stundenlang so stehen können, und wenn man sich entfernt, steht er immer noch da und starrt ins Leere. Er hat kein Geld für Bier und seine Höhle ist nur zum Schlafen da. Was soll er sich da vornehmen? Er ist längst mit der Liebe fertig, mit der des jungen Mädchens, der Gattin und des Kindes und ist der Meinung, daß sie nur Einbildung und Humbug ist, unnütz, flüchtig wie der Tautropfen und daß sie vor der grausamen Wirklichkeit des Lebens gar zu schnell vergeht. Kaffee und Logierhäuser Wieder ein Wort, von dem der Glanz gewichen ist. Alle Romantik und Tradition und was sonst das Wort würdig macht, in Ehren gehalten zu werden. Das Wort Kaffeehaus wird für mich künftig einen Alles eher als angenehmen Klang haben. Jenseits des Meeres genügte dieses Wort, um in meinen Gedanken ganze Scharen historischer Stammgäste der Kaffeehäuser erstehen zu lassen und meine Fantasie mit Reihen geistreicher Köpfe und Stutzern, Journalisten, Straßenräubern und Literaten zu bevölkern. Aber hier, ach hier, ist sogar der Name nur Humbug. Kaffeehaus, das sollte wohl ein Ort sein, wohin die Leute kommen und Kaffee trinken. Aber das ist es durchaus nicht. Allerdings kann man Kaffee verlangen und es wird einem etwas in einer Tasse gebracht, das man für Kaffee ausgibt. Schmeckt man es aber, so wird man tief enttäuscht, denn Kaffee ist es unter keinen Umständen. Und was vom Kaffee gilt, gilt vom ganzen Geschäft. Diese Orte werden hauptsächlich von Arbeitern besucht und es gibt nichts, was das Anstandsgefühl und das Selbstbewusstsein bei diesen Menschen hier in den fettigen, schmutzigen Boden erhalten kann. Hier kennt man nichts derartiges wie Tischtücher und Servietten. Man ist inmitten der Überreste, die der Vorgänger liegen gelassen hat und verstreut seine eigenen Überbleibsel über den ganzen Fußboden. In der Hauptgeschäftszeit bin ich buchstäblich durch Schmutz gewartet, der in einer dicken Schicht auf dem Fußboden lag und ich habe mein Essen nur hinunter würgen können, weil ich so unheimlich hungrig war, daß ich im Stande gewesen wäre, alles zu verschlingen. Und so ist es wohl auch der normale Zustand des Arbeiters, nach dem Wohlbehagen zu Urteilen, mit dem er sich zu Tische setzt. Essen betrachtet er als eine Notwendigkeit und er macht dabei nicht viele Umstände. Wenn man einen solchen Menschen morgens auf dem Wege zur Arbeit hineingehen und sich eine Tasse Tee bestellen sieht, die in Wirklichkeit nichts mit Tee zu tun hat, worauf er ein Stück trockenes Brot aus der Tasche zieht und es mit dem Tee hinunterspült, so kann man überzeugt sein, daß er bei weitem nicht genug in den Leib bekommen hat, nicht einmal an schlechter Nahrung, um imstande zu sein, seine Arbeit zu verrichten. Und ebenso sicher ist es, daß er und tausend andere, denen es wie ihm ergeht, unmöglich an Quantität und Qualität dieselbe Arbeit leisten können, wie tausend Arbeiter, die tüchtig Fleisch und Kartoffeln gegessen und Kaffee getrunken haben, der wirklich Kaffee isst. Als Landstreicher bin ich in einem kalifornischen Gefängnis mit weit besserem Essen und Trinken versorgt worden, als die Londoner Arbeiter es in ihren Kaffeehäusern bekommen. Frühmorgens kann man in den Straßen, die die Arbeiter auf dem Wege zur Arbeit passieren, eine Menge Frauen sehen, die auf dem Rande des Bürgersteigs sitzen, mit Säcken voller Brot, das die Arbeiter massenweise kaufen und im Weitergehen verzehren. Sie spülen nicht einmal das trockene Brot mit einer Tasse Tee von der Art hinunter, wie man sie für einen Penny in den Kaffeehäusern erhält. Es steht außer Zweifel, daß kein Mensch im Stande ist, nach einer solchen Mahlzeit ein ordentliches Tagwerk zu leisten und ebenso sicher ist, daß den Schaden sein Arbeitgeber und das Volk in seiner Gesamtheit zu tragen haben. Kürzlich stießen einige Staatsmänner den stattdessen riefen »Versorge die deinen England!« Die Ernährung des Arbeiters ist nicht nur schlecht, sie ist auch unreinlich. Ich stand vor einem schlechter Laden und beobachtete eine Gruppe besorgter Hausfrauen, die Stücke von Ochsen und Schaffleisch zwischen den Fingern drehten, Abfälle, die man in Amerika als Hundefutter gebrauchen würde. Ich will nicht für die Reinheit der Hände dieser Hausfrauen garantieren ebenso wenig, wie ich für die Reinlichkeit der Zimmer garantieren würde, in denen sie mit ihren Familien hausen. Dennoch kramten und suchten sie in Lebensmitteln herum, ängstlich, daß sie nicht genügend für ihr Kupfergeld bekommen würden. Ich verfolgte mit den Blicken ein besonders unappetitlich aussehendes Stück Fleisch, folgte ihm auf seinem Wege durch die Hände von zwanzig Frauen, bis es endlich einer der es der schlechter andrehte. Den ganzen Tag lang wurde von diesem Haufen genommen und neuer Abfall dazugehäuft. Staub und Straßenschmutz legten sich darüber, die Fliegen setzten sich darauf und die schmutzigen Finger drehten und wendeten es. Die Händler fahren den ganzen Tag mit kleinen Wagen voll von fleckigem faulem Obst herum, daß sie in der Regel nachts in dem einzigen Raum aufbewahren, den sie zum Leben und Schlafen haben. Dort ist es allen Krankheitskeimen, aller Ungesundheit und der vergifteten Atmosphäre ausgesetzt, die in einer überfüllten, unsauberen Wohnung herrscht. Und am nächsten Tag wird es wieder herumgefahren und zum Verkauf ausgeboten. Die armen Arbeiter von East End wissen gar nicht, was gesundes Fleisch und frisches Obst heißt. Im Übrigen können sie sich überhaupt sehr selten erlauben, Fleisch und Obst zu essen. Und selbst der besser gestellte Arbeiter kann mit seiner Nahrung keinen Start machen. Nach den Kaffeehäusern zu Urteilen, die einen sehr guten Maßstab abgeben, erfahren sie ihr Leben lang nicht, was Tee, Kaffee und Kakao eigentlich sind. Das Spül- und Aufwaschwasser, was die Kaffeehäuser verkaufen, und das sich nur in Bezug auf Wässrigkeit und Schmutzigkeit unterscheidet, gibt nicht eine blasse Ahnung von dem Tee und Kaffee, den wir anderen zu trinken gewohnt sind. Da wir gerade bei Kaffeehäusern sind, fällt mir eine kleine Begebenheit ein, die ich einmal in einem solchen Lokal in der Jubilee Straße beobachtete. Kannst du mir nicht dafür etwas geben, mein Kind? Ganz gleich was, ich habe den ganzen Tag noch nicht einen Bissen geschmeckt und ich falle bald um. Es war eine alte Frau, die das sagte. Sie war in armselige schwarze Lumpen gekleidet und hielt einen Penny in der Hand. Die, an die sie sich wandte und die sie mein Kind nannte, war eine vierzig jährige Frau, zugleich Besitzerin und Kellnerin des Geschäfts. Ich wartete, vielleicht in ebenso großer und die alte sah schwächlich und krank aus. Die Frau des Hauses bedachte sich einen Augenblick, dann kam sie mit einem großen Teller voller Lamm- Frikassé und grünen Erbsen. Ich war gerade mit dem Verzehren des gleichen Gerichtes beschäftigt und gestehe, daß die grünen Erbsen grüner hätten sein können, ohne zu jungen zu sein. Wie dem aber auch sei, jedenfalls kostete Wahrheit, daß die Armen am barmherzigsten sind. Die alte Frau erschöpfte sich in Danksagungen, setzte sich mir gegenüber an den schmalen Tisch und machte sich gierig über das dampfende Essen her. Dann saßen wir eifrig und schweigend, sowohl sie wie ich, bis sie mir plötzlich heiter zurief. Ich habe vorhin eine Schachtel Streichhölzer verkauft, ja, bekräftigte sie unter einem noch stärkeren Heiterkeitsausbruch. Ich habe eine Schachtel Streichhölzer verkauft, daher ist das Geld. Sie müssen doch schon bei Jahren sein, bemerkte ich. Ich bin gestern vierundsiebzig geworden, sagte sie und machte sich wieder mit Appetit an ihren Teller. Ich würde gerne etwas tun für die alte Dame, weiß Gott, aber das ist das Erste, was ich selbst heute zu essen Kriege versicherte ein junger Bursche, der neben mir saß, und das nur, weil ich ein paar Groschen mit Geschirrspülen verdient habe. Du lieber Gott, was für eine Menge Töpfe ich aufwusch. Und kurz darauf fügte er als Antwort auf meine Frage hinzu, ich habe sechs Wochen lang nicht in meinem Beruf arbeiten können, nur hin und wieder eine zufällige Beschäftigung und von einem zum anderen Mal hat es immer verdammt lange gedauert. Man erlebt manches kleine Abenteuer in den Kaffeehäusern und ich werde kaum die echte Londoner Amazone vergessen, die ich irgendwo in der Nähe des Trafalgar Platzes traf und der ich als ich bezahlte ein Goldstück reichte. Nebenbei möchte ich bemerken, dass Bezahlung erwartet wird, ehe man mit dem Essen beginnt und ist man schlecht gekleidet, so ist man einfach gezwungen vorher zu bezahlen. Das Mädchen biß mit den Zähnen in das Goldstück prüfte den Klang auf der Theke und sah mich und meine Lumpen dann von oben bis unten boshaft an. Wo haben sie das denn gefunden? fragte sie schließlich. Irgendein Bettler hat es wohl auf dem Tisch liegen gelassen, als er ging. Meinen sie nicht? antwortete ich. Was meinen sie damit? fragte sie und sah mir ruhig in die Augen. Ich mache die Dinger selber fuhr ich fort. Sie schnaufte höhnisch und gab mir in kleiner Silbermünze heraus und da rächte ich mich indem ich in jede einzelne Münze biß und den Klang prüfte. Ich will ihnen einen halben Penny geben wenn sie mir auch noch ein Stück Zucker zum Tee geben sagte ich scheren sie sich zum Teufel lautete die höfliche Antwort und sie unterstrich deren Höflichkeit noch mit verschiedenen belebenden Ausdrücken die sich nicht im Druck wiedergeben lassen ich habe nie das Talent gehabt rasch zu antworten mit dem bisschen was ich sagte wurde sie schnell fertig ich schluckte meinen Tee als ein geschlagener Mann während sie mich anglotzte und mir mit den Blicken folgte bis ich auf der Straße stand während 300.000 Menschen in Einzimmerwohnungen in London und 900.000 auf ungesetzliche und unverantwortliche Weise wohnen sind 38.000 in öffentlichen Unterkunftshäusern eingetragen es gibt viele derartige Häuser aber in einem gleichen sie sich alle die kleinen schmutzigen sowohl wie die ungeheuer großen die 5% Zinsen abwerfen und von anständigen Angehörigen des Mittelstandes gelobt werden die jedoch nur eines von ihnen wissen nämlich dass es Städten sind wo man nicht wohnen kann dieser Umstand dass sie eigentlich unbewohnbar sind gilt für sie alle ich meine nicht dass die Dächer in zwei sind oder dass es durch die Wände weht ich denke nur daran dass das Dasein an diesen Städten erniedrigend und ungesund ist Hotel des armen Mannes werden sie oft genannt die bezeichnung ist eine grausame Ironie kein Zimmer zu besitzen in dem man hin und wieder allein sein kann morgens aus dem Bett gezerrt zu werden ob man aufstehen will oder nicht jede nacht ein anderes Bett zu bezahlen das ist wahrlich eine Lebensweise die dem Leben in einem Hotel sehr fern ist man betrachte das was ich hier gesagt habe nicht als eine endgültige Verurteilung der großen privaten und kommunalen Logiehäuser und der Arbeiterheime das ist durchaus nicht meine Absicht sie haben vielen der Abscheulichkeiten abgeholfen die den unverantwortlichen kleinen Logiehäusern anhafteten und sie bieten dem Arbeiter für sein Geld mehr als er früher dafür bekam aber deshalb werden sie doch nie so bewohnbar und gesund sein wie die Wohnungen auf die ein Mann der seine Arbeit in der Welt tut Anspruch erheben kann die kleinen privaten Logiehäuser sind in der Regel so entsetzlich daß es ganz unmöglich ist sich mit ihnen auszusöhnen ich habe selbst in ihnen geschlafen und kenne sie aber ich will sie übergehen und mich an den größeren und besseren Anstalten halten in der Nähe der Middlesex Straße in Whitechapel kam ich in ein großes Logiehaus das hauptsächlich von Arbeitern bewohnt wurde man mußte eine Treppe hinabsteigen die von der Straße in den Keller des Gebäudes führte unten befanden sich zwei riesige schwach erleuchtete Räume wo eine Anzahl Männer sich im Stehen ihr Essen bereitete ich hatte beschlossen mir auch etwas zu kochen aber der Gestank der mir entgegenschlug nahm mir allen Appetit und ich begnügte mich damit zuzusehen gegenüber an den ungehobelten Holztisch und begann seine Mahlzeit zu halten eine Handvoll Salz auf dem nicht allzu reinen Tisch ersetzte ihm die Butter er tauchte sein Brot Bissen für Bissen hinein und spülte es mit Tee hinunter den er aus einer großen Schale trank außerdem hatte er ein Stück Fisch auf seiner Speisekarte er aß schweigend und sah weder nach rechts noch nach links noch auf mich rings an den anderen Tischen saßen andere Männer und aßen schweigend wie er man hörte in der großen Halle kaum ein Wort ein Gefühl von Niedergeschlagenheit überschlich alle in diesem halb dunklen Raum die meisten dieser Menschen brüteten über den Krumen ihrer Mahlzeit und ich mußte mich fragen was sie Böses getan haben mochten daß sie so schwer gestraft wurden aus der Küche ertönten etwas lebhaftere Geräusche und ich wagte mich in die Reihen wo die Männer standen und kochten aber der Geruch der mir beim Eintreten Ekel verursacht hatte war hier noch stärker und ein Anfall von Seekrankheit trieb mich auf die Straße hinaus ich mußte frische Luft schöpfen als ich wiederkam bezahlte ich fünf Pens für eine Kabine Schildes und begab mich dann in das Rauch Zimmer hier standen ein paar kleine Billardtische und mehrere Schachttische die von jungen Arbeitern besetzt wurden während andere in Gruppen darauf warteten daß die Reihe zu spielen an sie käme rings saßen Männer die rauchten lasen oder sich ihr Zeug flickten die jungen Menschen waren heiter die alten verstimmt eigentlich waren es verschiedenerlei Menschen lustige und Traurige und es sah aus als schaffe das Alter diese Einteilung ebenso wenig wie die beiden Kellerräume trug dieser Ort auch nicht das entfernteste Gepräge von Behaglichkeit für Menschen die wissen was eine behagliche Häuslichkeit ist könnte jedenfalls nicht die Rede davon sein sich hier heimisch zu fühlen an den Wänden waren die unbilligsten und bleidigsten Ordnungsvorschriften angeschlagen um das Benehmen löscht und man konnte nichts anderes tun als zu Bett gehen um zu seiner Schlafstelle zu gelangen musste man wieder in den Keller hinab sein Messingschild an einen dicken Türwächter abliefern und eine Menge Treppen hinauf in die oberen Regionen des Hauses klettern ich ging bis zum Boden hinauf und wieder hinunter und sah die ganze Etage voll von Schlafenden die Kabinen waren die besten Einrichtungen die es gab in jeder war Platz für ein schmales Bett und außerdem so viel Raum dass man neben dem Bett stehen und sich ausziehen konnte das Bettzeug war sauber und ich hatte weder an ihm noch an dem Bett etwas auszusetzen aber sie ermöglichten einem doch kein Privatleben sie gaben keine Gelegenheit allein zu sein um sich einen Begriff von einer solchen Etage voll Schlafkabinen zu machen stelle man sich am besten einen Papprahmen vor wie er zur Versendung von Eiern benutzt wird jeder Raum ist in diesem Fall sieben Fuß im Gefiert groß denkt man sich einen solchen Papprahmen in einem gewaltigen leeren Raum auf dem Fußboden gelegt so hat man die Einrichtung der Etagen diese Zellen haben keine Extradecke die Wände sind so dünn dass man das Schnarchen aller Schlafenden und das Geräusch jeder Bewegung das der Nachbar macht deutlich hört und diese kleine Zelle gehört einem nur für kurze Zeit morgens muss man ausziehen man kann seinen Koffer nicht stehen lassen oder gehen und kommen wann man will seine Tür abschließen oder sonst etwas derartiges im übrigen gibt es dort keine Tür sondern nur einen Eingang wenn man Gast dieses arme Leute das verzichten und sich mit den Gefängnis Regeln abfinden die man stets vor Augen hat und die einem zeigen daß man nichts wert ist nur ein sehr kleines persönliches ich hat und noch weniger Rücksicht darauf verlangen kann nun behaupte ich daß das wenigste was ein Mann der den ganzen Tag arbeitet beanspruchen darf ein Zimmer ist das er für sich hat dessen Tür erschließen und indem er sich sicher im Besitz seines Eigentums fühlen kann ein Raum in dem er sich niedersetzen und am Fenster lesen wo er kommen und gehen kann wann er will und einigen persönlichen Besitz sammeln kann über das hinaus was er am Körper und in seinen Taschen trägt ein Zimmer wo er die Bilder seiner Mutter seiner Schwester seiner Braut von Ballettmädchen oder Bulldoggen je nach Geschmack aufhängen kann kurz eine Stätte hier auf Erden von der er zu sagen vermag dies ist mein meine Burg die ganze Welt muss vor der Tür Schwelle Halt machen hier bin ich Herr und Gebieter ich glaube daß ein Mann der so gestellt ist ein besserer Bürger sein und ein besseres Tagewerk leisten wird ich stand in einem Stockwerk des Arme Leute Hotels und lauschte ich ging von Bett zu Bett und betrachtete die Schlafenden die meisten von ihnen waren junge Leute im Alter von 20 bis 40 alte Männer können es sich nicht leisten im Heim arbeitender Männer zu wohnen die müssen ins Asyl gehen ich betrachtete diese jungen Männer betrachtete dutzende von ihnen und sie sahen nett aus sie waren wieder für geschaffen von liebenden Frauen geküsst und umarmt zu werden sie waren es so wert geliebt zu werden wie Männer es nur sein können und sie waren auch selbst fähig zu lieben die Liebe einer Frau versöhnt und tröstet und ihnen tat schon und ich grübelte wo diese Frauen sein mochten und hörte im selben Augenblick das trunkene Lachen einer Dirne Liemonstraße Waterloo Straße Piccadilly dort findet man sie die Unsicherheit des Lebens ich habe mit einem sehr aufgebrachten Mann gesprochen seiner Meinung nach haben seine Frau und das Gesetz ihm Unrecht getan die Moral der Geschichte ist ganz unwesentlich der Kernpunkt der Sache ist daß sie die Scheidung durchsetzte und daß er dazu verurteilt wurde ihr für ihren Unterhalt und für den der fünf Kinder zehn Schilling wöchentlich zu bezahlen aber sehen sie sagte er zu mir wie wird es ihr gehen wenn ich die zehn Schilling nicht bezahle gesetzt ja ich setze nur den Fall daß mir ein Unfall zustößt so daß ich nicht arbeiten kann gesetzt ich komme zu Schaden oder hole mir Rheumatismus oder Cholera was soll sie dann tun was in aller Welt soll sie tun er schüttelte traurig den Kopf dann kann ich nichts weiter machen das beste für sie wäre ins Arbeitshaus zu gehen und das ist die reine Hölle und wenn sie das nicht tut dann wird es noch eine viel schlimmere Hölle kommen sie mit dann will ich ihnen einen Gang zeigen wo ein ganzes dutzend Frauen liegt und schläft ich könnte ihnen noch schlimmeres zeigen so kann es ihr gehen wenn etwas mit mir und den zehn Schilling passiert es lohnt sich schon über die voraussagen dieses mannes nachzudenken er kennt die verhältnisse hinreichend um zu wissen wie unsicher seine Frau in Bezug auf Nahrung und Unterkunft gestellt ist wenn er ganz oder auch nur teilweise arbeitsunfähig würde wäre es aus mit ihr und betrachtet man die Sache von einem größeren Gesichtswinkel aus so wird man sehen dass es genauso in hunderten tausenden und Millionen von Fällen ist wo Mann und Frau glücklich zusammenleben und gemeinsam arbeiten um sich Nahrung und ein Dach über dem Kopf zu verschaffen gestern Morgen konnte man in einer Zeitung folgende Anzeige lesen Handlungsgehilfe bewandert in Stenografie Maschine schreiben und Buchhaltung gesucht Gehalt 10 Schilling wöchentlich Offerten unter Heute las ich ferner in der Zeitung von einem 35-jährigen Handlungsgehilfen der sich in einem Londoner Arbeitshause aufgehalten hatte und jetzt vor Gericht stand unter der Anklage die ihm zugewiesene Arbeit nicht ausgeführt zu haben Er erklärte daß er solange er dort wohnte die ihm zugewiesenen verschiedenen Arbeiten stets ausgeführt hätte Als der Aufseher ihn aber Steine klopfen ließ bekam er Blasen an den Händen und konnte die Arbeit nicht vollführen Er sei nie gewohnt gewesen mit einem schwereren Werkzeug als der Feder zu arbeiten erklärte er Er wurde zu sieben Tagen Zwangsarbeit verurteilt Alter ist hier selbstverständlich eine wesentliche Ursache der Armut ebenso unerwartete Unfälle die den Mann Vater Versorger Töten oder Arbeitsunfähig machen Man denke sich zum Beispiel eine aus Mann Frau und Kindern bestehende Familie die von der knappen Einnahme von 20 Schilling wöchentlich leben und das müssen Hunderte und Tausende von Familien in London Um ein nur halbwegs erträgliches Dasein zu führen ist diese Familie gezwungen alles bis auf den letzten Penny zu verbrauchen so dass zwischen dieser Familie und der bitteren Not nichts steht als der Lohn einer Woche Da geschieht das Unglück der Versorger fällt aus und was nun eine Mutter mit drei Kindern kann so gut wie keine Arbeit übernehmen entweder muss sie sich von den Kindern trennen und sie der öffentlichen Fürsorge übergeben damit sie imstande ist zu arbeiten oder sie muss sich an ein Hungerlohn Geschäft wenden um Arbeit zu erhalten mit der sie dann in dem elenden Loch sitzt das sie für ihr bisschen Einkommen mieten kann aber diese Geschäfte sind darauf zugeschnitten dass verheiratete Frauen zu der Einnahme des Mannes ein bisschen hinzu verdienen oder dass alleinstehende Frauen beschäftigt werden die nur für sich selbst zu sorgen haben sie bestimmen die Löhne die daher so niedrig sind dass die Mutter und ihre drei Kinder ihren Hunger nur halb stillen können und elender als die Tiere leben bis alle zugrunde gehen und der Tod ihren Leiden ein Ende macht Um noch mehr zu beweisen wie unmöglich es für diese Mutter mit drei Kindern wäre die Konkurrenz in der Hungerlohn Industrie aufzunehmen will ich folgende drei Beispiele aus den Zeitungen nennen Ein Vater schreibt dass seine Tochter und eine ihrer Freundinnen nur acht und einen halben Penny für ein Groh Schachteln erhalten Sie können vier Groh täglich verfertigen Ihre Unkosten belaufen sich auf 8 Pents Fahrgeld 2 Pents Briefmarken und 2 und einen halben Penny für Kleister sowie einen Penny für Faden so dass ihnen täglich 10 halb Pents bleiben In dem zweiten Fall wandte sich neulich eine alte Frau von 72 Jahren an den armen Vorsteher von Houston und bat um Unterstützung Sie war Strohhut Flechterin hatte jedoch wegen der Bezahlung die man ihr gab mit der Arbeit aufhören müssen Sie erhielt 2,5 Pents für jeden Hut Dafür musste sie den Rand plissieren und die Hüte ganz fertig machen In West End sterben 18% aller Kinder ehe sie 5 Jahre alt sind In East End sterben 55% der Kinder vor Erreichung dieses Alters Es gibt in London Straßen wo von 100 Kindern die jährlich geboren werden 50 im folgenden Jahre sterben und von den 50 die übrig bleiben sterben 25 ehe sie 5 Jahre alt sind Welches Blut bat Folgender Auszug aus dem letzten Bericht der Liverpooler Gesundheitskommission sagt und dies gilt nicht nur für Liverpool In vielen Fällen konnte die Sonne nur sparsam oder gar nicht in die engen Höfe dringen Die Luft in den Wohnungen war immer schlecht hauptsächlich wegen des Zustandes in dem Mauern und Böden sich befinden nachdem sie lange Jahre hindurch die Ausdünstungen der Bewohner in ihre porösen Bestandteile aufgesogen hatten Ein besonderes Attest über den Mangel an Sonne in den Höfen hat das Park- und Gartenkomitee vorgelegt Es hatte die Absicht gehabt den Armen Licht ins Heim zu bringen indem es ihnen Blumen und Blumenfensterkästen schenkte Aber diese Geschenke waren nutzlos in solchen Höfen da Blumen und Pflanzen in der ungesunden Umgebung nicht gedeihen konnten Eine Unmenge von Arbeitern wird auf gefährlichen Posten beschäftigt und sie sind tatsächlich immer gefährdet weit mehr als die Soldaten des 20. Jahrhunderts In der Leinenindustrie verursachen nasse Füße und nasse Kleider die die Arbeiter bei der Behandlung von Hanf erhalten eine Unmenge Fälle von Bronchitis Lungenentzündung und ernsten reumatischen Erkrankungen während der feine Staub in den Hechel- und Spinnabteilungen die Lungen verdirbt so daß die Frauen die mit 17 18 Jahren zu Hecheln beginnen mit 30 Jahren erledigt sind In chemischen Fabriken sterben die Arbeiter durchschnittlich ehe sie ihr 48. Jahr erreicht haben obwohl sie unter den stärksten widerstandsfähigsten Männern ausgesucht werden von der Tonwarenindustrie sagt Dr. Arlitsch der Tonstaub tötet nicht plötzlich lagert sich aber von Jahr zu Jahr mehr auf den Lungen ab bis sich auf ihnen eine ganze Schicht bildet die das Atmen beschwerlich macht und zuletzt ganz zum Stillstand bringt Eisenstaub Steinstaub Zementstaub Alkalistaub Staub von Stoff und Lumpen haben auf die Dauer einen tötenden Einfluss sie sind todbringender als Maschinengewehre und Sprenggranaten am allerschlimmsten ist der Bleistaub in der Bleiweiß Industrie hier eine Beschreibung wie ein junges gesundes gut entwickeltes Mädchen das in einer Bleiweiß Fabrik arbeitet seinem Untergang entgegen geht wenn sie mehr oder weniger der Einwirkung des Giftes ausgesetzt gewesen ist wird sie blutarm zuweilen zeigt sich an ihrem Gaumen eine schwache blaue Linie zuweilen sind Zahnfleisch und Zähne vollkommen frisch mit der Bleichsucht hat sich gleichzeitig Magerkeit eingestellt aber die Abmagerung erfolgt so langsam dass ihre Umgebung es kaum beachtet unterdessen beginnt sie an Übelkeit und Kopfschmerzen zu leiden die sie immer mehr quälen und oft von Halluzinationen und Blindheitsperioden begleitet sind meistens wird ein solches junges Mädchen von seiner Umgebung zuweilen auch von den Ärzten für hysterisch gehalten ihr Zustand verschlimmert sich und ohne besondere Anzeichen wird sie plötzlich von Krämpfen befallen die in der einen Gesichtshälfte beginnen dann werden der Arm und darauf das Bein auf derselben Seite in Mitleidenschaft gezogen bis diese Krämpfe die recht heftig sind und einen epileptischen Charakter haben endlich den ganzen Körper erfassen die Anfälle werden von Bewusstlosigkeits Perioden begleitet die wieder mit Krämpfen enden sie nehmen ständig an Stärke zu und in der Regel endet es damit dass sie in einem derartigen Anfall stirbt oder sie verfällt aus den Krämpfen wieder in den teilweise oder ganz bewusstlosen Zustand der Minuten Stunden oder sogar Tage dauern kann zwischen den Anfällen klagt sie über heftige Kopfschmerzen oder sie fantasiert und ist stark erregt wie in einem vorübergehenden Irrsinns Anfall oder sie ist niedergeschlagen und verzweifelt und muss in die Wirklichkeit zurückgerufen werden wenn sie plötzlich ganz geistesabwesend ist und unzusammenhängend zu reden beginnt ohne weitere vorausgehende beunruhigende Anzeichen außer daß ihr Puls der schwach aber gleichmäßig ist plötzlich langsam und hart pocht wird sie plötzlich von einem neuen Krampf gepackt in dem sie stirbt oder in einen tiefen Schlaf versinkt aus dem sie nie wieder aufwacht in anderen Fällen kann es geschehen daß die Krämpfe gradweise abnehmen die Kopfschmerzen verschwinden und die Patientin sich erholt dann aber entdeckt daß sie ihr Augenlicht für eine Weile oder für immer verloren hat von Nash sagt über die ungeborene Generation die Kinder von Bleiweiß Arbeitern kommen in der Regel nur zur Welt um schnell an Krämpfen zu sterben die durch Bleivergiftung verursacht sind entweder werden sie zu früh geboren oder sie sterben in ihrem ersten Lebensjahr zum schluss will ich nur das Beispiel Harriet A. Walkers anführen sie war ein 17 jähriges Mädchen das in dem hoffnungslosen Kampf auf dem Felde der Industrie getötet wurde sie arbeitete in einer Emaillwaren Fabrik wo man auch der Bleivergiftung ausgesetzt ist ihr Vater und ihre Brüder waren arbeitslos sie bemühte sich deshalb ihre Krankheit im Anfang zu verheimlichen ging täglich zu ihrer Arbeit sechs Meilen hin und zurück verdiente sieben bis acht Schilling die Woche und starb in ihrem 18. Lebensjahr Stillstand auf dem Arbeitsmarkt spielt auch eine große Rolle unter den Ursachen zum Sturz des Arbeiters in den Abgrund wenn nur ein Wochenlohn zwischen der Existenz einer Familie und der vollständigen Armut steht so kann man sich denken was für ein fast nicht wieder gut zu machendes Unglück zum Beispiel ein Monat erzwungener Müßiggang bedeutet und wie schwer es ist darüber hinweg zu kommen selbst wenn die Arbeit wieder anfängt zurzeit berichten die Zeitungen gerade von der Versammlung der Dockarbeiter Gewerkschaft bei der festgestellt wurde dass viele Mitglieder monatelang keine größere Einnahme als durchschnittlich vier bis fünf Schilling wöchentlich hatten die Schuld an diesen Zuständen wird dem Stillstand der Schifffahrt im Londoner Hafen zugeschrieben weder für junge Arbeiter oder Arbeiterinnen noch für Ehepaare gibt es eine Möglichkeit sich ein gesundes glückliches Dasein zu sichern geschweige denn ein sorgenloses Alter sie können so schwer arbeiten wie sie wollen sie können doch nie ihre Zukunft sicherstellen alles beruht auf Zufällen auf dem was geschehen kann auf dem worauf niemand irgendwelchen Einfluß hat was keine Maßregel abwehren keine Klugheit oder List vermeiden kann auf dem Schlachtfeld der Industrie müssen die Arbeiter dem Schicksal Trotz bieten wenn ihre Aussichten auch noch so gering sind Selbstmord wenn das Dasein so abhängig von Zufällen und die Aussicht auf Glück so gering ist muss das Leben notwendiger weise billig und Selbstmord eine alltägliche Begebenheit werden ja daß Menschen selbst ihrem Leben ein Ende machen ist so gewöhnlich daß man keine Zeitung zur Hand nehmen kann ohne von Selbstmorden zu lesen während Selbstmord Versuche für die Zeitungen nicht mehr Interesse haben als die üblichen Fälle von Trunkenheit mit denen die Polizeigerichte sich beschäftigen und das Gericht behandelt denn auch all diese Sachen mit derselben Schnelligkeit und Gleichgültigkeit Ich erinnere mich eines solchen Falles der vor dem Themse Polizeigericht behandelt wurde Ich rühme mich guter Augen und Ohren und einer scharfen Auffassung von Menschen und Dingen aber ich muß gestehen daß als ich im Gerichtssaal stand und alles vor den Augen flimmerte wegen der erstaunlichen Schnelligkeit mit der man Säufer Unruhestifter Bummler Diebe und Hehler Spieler und Dirnen durch die Maschine des Rechts gehen ließ Die Schranke stand mitten im Gerichtssaal wo es am hellsten war und vor sie traten Männer Frauen und Kinder in einer ebenso unendlichen Reihenfolge wie die in der die Urteile von den Lippen der Richter ertönten Ich dachte noch über die Sache eines schwindsüchtigen Hehlers nach der sich darauf berufen hatte daß er außerstande wäre so schwer zu arbeiten wie es notwendig sei um Frau und Kinder zu versorgen und der zu einem Jahr schwerer Zwangsarbeit verurteilt war als ein etwa zwanzigjähriger junger Mann vor die Schranke trat Ich verstand seinen Namen Alfred Freeman hörte aber nicht weswegen er angeklagt war Eine dicke üppige Frau segelte in die Zeugenloge und gab ihre Erklärung ab Ich konnte verstehen daß sie mit dem Schleusenwärter der Britannia Schleuse verheiratet war Mitten in der Nacht hatte sie es plätschern hören Sie war zur Schleuse gelaufen und hatte dort den Angeklagten im Wasser gefunden Ich sah von ihr auf den Angeklagten Es handelte sich also um einen Selbstmordversuch und da stand der junge Mann schlaff und gleichgültig eine Locke kräftigen braunen Haares fiel ihm in die Stirn herab Seine Züge waren hart vergrämt und doch noch ganz kindlich Ja Herr Richter antwortete die Frau war er auch schon wieder drinnen Ich mußte Hilfe herbeirufen und da gerade einige Arbeiter vorbeikamen halfen sie mir ihn herauszuziehen und dann übergaben wir ihn der Polizei Der Richter lobte die Frau wegen ihrer Körperkräfte und der ganze Gerichtssaal lachte Aber ich sah nur diesen Knaben der noch auf der Schwelle des Lebens stand wie er kämpfte um seinen Tod im Schlamm zu finden und ich meine daß es hier nichts zu lachen gab Hierauf wurde ein Mann als Zeuge vorgeführt Er konnte den guten Charakter des jungen Mannes bezeugen und gab ergänzende Auskünfte Er war der Vorarbeiter des Knaben oder war es früher gewesen Alfred war ein guter Knabe da aber seine Familie in elenden Verhältnissen lebte hatte er daheim stets mit Sorgen zu kämpfen gehabt Dann war seine Mutter krank geworden und das hatte ihm solchen Kummer bereitet daß er zuletzt nicht mehr imstande gewesen war zu arbeiten Er der Vorarbeiter war mit Rücksicht auf seine eigene Stellung gezwungen gewesen den Knaben zu entlassen da er seine Arbeit zu schlecht ausführte Haben Sie hierzu etwas zu sagen fragte der Richter kurz Der junge Mann auf der Anklagebank murmelte undeutlich Er war immer noch ganz schlaff Was sagt er Schutzmann fragte der Richter jetzt ungeduldig Die riesige Gestalt in der blauen Uniform beugte ihr Ohr dem Mund des Arrestanten zu und erklärte dann laut Er sagt daß es ihm sehr leid tut euer Hochwürden Führen Sie ihn in den Arrest zurück sagte seine Hochwürden und schon hatte die nächste Sache begonnen und man war im Begriff die Zeugen zu vereidigen Der junge Mann folgte gleichgültig dem Gefängniswärter Er war abgeurteilt und das hatte genau fünf Minuten gedauert Jetzt waren zwei Herumtreiber von den Docks im Begriff sich gegenseitig den Diebstahl einer Angelrute in die Schuhe zu schieben die vielleicht fünf pence wert war Wenn man all diese Schererei mit den armen Menschen hat so kommt es daher daß sie nicht recht wissen wie sie sich das Leben nehmen sollen und meistens zwei oder drei vergebliche Versuche machen ehe es ihnen glückt Das macht Schutzleuten und Behörden natürlich nur Mühe Es geschieht daher nicht selten daß der Richter dem Selbstmord Arrestanten die mangelhafte Vorbereitung seines Versuches vorwirft Ein Beispiel bittet der kürzlich die Sache gegen Anne Wood die versucht hatte sich im Kanal zu ertränken zur Behandlung hatte Wenn sie es tun wollten warum taten sie es dann nicht ordentlich fragte Herr R.S. ärgerlich Warum sorgten sie nicht dafür richtig unter Wasser zu kommen und der Sache ein Ende zu machen statt uns so viel Mühe zu bereiten Armut Unglück und Furcht vor dem Arbeitshaus ist die Hauptursache der Selbstmorde in den arbeitenden Schichten Ich will lieber ins Wasser gehen als ins Arbeitshaus hatte Alan Hugh Hunt gesagt Letzten Mittwoch wurde in Shoreditch vor ihrer Leiche Verhör abgehalten und ihr Mann war aus dem Arbeitshaus in Islington gekommen um Zeugnis abzulegen Er erklärte dass er Obsthändler gewesen war aber Unglück gehabt hatte in Not geriet und zuletzt im Arbeitshaus landete wohin seine Frau ihm nicht hatte folgen wollen Man hatte sie zuletzt um ein Uhr nachts gesehen Drei Stunden später fand man ihren Hut und ihre Jacke am Regent Kanal und später fischte man ihre Leiche aus dem Wasser Das Urteil lautete Selbstmord in plötzlicher geistiger Verwirrung Derartige Urteile sind Verbrechen an der Wahrheit Das Gesetz lügt und so müssen seine Handhaber ganz schamlos lügen Das kann man unter anderem aus folgendem Beispiel ersehen Ein gefallenes Mädchen verachtet und bespien von all und jedem gibt sich und ihrem Kind eine Dosis Opium Das Kind stirbt während sie selbst nach einigen Wochen im Hospital gerettet wird Hierauf wird sie zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt weil sie geheilt wird macht das Gesetz sie für ihre Tat verantwortlich wäre sie aber gestorben so hätte dasselbe Gericht ein Urteil abgegeben dem zu folge sie plötzlich geistig verwirrt gewesen wäre Im Falle Alan Hugh Hunt könnte man mit derselben Klarheit und Logik behaupten dass ihr Mann an plötzlicher geistiger Verwirrung litt als er ins Arbeitshaus in Islington ging wie man es von ihr behauptet weil sie in den Regent Kanal sprang Was von beiden vorzuziehen ist darüber können die Ansichten geteilt sein Es beruht auf persönlicher Auffassung Ich weiß daß ich jedenfalls in denselben Verhältnissen den Kanal wählen würde und erkühne mich zu behaupten daß ich ebenso wenig geistig verwirrt bin wie Alan Hugh Hunt es gewesen ist Die Menschen folgen ihren Instinkten nicht mehr mit der alten natürlichen Zuversicht Sie haben sich zu denkenden Wesen entwickelt und können sich verstandesmäßig an das Leben klammern oder dem Leben entsagen je nachdem ob es ihnen großen Genuß oder großen Schmerz verspricht Ich behaupte daß Alan Hugh Hunt die um all die Güter des Lebens betrogen worden war welche sie durch 52 jährigen Dienst in der Welt verdient hatte und der nun die Aussicht auf die Schrecken des Arbeitshauses blieb daß Alan Hugh Hunt sehr vernünftig und klar blickend war als sie sich dafür entschied in den Kanal zu springen Ich erkühne mich sogar zu behaupten daß das Gericht klüger gehandelt haben würde wenn es das Urteil gesprochen hätte daß die englische Gesellschaft geistig verwirrt gewesen sein muß wenn sie erlauben konnte daß Alan Hugh Hunt um alle Güter des Lebens betrogen wurde zu denen 52 jähriger Dienst im Leben sie berechtigte augenblickliche geistige Verwirrung ach diese verfluchten Phrasen diese Lügen der Sprache hinter denen Leute mit vollem Magen und heilen Hemden sich verstecken und sich gegen alle Verantwortung für ihre Brüder und Schwestern mit leerem Magen und ohne Zeug auf dem Leibe decken wollen Ich will hier von einigen ganz alltäglichen Begebenheiten erzählen über die die East End Zeitung Observer berichtete Ein Heizer namens Johnny King war wegen Selbstmordversuches angeklagt Mittwoch erschien der Angeklagte in der Bow Street Polizeiwache und erklärte eine Portion Phosphor verschluckt zu haben weil er keine Arbeit bekommen könne und nichts zu leben hätte King erhielt ein Brechmittel und gab einen Teil des Giftes von sich Vor Gericht erklärte er jetzt daß er seine Tat bereute Obwohl er ein gutes Zeugnis für 16 jährigen Dienst besaß war es ihm nicht möglich gewesen irgendwelche Arbeit zu bekommen Der Richter Dickinson schickte den Angeklagten in den Arrest zurück damit der Gefängnis Geistliche ihm ins Gewissen reden konnte Timothy Warner 32 Jahre alt stand wegen eines ähnlichen Verbrechens vor Gericht er war von der Leimhaus Brücke gesprungen und hatte als er gerettet wurde gesagt es war meine Absicht zu sterben Ein junges Mädchen von angenehmem äußeren Alan Gray wurde verhaftet unter der Anklage einen Selbstmordversuch begangen zu haben Am Sonntagmorgen um halb neun hatte der Schutzmann Nummer 834 und die angeklagte halbbewußlos in einer Haustür in der Benworth Straße gefunden In der einen Hand hielt sie eine leere Flasche Sie war im Stande zu erklären daß sie zwei bis drei Stunden vorher eine Portion Opiumlösung getrunken hatte Da sie offenbar stark angegriffen war wurde nach dem Kreisarzt geschickt der verordnete daß sie Kaffee bekommen und wach gehalten werden sollte Vor Gericht gab die Angeklagte als Grund weshalb sie sich das Leben nehmen wollte an daß sie kein Heim und keine Freunde hätte Ich behaupte nicht daß alle Menschen die Selbstmord begehen klug sind so wenig wie einen Selbstmord begehen es sind Übrigens ist die Sorge sich Nahrung und Unterkunft zu beschaffen eine der häufigsten Ursachen geistiger Verwirrung Straßenhändler und Trödler eine Schicht von Arbeitern die mehr als alle anderen von der Hand in den Mund leben machen den größten Prozentsatz derer aus die in die Irrenanstalten kommen Es werden jährlich 26,9 Männer und 36,9 Frauen von je 10,000 eingeliefert während von Soldaten die wenigstens Nahrung und Unterkunft sicher haben nur 13 von 10,000 und von Landleuten und Viehzüchtern nur 5,1 von 10,000 geisteskrank werden Ein Straßenhändler hat also doppelt so viel Aussicht den Verstand zu verlieren wie ein Soldat und fünfmal so viel wie ein Landmann Unglück und Elend besitzen eine große Macht über das menschliche Gemüt und treiben den einen Menschen in die Irrenanstalt den anderen ins Leichenhaus oder an den Galgen wenn das Unabwendbare geschieht wenn der Vater trotz all seiner Liebe zu Frau und Kindern und trotz seiner Arbeitsfreudigkeit nichts zu tun bekommt so ist es nicht zu verwundern wenn sein Hirn ihn im Stich lässt und das klare Licht erlischt es ist dies namentlich nicht zu verwundern wenn man in Betracht zieht daß sein Körper durch Unterernährung und Krankheit geschwächt ist und daß es seine Seele foltert die Leiden von Frau und Kindern zu sehen Er ist ein schöner Mann mit einer Fülle schwarzen Haares dunklen ausdrucksvollen Augen und fein gezeichneter Nase so beschrieben die Journalisten Frank Cavilla als er an einem trüben September Tag vor Gericht stand er trug einen furchtbar abgetragenen grauen Anzug und hatte keinen Kragen Frank Cavilla lebte und arbeitete in London als Dekorateur er galt als guter Arbeiter als zuverlässiger Mensch nicht trunksüchtig und all seine Nachbarn bezeugten daß er ein sanfter liebevoller Gatte und Vater war seine Frau Hannah Cavilla war eine rundliche hübsche heitere Frau sie achtete sorgfältig darauf daß ihre Kinder sauber und nett in die Schule in der Childridge Straße kamen darüber waren sich alle Nachbarn einig und mit einem so gesegneten Mann der so gut arbeitete und so vernünftig lebte ging selbstverständlich alles gut und das Leben war nichts als lauter Freude da geschah das unabwendbare er arbeitete bei einem Baumeister Beck und wohnte in einem der Häuser seines Chefs in der Trundley Straße Herr Beck fiel eines Tages von seinem Wagen und war sofort tot die Ursache war daß das Pferd scheute wie gesagt es war dieses Unglück kam vor 18 Monaten über ihn 18 Monate lang mußte er den fürchterlichsten Kampf kämpfen zuerst mietete er Zimmer in einem kleinen Haus in der Batavia Straße aber es war ihm nicht möglich mit seinen Einnahmen auszukommen es war ihm nicht möglich feste Arbeit zu finden er kämpfte mannhaft für sein Heim in dem er Gelegenheitsarbeit jeder Art übernahm aber seine Frau und seine Kinder litten Not vor seinen Augen er hungerte selbst und wurde schwach und krank als er vor drei Wochen krank wurde war nichts zu essen im Hause keiner von ihnen klagte keiner sagte ein böses Wort aber arme Leute wissen wie es geht die Hausfrauen in der Batavia Straße schickten der Familie etwas zu essen aber so achtbar und angesehen waren die Kewillers daß man ihnen das Essen heimlich schickte um ihren Stolz nicht zu verletzen das Unglück war über sie gekommen Kewilla hatte jetzt 18 Monate lang gehungert gelitten und gestritten da stand er eines September morgens früh auf nahm sein Taschenmesser und öffnete es zuerst schnitt er seiner 32 jährigen Frau Hannah den Hals ab dann schnitt er seinem erstgeborenen dem zwölfjährigen Frank den Hals ab er schnitt seinem achtjährigen Sohn Walter den Hals ab er schnitt seiner vierjährigen Tochter Nelly den Hals ab er schnitt seinem jüngsten dem fünffierteljahren alten Ernst den Hals ab dann saß er den ganzen Tag bei den Toten abends kam die Polizei er sagte den Schutzleuten wenn sie Licht haben wollten um zu sehen so müßten sie selbst ein Penny Stück in den Gas Automaten werfen Frank Cavilla stand vor Gericht in einem furchtbar abgetragenen grauen Anzug ohne Kragen er war ein schöner Mann mit einer Fülle schwarzen Haares dunklen ausdrucksvollen Augen und feingezeichneter Nase die Kinder einen hübschen Anblick gibt es in East End aber auch nur einen einzigen und das ist der Tanz der Kinder wenn der Leierkastenmann durch die Straßen kommt es ist bezaubernd die kleinen die kommende Generation zu sehen wie sie sich im Tanz drehen mit den anmutigsten Bewegungen und reizenden Einfällen während ihre Muskeln schnell und sicher arbeiten und ihr federleichtes Hüpfen auf eine Weise rhythmisch verschmilzt die sie nicht in einer Tanzschule gelernt haben können ich habe hier und in vielen anderen Orten mit diesen Kindern gesprochen und es fiel mir auf daß sie froh wie andere Kinder und in mancher Beziehung fast noch lebhafter waren sie haben eine sehr rege Einbildungskraft und ihre Fähigkeit sich in das Reich der Fantasie zu begeben ist ganz merkwürdig die Lebensfreude rauscht in ihrem Blut sie lieben Musik Bewegung und Farbe und oft offenbart sich unter ihrem Schmutz und ihren Lumpen eine erstaunliche Schönheit des Gesichts und der Gestalt Aber Irgendwo in London muß ein Zauberer wohnen der alle Kinder stiehlt sie verschwinden man sieht sie nie wieder man sieht nie jemanden der ihnen gleicht vergebens wird man in der Erwachsenen Generation nach ihnen suchen unter den Erwachsenen wird man nur verkrüppelte Gestalten häßliche Gesichter und abgestumpfte und verblödete Gehirne finden Grazie Schönheit Fantasie jegliche geistige und körperliche Geschmeidigkeit sind verschwunden zuweilen sieht man aber doch daß eine Frau nicht gerade alt aber gebeugt und ohne Spuren früherer Schönheit aufgedunsen und vertrunken ihre schmutzigen Röcke hebt und ein paar lächerliche plumpe Tanzschritte auf dem Bürgersteig macht das kann darauf deuten daß sie einmal eine dieser kleinen gewesen ist die zur Musik des Leierkasten Mannes tanzten diese lächerlichen plumpen Tanzschritte sind alles was von den Versprechungen übrig geblieben ist die sie in ihrer Kindheit machte in den benebelten Winkeln ihres Hirns ist eine dunklere Erinnerung daran erwacht daß sie einst ein Kind war die Menge drängt sich zusammen kleine Mädchen umtanzen sie mit all der Anmut derer sie sich nur mehr schwach erinnert und die sie mit ihrem Körper nur parodieren kann dann stöhnt sie schnappt nach Luft sie ist ganz erschöpft und wankt aus dem Kreis heraus die kleinen Mädchen aber tanzen weiter die Kinder der Armut besitzen alle Eigenschaften die zu edler Menschlichkeit und Weiblichkeit entwickelt werden können aber das Elend selbst kehrt sich gegen sie überfällt sie wie eine rasende Tigerin die eigenen Jungen und vernichtet all diese Keime verlöscht alles was hell war und läßt das Lachen verstummen und die es nicht tötet formt es um zu häßlichen verlorenen Geschöpfen die entwürdigter und elender sind als die Tiere des Feldes ich habe in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich beschrieben wie die Veränderung vor sich geht jetzt wollen wir Professor Huxley das Wort überlassen Wer Kenntnis von der Lage der Bevölkerung in allen großen Industriezentren hier oder in anderen Ländern hat wird bemerkt haben dass bei einem großen und ständig wachsenden Teil der Bevölkerung in ausgeprägtem Maße der Zustand herrscht den die Franzosen La Misere nennen es ist dies der Zustand in dem es unmöglich ist sich die Nahrung die Wärme und die Kleider zu verschaffen die notwendig sind wenn die Körperfunktionen aufrechterhalten werden sollen der Zustand in dem Männer Frauen und Kinder gezwungen werden sich in Höhlen zusammen zu pferchen wo kein Anstand gedeihen kann und wo es unmöglich ist auch nur die geringste Rücksicht auf die Gesundheit zu nehmen der Zustand in dem die einzigen Genüsse die man hat Vertiertheit und Trunkenheit sind in dem die Leiden die Menschen zusammen führen da Unglück und Not vernachlässigte Entwicklung und moralische Erniedrigung gemeinsame Interessen schaffen der Zustand in dem selbst der eifrigste ehrlichste Fleiß nur Aussicht auf ein Leben hoffnungslosen Kampfes mit dem Hunger schafft das mit einem Begräbnis im Armengrab endet unter solchen Verhältnissen sind die Aussichten der Kinder hoffnungslos sie sterben wie die Fliegen und die welche lebensfähig sind leben nur weil sie eine alles besiegende Lebenskraft und eine besondere Fähigkeit besitzen sich in der sie umgebenden Erniedrigung zurechtzufinden sie kennen keine Pflege in den Höhlen in denen sie wohnen sind sie allem ausgesetzt was häßlich und unzüchtig ist und wie ihr Geist vergiftet wird so auch ihr Körper mangels hinreichender Pflege und in Folge von Übervölkerung und Unterernährung wenn ein Vater und eine Mutter mit drei oder vier Kindern in einem einzigen Zimmer hausen und die Kleinen abwechselnd wachen und die Ratten von den Schlafenden verjagen müssen wenn diese Kleinen nie genügend zu essen bekommen sondern selbst Nahrung für Scharen von Ungeziefer abgeben kann man sich leicht vorstellen was für Männer und Frauen sich aus diesen Kindern entwickeln Ein Mann und eine Frau heiraten und lassen sich in einem einzigen Zimmer nieder ihre Einnahmen vermehren sich nicht mit den Jahren hingegen die Zahl ihrer Kinder und der Mann muss sich schon ganz besonders glücklich schätzen wenn er sich seine Gesundheit und seine Arbeit bewahrt ein Kind nach dem anderen wird geboren was bedeutet dass mehr Platz geschaffen werden müßte aber die kleinen Münder bedeuten ja vermehrte Ausgaben und machen es der Familie ganz unmöglich etwas für eine geräumigere Wohnung zu opfern es kommen noch mehr Kinder und bald kann man sich in der Stube nicht mehr umdrehen die größeren müssen auf der Straße spielen und wenn sie zwölf bis 14 Jahre alt sind wird die Raumfrage auf die einfachste Art gelöst daß sie ein für allemal das Heim verlassen von jetzt an sind Straßen und Gassen ihr Heim ein Knabe kann wenn alles andere fehl schlägt eines der öffentlichen Asyle aufsuchen wo er sein Leben auf verschiedene Art und Weise beenden kann ein Mädchen aber das unter solchen Verhältnissen schon im Alter von 14 bis 15 Jahren gezwungen ist das Zimmer zu verlassen das es ein Heim nennt und höchstens im Stande ist lumpige fünf oder sechs Schilling die Woche zu verdienen hat nur die Möglichkeit auf eine einzige Art zu enden wie die Frau deren Körper die Polizei heute Morgen in einer Haustür in der Dorset Straße in Whitechapel fand sie hatte kein Heim keine Unterkunft krank und einsam in ihrer letzten Stunde war sie im Laufe der Nacht verschieden da sie ihre Leiden nicht mehr ertragen konnte sie war 62 Jahre alt und hatte vom Verkauf von Streichhölzern auf der Straße gelebt sie starb so wie die wilden Tiere sich zum sterben legen das Bild eines Knaben auf der Anklagebank in einer Polizeistation von East End ist mir noch in frischer Erinnerung er reichte mit dem Kopf kaum über die zwei Schilling gestohlen zu haben das Geld hatte er nicht für Bonbons und Kuchen verbraucht sondern um sich Essen dafür zu kaufen warum hast du die Frau nicht gebeten dir etwas zu essen zu geben fragte die Obrigkeits Person sehr beleidigt sie würde dir sicher etwas gegeben haben wenn ich sie um etwas gebeten hätte hätte die Polizei mich wegen Bettelei verhaftet antwortete der Junge die Obrigkeit runzelte die braun und steckte den Vorwurf ein niemand kannte den Knaben oder ahnte wer seine Eltern waren er war ohne Anfang und ohne Ursprung ein rastloses Geschöpf ohne Zuflucht ein junges verirrtes Tier das sich seine Nahrung in dem Dschungel des britischen Reiches suchte und die Schwächeren überfiel wie die Stärkeren es überfielen die Menschen die Hilfe zu bringen versuchen die hin und wieder die Kinder des Elends auflesen und sie auf ganze Tage aufs Land schicken glauben daß die allermeisten Kinder im Alter von zehn Jahren mindestens einmal auf dem Lande gewesen sind über diese Ausflüge habe ich folgenden Bericht gelesen die geistige Veränderung die ein solcher Tag bewirkt ist nicht zu unterschätzen unter allen Umständen lernen die Kinder was Felder und Wälder für Begriffe sind so daß die Beschreibungen von Landschaften in den Büchern die sie lesen und die bisher nicht den geringsten Eindruck auf sie gemacht haben ihnen jetzt deutliche Vorstellungen geben können ein einziger Tag in Wald und Feld wenn sie das Glück haben von den Menschen die Hilfe zu bringen versuchen ausgewählt zu werden aber ich sage daß sie schneller geboren werden als sie zusammen gelesen und in die Wälder und Felder gefahren werden können um den einen Tag ihres Lebens dort zu verbringen ein Tag ein einziger Tag in ihrem ganzen Leben und den Rest ihres Lebens da geht es ihnen wohl wie ein Knabe zu einem gewissen Bischof sagte mit zehn Jahren brennen wir durch mit 13 mausen wir und mit 16 liegen wir im Krieg mit der Polizei mit anderen Worten mit zehn Jahren sind sie Tag Diebe mit 13 Diebe und mit 16 sind sie Schwerverbrecher jederzeit bereit einen Schutzmann niederzuhauen Reverend Jake Cartmill Robinson erzählt von einem Knaben und einem Mädchen seiner eigenen Gemeinde die sich eines Tages auf den Weg machten um den Wald zu finden sie gingen und gingen durch die endlosen Straßen immer in der Hoffnung den Wald auftauchen zu sehen bis sie sich zuletzt erschöpft und unglücklich auf das Pflaster setzen mußten um von einer freundlichen Frau gefunden zu werden die sie dorthin zurück brachte wo sie her kamen offenbar sind sie von den Menschen übersehen worden die auf die erwähnte Art und Weise Hilfe zu bringen versuchen er erzählt auch von einem Mitglied der Gemeinde das an ein Ehepaar einen Kellerraum vermietete als sie mieteten sagten sie sie hätten zwei Kinder als sie aber einzogen zeigte es sich daß sie vier hatten kurze Zeit darauf wurde die Familie durch ein fünftes Mitglied vermehrt und der Wirt kündigte ihn darum kümmerten sie sich nicht aber eines Tages kam der Gesundheitsinspektor der so oft durch die Finger sehen muss und drohte meinem Freund mit gerichtlicher Verfolgung er blieb dabei daß es ihm unmöglich sei die Familie zum Ausziehen zu bewegen und die Familie erklärte daß man sie für die Miete die sie bezahlen konnte mit ihren vielen Kindern nirgends aufnehmen würde die übliche Klage die man von den Armen hört was war hier zu tun der Wirt befand sich in einer argen Klemme zuletzt wandte er sich an die Polizei Behörde die einen Mann schickte um ein Protokoll aufzunehmen seitdem sind an drei Wochen vergangen und noch ist nichts geschehen ist dies ein Ausnahmefall leider nicht es ist etwas ganz alltägliches vorige Woche unternahm die Polizei eine Razzia in einem berüchtigten Hause in einem Zimmer des Hauses fand man zwei Kinder sie wurden von der Polizei mitgenommen und saßen jetzt auf der Anklagebank weil sie sich ebenso wie die Frauen die man verhaftet hatte unerlaubterweise in dem Haus aufgehalten hatten der Vater der Kinder war vorgeladen und erklärte dass er selbst seine Frau und zwei ältere Kinder außer den beiden die die Polizei mitgenommen hatte das betreffende Zimmer bewohnten er fügte hinzu dass er dort nur wohnte weil er für die zwei Schilling sechs pence die er wöchentlich bezahlen konnte kein anderes Zimmer bekam die Polizei ließ den kleinen Gesetzes übertreter los unterteilte dem Vater eine Warnung in der ausgesprochen wurde dass er die Kinder in unverantwortlicher Weise erzöge es hat keinen Zweck weitere Beispiele zu nennen in London findet ein Blutbad unter den unschuldigen Kindern statt desgleichen die Weltgeschichte nicht kennt und ebenso überwältigend unbegreiflich ist die Gewissenlosigkeit vieler Menschen in dieser Beziehung die an Jesus glauben sich zu Gott bekennen und regelmäßig jeden Sonntag in die Kirche gehen die ganze Woche hindurch belustigen sie sich für die Miete und den Verdienst den sie aus East Entziehen und der von dem Blut der unschuldigen Kinder besudelt ist so merkwürdig ist ihr Gedankengang dass sie zu anderen Zeiten wieder halbe Millionen von diesem Mietertrag und Verdienst nehmen und fortschicken um kleine schwarze Knaben im Sudan erziehen zu lassen eine Vision in der Nacht spätabends schlenderte ich durch die Commercial Straße von Spittelfield nach Whitechapel und weiter nach Süden durch die Lehman Straße nach den Docks und im Gehen dachte ich lächelnd an die Zeitungen von East End die voller Bürgerstolz prahlerisch behaupteten daß an East End als Wohnviertel sowohl für Männer wie für Frauen nichts auszusetzen wäre Es ist fast unmöglich auch nur ein Zehntel von dem zu erzählen was ich sah das meiste läßt sich überhaupt nicht beschreiben mit wenigen Worten ausgedrückt es war ein böser Traum in dem gleichsam ein wimmelndes Leben auf dem Schlamm des Steinpflasters entstand ein Chaos von unsagbaren Häßlichkeiten sich bildete gegen das das schreckliche nächtliche Treiben auf Piccadilly und Strand vollkommen verblasste was ich sah war eine Menagerie mit zweibeinigen bekleideten Geschöpfen ihre Gestalten glichen denen von Menschen aber sie erinnerten doch mehr an Tiere und das Bild wurde vollkommen dadurch daß Wächter mit blanken Knöpfen am Rock sie in Schach hielten wenn sie zu wild knurrten ich war froh daß ich die Wächter in der Nähe wußte denn ich trug nicht meine Seemannskleidung und wurde deshalb ein Ziel für die Raublust der herumschleichenden Geschöpfe zuweilen wenn die Wächter nicht in der Nähe waren betrachteten mich die Menschen diese hungrigen Rindsteinwölfe mit leuchtenden Augen ich fühlte Schrecken vor ihren Händen wie man Schrecken vor den Gliedern des Gorillas fühlen kann sie erinnerten an Gorillas ihre schlecht gebaut und krumm sie hatten keine schwellenden Muskeln keinen Überfluß an Kraft keine breiten Schultern sie waren von der Natur stiefmütterlich behandelt und erinnerten in ihrer Gestalt an die Höhlenbewohner entschwundener Zeiten aber es war doch Stärke in den mageren Gliedern die wilde ursprüngliche Kraft zu greifen und festzuhalten zu töten und zu zerreißen wenn sie auf ihre menschliche Beute losspringen ist es nicht ungewöhnlich daß sie den Nacken ihres Opfers hinten überbiegen um ihm das Rückgrat zu brechen sie kennen weder Gewissen noch Gefühle und wenn die Gelegenheit sich bietet töten sie für einen halben Sovereign es ist eine ganz neue Klasse eine Horde von City Ungeheuern die Straßen und Häuser die Gassen und Höfe sind ihr Jagdgebiet wie Berg und Tal der Aufenthalt der natürlichen wilden Tiere sind so sind Straßen und Häuser ihr Tummelplatz East End ist ihr Dschungel und sie leben und jagen in diesem Dschungel die guten sanften Menschen aus den goldenen Theatern und Wunderpalästen von West End sehen diese Geschöpfe gar nicht sie lassen sich nichts von deren Dasein träumen aber sie leben doch ihr Dschungel wimmelt sogar von ihnen und wer England an dem Tag da es seine letzten Laufgräben verteidigt und alle waffenfähigen Männer an der Front hat an dem Tage werden diese Geschöpfe aus ihren Höhlen kriechen und dann werden die guten Leute in West End sie sehen ungefähr so wie die französische Aristokratie sie sah und sich fragte wo kommen sie her sind das Menschen diese Geschöpfe waren jedoch nicht die einzigen wilden Tiere in der Menagerie man sah sie nur hin und wieder in den finsteren Gassen lauern und wie graue Schatten an den Mauern entlang schleichen die Frauen aber aus deren verderbten schoß sie geboren waren sah man überall sie jammerten aufdringlich und bettelten mit weinerlichen Stimmen um Pennies sie tranken in jeder Spelunke schmutzig ungekämmt rotäugig und lärmend plappernd und schwatzend sie gaben Gemeinheiten und Verderbtheiten von sich und lagen bei ihren Ausschweifungen auf Bänken und Tischen unsagbar abstoßend schauerlich anzusehen auch andere merkwürdige Wesen mit verzerrten Zügen und verzerrten Formen reine Missgeburten umdrängten mich von allen Seiten unbeschreiblich häßliche Geschöpfe Wracks der menschlichen Gesellschaft wandelnde Leichen lebende Tote Frauen von Krankheit und Trunk so heruntergebracht daß sie keine zwei Pens mehr mit ihrer Schamlosigkeit verdienen konnten und Männer in fantastischen Lumpen vom Missgeschick gebrochen so daß sie kaum noch Menschen glichen mit ewig schmerzverzerrten Gesichtern und einem blöden Ausdruck wie Affen hüpfend näherten sie sich mit jedem Schritt den sie gingen und mit jedem Atemzug den sie taten dem Tode und junge Mädchen von 18 bis 20 Jahren waren da mit wohlgeformten Körpern und Gesichtern die weder gefurcht noch aufgedunsen waren sie hatten die Tiefe des Abgrunds in einem einzigen schnellen Sturz erreicht die untauglichen und überflüssigen alle die keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden es gibt keinen Zweig der Industrie der mangels Arbeitskraft an den Bettelstab gebracht wird die Dockarbeiter drängen sich an den Eingängen und wandern fluchend fort wenn der Vorarbeiter sie nicht aufruft Maschinisten bezahlen wöchentlich sechs Schilling wenn sie Arbeit haben an ihre Kameraden die nichts zu tun haben 514.000 Textilarbeiter widersetzen sich einer Resolution dass Kinder unter 15 Jahren nicht arbeiten dürfen ein Überfluss von Frauen rackert sich in Blutsauger Geschäften 14 Stunden täglich für 10 Pens die Woche ab Alfred Freeman versucht sich zu ertränken weil er seine Arbeit verloren hat Alan Hugh Hunt zieht den Regent Canal dem Arbeitshaus von Islington vor Frank Cavilla schneidet Frau und Kindern den Hals ab da er keine Arbeit finden kann und sie Hunger und Not leiden die untauglichen und die überflüssigen die elenden die verachteten und Vergessenen die auf der Schlachtbank der Stadt London starben die Hungerklage mein Vater hat mehr Widerstandskraft als ich weil er auf dem Lande geboren ist der das sagte ein aufgeweckter junger Bursche aus East End beklagte sich über seine schlechte körperliche Entwicklung sehen sie nur meine elenden Arme er krempelte den Ärmel auf ich habe nicht genug zu essen bekommen das ist alles ich rede nicht davon wie es jetzt ist jetzt leide ich keine Not aber es ist zu spät es ist unmöglich das versäumte nachzuholen und das zu essen was ich nicht bekam als ich klein war mein mein vater mein vater aus der gegend von fenn nach london meine mutter starb und wir waren sechs gören die mit unserem vater allein in zwei kleinen löchern wohnten es war eine schwere sache für den alten er hätte uns los werden können aber das wollte er nicht er arbeitete den ganzen tag und kam spätabends heim dann machte er essen für uns sorgte für uns war uns vater und mutter er tat was er konnte aber wir bekamen nicht genug zu essen fleisch kriegten wir fast nie und wenn wir es bekamen dann war es das allerschlechteste aber Kinder können nicht und nicht einmal so viel daß sie satt werden können und was ist dabei heraus gekommen ich bin ein schwächling und nicht halb so kräftig wie mein Vater war das kommt davon weil ich als Kind gehungert habe in wenigen Jahren ist nichts von mir übrig in London mein jüngerer Bruder der größer und besser entwickelt ist als ich lebt dann wohl noch mein Vater und wir Kinder hielten zusammen und so weit haben wir es also gebracht ich wundere mich sagte ich daß die Lebenskraft unter solchen Umständen bei den jüngeren Kindern zunimmt man sollte glauben daß die Kinder je später sie geboren werden desto schwächer sein müßten nicht wenn die Familie zusammen hält antwortete er wenn sie in East End ein Kind von acht bis zwölf Jahren sehen das kräftig und gesund aussieht so fragen sie nur und sie werden sehen daß es das jüngste von der Familie ist das kommt daher weil die älteren mehr gehungert haben als die jüngsten wenn die späteren Kinder geboren werden haben die älteren schon zu arbeiten begonnen es kommt mehr Geld herein und sie kriegen alle mehr zu essen er zog den Ärmel wieder über seinen Arm den schlagenden Beweis daß Seine Stimme war nur eine von den Tausenden die sich hier im mächtigsten Reiche der Welt zur Hungerklage vereinigen Jeden Tag erhalten 100.000 Menschen in den Vereinigten Königreichen Armenhilfe Im Lauf eines Jahres erhält jeder elfte Arbeiter Armenunterstützung Es verdienen 37,5 Millionen Menschen weniger als 12 Pfund Sterling monatlich und ein stehendes Heer von 8 Millionen lebt gerade an der Grenze der Not Ein Komitee für Speisung in den Londoner Schulen hat folgende Erklärung erlassen In Zeiten in denen keine besondere Not herrscht befinden sich 55.000 Kinder in einem solchen Zustand von Hunger daß man denken sollte sie könnten unmöglich etwas in der Schule lernen Ich habe die Worte in Zeiten in denen keine besondere Not herrscht hervorgehoben damit ist nämlich gemeint wenn gute Zeiten in England sind denn so weit ist es gekommen daß die Bevölkerung in England Hunger und Leiden das was man Not nennt als einen Teil der sozialen Ordnung hinnimmt dauernde Not betrachtet man als etwas ganz alltäglich nur in Zeiten in denen die Not einen ungewöhnlich großen Umfang annimmt denkt man darüber nach nie vergesse ich die bittere klage die ich einen blinden in einem kleinen laden in East End bei Anbruch der Dunkelheit nach einem finsteren Tage murmeln hörte er war das älteste von fünf Kindern gewesen die nur eine Mutter und keinen Vater gehabt hatten als der älteste hatte er von klein auf entbehren und schwer arbeiten müssen damit seine Geschwister etwas zu essen bekamen nicht einmal innerhalb dreier monate bekam er Fleisch und wußte nicht was es heißt seinen Hunger völlig zu stillen die Ursache war weshalb er sein Augenlicht verloren hatte zum Beweis dieser Behauptung führte er folgenden Ausspruch der königlichen Blinden Kommission an Blindheit ist am häufigsten in den ärmsten Distrikten Armut beschleunigt diese furchtbare Heimsuchung aber dieser Blinde der heimgesuchte Mann dem London nichts zu essen gab hatte noch mehr zu sagen und seine Stimme verriet die Bitterkeit seines Gemüts Er war nur einer von der riesigen Schar von Blinden in London und im Blindenheim bekam man nie auch nur halb so viel zu essen wie man brauchte Die Speisekarte eines Tages sah folgendermaßen aus Frühstück 3 8 Liter Grütze und trockenes Brot Mittag 3 Unzen Fleisch eine Scheibe Brot ein halbes Pfund Kartoffeln Abendbrot 3 Achtel Liter Grütze und trockenes Brot Oscar Wilde verleiht dem Notschrei des eingekerkerten Kindes Worte dem Notschrei der gewissermaßen auch für den eingekerkerten Mann und die eingekerkerte Frau gelten kann das zweite unter dem ein Kind im Gefängnis leidet ist Hunger die Nahrung die man ihm gibt besteht aus einem Stück des gewöhnlichen schlecht gebackenen Gefängnis Brotes und einem Krug Wasser zum Frühstück um halb acht um zwölf Uhr erhält es Mittagessen bestehend aus einer Schüssel grober Maismehl Grütze und um halb sechs bekommt es ein Stück trockenes Brot und einen Krug Wasser zum Abendbrot diese Kost verursacht stets Krankheiten namentlich bei kräftigen erwachsenen Personen die meistens Durchfall mit darauf folgender starker Entkräftung bekommen deshalb verteilen die Gefängniswärter in den großen Gefängnissen ganz regelmäßig eine Mixtur zum Stopfen als etwas zur Verpflegung gehöriges bei Kindern die diese Kost erhalten zeigt sich in der Regel dass sie außerstande sind sie zu essen und jeder der Kinder kennt weiß ja wie leicht die Verdauung eines Kindes gestört wird und dass lediglich Weinen Kummer und Missgeschick Schuld daran sein können wenn ein Kind einen ganzen Tag in einer einsamen halbdunklen Zelle geweint hat und von Angst überwältigt ist kann es einfach Nahrung dieser groben entsetzlichen Art nicht hinunter bringen als der Gefängniswärter Martin dem kleinen Kind ein paar Keks gab hatte das Kind den ganzen Dienstag Morgen vor Hunger geweint und war außerstande sein Brot und Wasser zum Frühstück zu genießen Martin ging nach dem Frühstück aus und kaufte die paar erwähnten Keks für das Kind weil er es nicht mehr mit ansehen konnte wie es hungerte das war schön von ihm das fand das Kind auch und da es das Reglement für die Gefängniskost nicht kannte erzählte es einem der älteren Gefängniswärter wie gut der Jüngere gewesen sei die Folge war daß Martin entlassen wurde Robert Blatchford hat einen Vergleich zwischen der Kost der Armen im Arbeitshaus und der der Soldaten gezogen er findet daß die Kost der Soldaten die jedenfalls zu seiner Dienstzeit als unzureichend angesehen wurde doppelt so reichlich ist wie die der Armen die erwachsenen Armen Häusler erhalten abgesehen von der Suppe nur einmal wöchentlich Fleisch und deshalb haben die Armen fast alle die bleiche graue Hautfarbe das sichere Kennzeichen des Hungers derselbe Autor zieht einen Vergleich zwischen der Ernährung der Armen Häusler und der der Armen Haus Beamten und bemerkt das letztere wenn auch weit reichlicher als die der Armen doch offenbar für unzureichend angesehen wird da in einer Anmerkung am Fuße des Speisereglements der Beamten steht daß jedem im Hause wohnenden Beamten und Gehilfen zwei Schilling und sechs Pens in Bar ausgezahlt werden wenn die Armen genug bekommen warum bekommen die Beamten dann mehr und wenn die Beamten nicht zu viel bekommen wie können die Armen dann ordentlich ernährt werden wenn sie nur halb so viel bekommen nicht nur die Bewohner des Armenviertels die Gefangenen und Armenhäusler hungern auch der Landarbeiter weiß nicht was es heißt sich immer satt essen zu können in Wirklichkeit ist es der leere Magen der ihn und seine Genossen zu tausenden in die Stadt getrieben hat die furchtbaren Zustände die London zu einer Hölle machen machen das ganze Königreich England zu einer Hölle die Behauptung eine Auflockerung Londons würde die Zustände verbessern ist leeres Gerede Selbst wenn man die 6 Millionen Einwohner Londons auf 100 Städte mit je 60.000 Einwohnern verteilte würde das Elend nur verstreut aber nicht vermindert werden Die Gesamtsumme würde dieselbe bleiben B.S. Roundtree hat eine ebenso eingehende Untersuchung in Bezug auf das Land vorgenommen wie Charles Booth in der Großstadt und er ist zu dem selben traurigen Ergebnis gelangt daß gut ein Viertel der Einwohner dazu verurteilt ist in einer Armut zu leben die sie körperlich und geistig vernichtet daß ein volles Viertel der Einwohner nicht genug zu essen bekommt mit schlechtester Kleidung und Wohnung versehen ist in einem strengen Winter keine Wärme hat und daß es in einem Zustand moralischer Erniedrigung leben muss der es was Sauberkeit und Anstand betrifft niedriger stellt als die wilden Tiere als Robert Bletchford die Klage eines alten irischen Bauern angehört hatte fragte er ihn was er sich denn wünschte der alte Mann stützte sich auf seinen Spaten und sah über die großen Torfmoore hinaus in die Ferne was ich mir wünsche sagte er und fuhr dann jammernd mehr zu sich als zu mir gewand fort all unsere tüchtigen jungen und lieben Mädel sind weit übers Meer gezogen und der Verwalter hat mir das Schwein weggenommen und der Regen hat die Ernte vernichtet und ich bin ein alter Mann ich wünschte nur daß rechtbald der jüngste Tag käme der jüngste tag es gibt noch mehr menschen die sich danach sehnen in allen gegenden des landes ertönt die hungerklage im elendsviertel und im bauernland im gefängnis und in der herberge im hospital und im arbeitshaus ein notschrei von all denen die nicht genug zu essen bekommen er ertönt von millionen von menschen von männern frauen und kindern von neugeborenen vom volk in irland in england in schottland in wales das nicht genug zu essen hat trunksucht mäßigkeit und sparsamkeit wirtschaften gibt es überall sie blühen an den ecken und zwischen den ecken und sind fast ebenso stark von frauen besucht wie von männern man kann auch hier kinder finden die darauf warten dass ihre eltern ausgetrunken haben um heim zu gehen die kindern nippen an den gläsern der erwachsenen lauschen auf ihre rohe sprache und unanständige unterhaltung saugen die ansteckung ein und erhalten einblick in zügellosigkeit und saufgelage menschen die es lieben davon zu reden was passend sei finden sich ebenso gut unter den arbeitern wie im bürgertum aber eines gibt es worüber diese leute unter den arbeitern nie ein böses wort fallen lassen und das sind die wirtschaften man findet nicht daß erniedrigung oder schande an ihnen oder an den jungen frauen und mädchen kleben die dort hinkommen ich erinnere mich daß ich in einem kaffeehaus ein junges mädchen sagen hörte ich trinke nie alkohol wenn ich im wirtshaus bin sie war eine hübsche junge kellnerin und sie erklärte einer anderen kellnerin wo sie die grenze für das passende zog für sie war der alkohol das entscheidende aber sie fand es durchaus nicht unpassend für ein anständiges junges mädchen alkohol zu trinken und überhaupt diese orte aufzusuchen schlechte verdauung haben unter ungesunden verhältnissen leben und von der hässlichkeit und einförmigkeit des lebens beschwert werden fühlen die lust zu trinken sondern auch menschen die nur gesellig veranlagt sind männer und frauen die kein heim haben und deshalb ihre zuflucht zu dem strahlenden lärmenden wirtshaus nehmen um ihren drang nach geselligkeit zu befriedigen wenn eine ganze familie in einer einzigen höhle zusammengepackt ist wird ja jede form von zerstreuung im eigenen heim unmöglich eine ganz kurze untersuchung solcher verhältnisse in den wohnungen würde licht auf eine der hauptursachen des trinkens werfen die familie steht morgens auf kleidet sich an und wäscht sich vater mutter söhne und töchter im selben raum sie stoßen sich aneinander denn das zimmer ist nur klein dickig von den ausdünstungen einer ganzen nacht ist wird das morgenmal eingenommen der vater geht zur arbeit die ältesten kinder gehen zur schule oder auf die straße und die mutter bleibt mit den krabbelnden kleinen zurück um ihre arbeit zu verrichten jetzt wäscht sie das zeug für die ganze familie und erfüllt den raum mit seifen geruch und dünsten des schmutzigen zeuges und über ihrem kopf hängt sie das nasse leinen zum trocknen auf und in dem selben zimmer das jetzt von den vielen verschiedenartigen dünsten des tages erfüllt ist legt sich die familie abends zur ruhe das heißt dass so viele mitglieder wie möglich in das einzige bett der familie kriechen wenn die familie überhaupt ein bett hat der rest legt sich auf den fußboden und so außer wenn sie auf die straße gesetzt werden stirbt eines der kinder und einige müssen ja sterben da 25 prozent der kinder von east end vor ihrem fünften jahre sterben so liegt die leiche des kindes im selben zimmer sind sie sehr arm so müssen sie die leiche einige zeit in der stube behalten ehe sie sie begraben können tagsüber liegt die leiche auf dem bett nachts wenn die lebenden das bett in besitz nehmen wird die leiche auf den tisch gelegt an dem die lebenden wenn die kinder leiche morgens wieder auf das bett gelegt worden ist ihr frühstück essen zu weilen wird die leiche auch auf das bord gelegt das mangels einer speisekammer benutzt wird um die nahrungsmittel aufzubewahren vor wenigen wochen mußte eine Frau vor gericht erscheinen weil sie ihr totes kind das zu begraben sie nicht im stande gewesen war drei wochen auf diese art und weise bei sich behalten hatte ein zimmer wie das beschriebene wird nicht die behaglichkeit eines heimes sondern nur schrecken bieten und man kann männer und frauen die von dort fliehen und die wirtshäuser aufsuchen nur bedauern nicht tadeln 300.000 in familien verteilte menschen leben in london in einzigen zimmern und 900.000 leben den öffentlichen gesundheitsbestimmungen von 1891 zufolge auf ungesetzliche art und weise eine ansehnliche schar zur auffüllung des heeres der trunken bolde von anderen mächtigen kräften die das volk zum trinken treiben muss man auch die unsicherheit des glücks und des daseins die ganze wohl begründete furcht vor der zukunft in betracht ziehen das unglück fordert linderung und im wirtshaus findet man vergessen und der schmerz wird gestillt es ist ungesund gewiß aber alles andere in ihrem leben ist ja auch ungesund und es gibt ihnen doch einen ersatz wie nichts sonst in ihrem leben ihnen geben kann es kann sie sogar in bessere stimmung versetzen so daß sie sich edler und besser fühlen trotzdem es sie gleichzeitig hinab zieht und tierischer macht es ist für die armen männer und frauen ein wettlauf zwischen verschiedenartigem unglück das in jedem fall zum tode führt es hat keinen zweck diesen menschen mäßigkeit und enthaltsamkeit zu predigen das laster der trunksucht kann die ursache zu manchem unglück sein dafür ist es aber auch die wirkung von manch anderem unglück die enthaltsamkeits apostel können zum trinken bringt ausgerottet ist werden auch die trunksucht und ihre folgen nicht auszurotten sein solange die menschen die dort zu helfen versuchen dies nicht einsehen können werden ihre wohlgemeinten bemühungen fruchtlos bleiben und sie werden nur ein schauspiel aufführen über das die götter lachen unter anderem habe ich eine ausstellung japanischer kunst gesehen die für die armen von white chapel gedacht war in der absicht den sinn für das schöne das wahre und gute bei ihnen zu erwecken selbst wenn die armen menschen auf diese weise augen für schönheit wahrheit und güte bekommen könnten so würden ihr trauriges dasein und die sozialen gesetze die jeden dritten von ihnen dazu verurteilen auf öffentliche kosten zu sterben nur bewirken daß diese neue kenntnis und erweckung ein neuer fluch neben jenen ist unter denen sie schon leiden sie hätten nur deshalb mehr zu vergessen wenn das schicksal mich heute dazu verdammte für den rest meiner tage das leben eines east end sklaven zu führen und wenn das schicksal mir gleichzeitig einen einzigen wunsch zugestände so würde ich bitten alles vergessen zu dürfen was schönheit wahrheit und güte heißt alles vergessen zu dürfen was ich aus büchern gelernt habe menschen zu vergessen die ich gekannt alles was ich gehört und die länder die ich gesehen habe und wenn das schicksal es mir dann verweigerte so bin ich fest überzeugt daß ich mich betrinken würde um so oft wie möglich zu vergessen oh diese menschen mit ihrer hilfe ihre schulkolonien missionstätigkeiten und barmherzigkeitseinrichtungen sind die reinen missverständnisse es liegt in der natur der sache daß sie lauter irrtümer sein müssen sie sind ganz falsch angepackt so gut gemeint sie auch sein mögen diese guten leute wollen den forderungen des lebens entgegenkommen obwohl sie das leben ganz missverstehen sie hassen east end und kommen doch als lehrer und retter dorthin sie kommen zu den unglücklichen und verachteten mit der prahlerei des sozialen befreiers sie haben eine treue arbeit geleistet aber außer daß sie einen unendlich geringen teil der not gelindert und eine menge statistischer aufklärung gesammelt haben die auf wissenschaftlichere und weniger kostspielige art hätte beschafft werden können haben sie nichts ausgerichtet es ist so wie ein gewisser mann gesagt hat sie tun alles für die armen außer daß sie aufhören an ihnen zu zehren sogar das geld daß sie so sparsam für ihre kinderbeihilfe opfern haben sie den armen selbst entpresst sie stammen aus einer klasse raubgieriger zweibeiniger geschöpfe von denen der lohn der arbeiter abhängt sie versuchen dem arbeiter zu erzählen wie er das elende bisschen lohnen das ihm zugestanden wird verbrauchen soll was was aller welt kann es nutzen pflegeheime zu errichten wo die arbeitenden frauen ihre kinder unterbringen können während die mütter selbst in islington künstliche feilchen zu dreiviertel penny das gros verfertigen wenn doch immer mehr kinder und feilchenmacherinnen kommen als sie aufnehmen können eine feilchenmacherin behandelt jede blume fünf mal und im laufe des tages leistet sie 6912 handgriffe um neun pence zu verdienen sie wird einfach bestohlen sie wird ausgesogen und der sinn für das schöne das wahre und gute wird ihr ihre bürde nicht erleichtern sie tun gar nichts für sie all diese pfuscher und diese unterlassungssünde gegen die mutter wird kaum durch das was sie im laufe des tages für das kind getan haben aufgewogen alle wie einer predigen sie eine gründliche lüge sie wissen nicht dass es lüge ist aber deshalb wird es doch nicht zur wahrheit die lüge die sie predigen ist sparsamkeit ein beispiel wird diese behauptung am besten beweisen im übervölkerten london ist der kampf um die arbeit sehr scharf und aus diesem grunde wird der lohn auf das geringste maß gedrückt sparsam sein heißt weniger verbrauchen als man verdient das lebt im arbeitskampf wird der der am billigsten lebt den unterbieten der mehr für seinen unterhalt braucht und eine kleine gruppe solcher sparsamer arbeiter wird in einem industriezweige zu dem viele arbeiter sich drängen stets verursachen dass der lohn sinkt selbst die sparsamsten können zuletzt nicht sparsam bleiben denn ihre einnahmen werden ebenso weit verringert dass sie sich bestenfalls mit ihrem Ausgaben decken kurz sparsamkeit macht sparsamkeit unmöglich würde jeder einzige arbeiter in england der anweisung der reformatoren in bezug auf sparsamkeit folgen und seine ausgaben teilen so würde der überschuss an arbeitskraft schnell verursachen dass die arbeitslöhne halbiert würden und dann würde kein einziger von den englischen arbeitern sparsam sein können denn sie müssten notgedrungen ihre verringerten einnahmen vollkommen verbrauchen die kurzsichtigen sparsamkeitsapostel würden über das erzielte ergebnis wohl etwas erstaunt sein ihr fehlgriff würde genau den gleichen umfang haben wie die ergebnisse ihrer agitation wenn ich davon spreche wie wenig die menschen die hilfe zu bringen versuchen bedeuten so möchte ich gern eine bemerkenswerte ausnahme erwähnen nämlich das heim dr barnados dr barnado ist kinderjäger zuerst fängt er die kinder ein wenn sie noch so jung sind dass sie nicht verhärtet und in dem schlechten sozialen boden eingewurzelt sind dann schickt er sie fort damit sie unter anderen und besseren sozialen bedingungen aufwachsen bis jetzt hat er 13.340 knaben fortgeschickt die meisten nach kanada und so viel erfolg gehabt dass kaum jeder 50. fall missglückt ist jeden tag im ganzen jahre liest dr barnado neun solcher kleinen vagabunden von der straße auf man wird hieraus erkennen wie riesig sein arbeitsfeld ist die anderen menschen die gerne helfen wollen können viel von ihm lernen er will nicht flicken sondern spürt soziale verderbnis gleich an der Wurzel auf er holt die Brut des rinnsteinvolkes aus den verpesteten höhlen und bringt sie in gesunde behagliche wohnungen wo sie sich zu männern entwickeln und umbilden kann in die anderen hilfsbereiten menschen nur aufhören wollten mit ihrer spielerei und pfuscherei und ihr pflegeheim und ihre japanischen kunstausstellungen aufgeben möchten und wenn sie dann an ihre arbeit gingen so würden sie dem beispiel von dr barnado folgen und sich den verhältnissen anpassen sie würden nicht die frau die für drei viertel penny des gros feilchen verfertigt mit sehnsucht nach schönheit wahrheit und güte voll pfropfen sondern versuchen ihr die last die sie zu schleppen hat etwas zu erleichtern und sich selbst würden sie nicht mehr mit falschen vorstellungen voll pfropfen bis sie wie die römer ins bad gehen und alles wieder ausschwitzen müssen zu ihrem großen erstaunen würden sie entdecken dass sie selbst ein teil der lasten sind die auf einer solchen frau und auf vielen anderen frauen und kindern ruhen was sie bisher nicht ahnten verwaltung der gesellschaft in diesem abschließenden kapitel wird es angebracht sein den sozialen abgrund im ganzen zu betrachten und gewisse fragen an die zivilisation zu richten fragen mit deren beantwortung die bedeutung dieser zivilisation stehen oder fallen muss hat sie zum beispiel die verhältnisse des menschen verbessert mit menschen meine ich hier den durchschnittsmenschen lasst uns einmal sehen in alaska an den ufern des yukon in der nähe der mündung des flusses wohnt das volk der inuit es sind sehr einfache menschen bei denen man nur schwache ansätze zu der großen zivilisation genannten konstruktion findet das vermögen des volkes beläuft sich wohl auf zwei pfund sterling auf den kopf diese menschen verschaffen sich ihre nahrung durch jagen und fischen mit speer und pfeilen die mit knochenspitzen versehen sind sie brauchen sich nie sorge um ihre unterkunft zu machen ihre zum größten teil aus tierfällen verfertigte kleidung ist warm ihnen fehlt nie holz wie ihr feuer und wie ihre häuser die sie halb in die erde hineinbauen und in denen sie solange die kalte jahreszeit dauert gut und warm liegen können im sommer wohnen sie in zelten durch die frische kühle luft streichen kann sie sind gesund stark und glücklich ihr einziges lebensproblem besteht darin sich nahrung zu verschaffen zuweilen haben sie reichlich davon zuweilen spärlich in guten zeiten halten sie feste in schlechten verhungern sie aber dass ein teil von ihnen beständig hunger leidet ist bei ihnen unbekannt außerdem haben sie keine schulden in den vereinigten königreichen an den küsten des westlichen ozeans wohnt das englische volk es sind hoch zivilisierte menschen deren kapital sich auf mindestens 300 pfund sterling auf den kopf beläuft die engländer verschaffen sich ihre nahrung nicht durch jagd und fischerei sondern durch arbeit und allerhand kunstkniffe die meisten leiden unter schlechten wohnverhältnissen sie leben in elenden häusern und haben nicht brennmaterial genug um sich warm zu halten und sie sind unzureichend gekleidet eine gewisse anzahl hat nie ein dach über dem kopfe und muss unter freiem himmel schlafen winters und sommers kann man unzählige von ihnen in ihren elenden lumpen zitternd auf der straße finden sie haben auch gute und schlechte zeiten in guten zeiten glückt es den meisten von ihnen genügend zu essen zu bekommen in schlechten sterben sie hungers sie verhungern heute sie verhungerten gestern und vorgestern und sie werden morgen und nächstes Jahr verhungern denn bei ihnen herrscht im gegensatz zu den inuit dauernde hungersnot es gibt 40 millionen engländer und 939 von 1000 sterben in armut während acht millionen verzweifelt kämpfen um die armut von ihrer tür fernzuhalten außerdem wird jedes kind das das licht des tages bei ihnen erblickt mit einer schuld von 22 pfund sterling geboren in folge einer nationalschuld genannten erfindung zieht man einen ehrlichen vergleich zwischen einem durchschnitts inuit und dem durchschnitts engländer so wird man finden dass das leben des inuit weit weniger hart ist während der inuit nur in schlechten zeiten not leidet herrscht unter den engländern auch in auch in zeiten not keinem inuit fehlt es an brennholz an kleidern oder unterkunft während der engländer beständig um diese drei dinge kämpfen muß in diesem zusammenhang sei daran erinnert was ein mann wie huxley gesagt hat nach den erfahrungen die er als öffentlicher arzt im east end von london und als wissenschaftlicher forscher unter den einfachsten wilden völkern gesammelt hat ist er zu folgender anschauung gelangt wenn man mir die wahl stellte so würde ich nach reiflicher überlegung das leben eines wilden dem vorziehen das die armen im christlichen london führen die güter die die menschen genießen sind die frucht eigener arbeit da aber die zivilisation den engländern nicht nahrung und unterkunft hat verschaffen können deren sich der innuit erfreut ist es vielleicht am platze folgende frage aufzuwerfen hat die zivilisation denn nicht die produktionsfähigkeit der menschen erhöht wenn sie es nicht hat so ist sie nichts wert man muss sofort einräumen dass die zivilisation wirklich die produktionsfähigkeit des menschen erhöht hat fünf menschen können das brot erzeugen von dem tausend menschen leben sollen ein mensch kann für 250 menschen baumwollstoff und für 300 menschen wollstoff oder für tausend menschen schuhe und stiefel herstellen dennoch ist in diesem buche festgestellt dass millionen des englischen volkes weder nahrung noch kleider und schuhe bekommen und deshalb müssen wir fragen wie kann es sein dass die zivilisation die tatsächlich die produktionsfähigkeit des verhältnisse des menschen im allgemeinen hat verbessern können es gibt nur eine antwort schlechte verwaltung die zivilisation hat alle güter geschaffen die ein menschenherz begehren kann aber der durchschnittsengländer hat keinen teil daran und wenn er für immer davon ausgeschlossen sein soll so kann von zivilisation keine rede mehr sein es gibt keinen triftigen grund bei einem so kunstfertig aufgebauten aber offenbaren ausweg aber nur einen einzigen die zivilisation muss gezwungen werden die lebensbedingungen des menschen zu verbessern greifen wir nach dieser lösung so stehen wir plötzlich einem problem gegenüber bei dem sich in wirklichkeit alles nur um die geschäftsmäßige ordnung dreht man muss also nach dem prinzip verfahren vorteilhaftes zu behalten unvorteilhaft aufzugeben die regierungsform ist entweder ein vorteil für england oder ein schade ist letzteres der fall so muss sie abgeschafft werden ist sie hingegen ein vorteil für das land so muss man dafür sorgen dass alle an dem gewinn teilhaben wenn die 400.000 englischen gentlemen die laut eigener angabe in der statistik nichts tun keinen nutzen schaffen so müssen sie fort lasst die felder pflügen und kartoffeln pflanzen kurz die gesellschaft muss verbessert und eine vernünftigere verwaltung eingeführt werden es kann kein zweifel darüber herrschen dass die jetzige verwaltung unmöglich ist sie hat der bevölkerung der vereinigten königreiche das herzblut abgezapft sie hat den teil der bevölkerung der daheim geblieben ist so stark geschwächt dass er nicht mehr im stande ist in der vordersten reihe der anderen nationen zu kämpfen sie hat ein west end und ein east end geschaffen so großartig wie das land selbst am einen ende ausschweifend und morsch am anderen krankhaft und unterernährt eine großmacht ist im begriff an ihrer untauglichen verwaltung zugrunde zu gehen unter großmacht verstehe ich hier die politische maschinerie die alle englisch sprechenden länder mit ausnahme der vereinigten staaten zusammenhält die macht des blutes ist weit stärker als die politische macht und die engländer in der neuen welt und auf der anderen seite des erdballs sind so stark und lebenskräftig wie nur je es ist die politische großmacht der sie dem namen nach angehören die zugrunde gerichtet wird die politische maschinerie die man das britische reich nennt ist im begriff sich festzulaufen in den händen des jetzigen regierungssystems verliert sie mit jedem tage an ein fluss werden muß sie ist nicht nur verschwenderisch und untauglich gewesen sie hat sich auch widerrechtlicher aneignung der werte schuldig gemacht alle die abgearbeiteten fahlen armen häusler jeder einzige man jede frau jedes kind in deren magen der hunger nagt hungern nur weil diese verwaltung sich die vorhandenen werte widerrechtlich aneignete und sie nicht gemeinnützig verwendet nicht ein einziges Mitglied der herrschenden klasse in england kann anspruch darauf erheben vor dem richterstuhl der menschheit freigesprochen zu werden die lebenden in ihren häusern und die toten in ihren gräbern werden zur verantwortung gezogen werden von den kleinen kindern die mangels nahrung sterben von den jungen mädchen die aus den ausbeuter höhlen auf die nächtliche promenade von piccadilly fliehen von jedem abgerackerten arbeiter der in den kanal springt sie protestieren gegen das essen das die herrschende klasse ist gegen den wein den sie trinkt und gegen die feinen kleider die sie trägt der protest ertönt aus acht millionen kehlen die nie genug zu essen bekamen von zweimal acht millionen leibern die nie ordentliche kleider und nie eine ordentliche unterkunft gekannt haben es ist kein irrtum möglich die zivilisation hat die produktionsfähigkeit der in folge der schlechten verwaltung leben die armen und die arbeiter in england schlimmer als die tiere haben weniger zu essen und genießen weniger schutz als der wilde inuit in dem rauen klima der heute noch lebt wie er in der steinzeit vor zehntausend jahren lebte nachwort mit einem gefühl das am ehesten dem verglichen werden kann welches einen entdeckungsreisenden beseelt stieg ich in die unterwelt londons hinab ich wollte lieber mit eigenen augen sehen als mich von leuten belehren lassen die nichts gesehen oder von solchen die vor mir schon alles gesehen und erlebt hatten außerdem hatte ich gewisse einfache voraussetzungen nach denen ich das leben in dieser unterwelt zu beurteilen gedachte was leben körperliche und geistige gesundheit fördert ist gut was dem leben entgegen arbeitet es vernichtet verkrüppelt verfälscht ist schlecht zweifellos sah ich vieles was vom übel war und doch darf man nicht vergessen daß die von mir geschilderten zeiten in england als gute zeiten galten hungersnot und obdachlosigkeit die ich beobachtete sind chronische leiden die selbst in zeiten der höchsten blüte nie aufhören auf den sommer von dem ich spreche folgte ein harter winter arbeitslose versammelten sich täglich zu mächtigen prozessionen und zuweilen zog ein ganzes dutzend solcher heere auf einmal durch die straßen und rief nach brot justin mccarthy korrespondent der new yorker zeitung independent schildert die situation folgendermaßen die arbeitshäuser haben keinen raum mehr um die notleidenden scharen aufzunehmen die sich tag und nacht vor den toren ansammeln und brot und obdach fordern alle wohltätigen einrichtungen haben bei ihren bemühungen die notleidenden bewohner von dachkammern und kellerräumen in den gassen und winkeln londons am leben zu erhalten ihre mittel aufgebraucht die quartiere der heilsarmee in den verschiedenen distrikten londons werden allnächtlich von herrscharen arbeitsloser und hungernder belagert denen man weder nahrung noch unterkunft verschaffen kann man hat behaupten wollen daß die kritik die ich an den verhältnissen in england übe zu pessimistisch sei ich behaupte im gegenteil daß ich der optimistischste aller optimisten bin aber in einem großen teil der politischen parteien die jetzt das land zu seinem unglück leiten sehe ich nichts als einen haufen gerümpel jack london der joh das land ist das land das land die jetzt gespringen der joh 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 Vielen Dank.